Ganz aus Gnade Eine Botschaft an alle, die nach Errettung suchen Ein Buch geschrieben von C. H. Spurgeon Ein Wort an den Leser Der Zweck dieses Buches ist die Errettung des Lesers. Der Autor des Buches wird sehr enttäuscht sein, wenn es nicht viele zum Herrn Jesus führt. Ich habe es im kindlichen Vertrauen, auf Gottes Macht geschrieben, damit er es zur Bekehrung gebrauchen kann, wo es ihm gefällt. Und ich habe nicht den geringsten Zweifel daran, dass viele Männer und Frauen dieses Buch zur Hand nehmen, an denen der Herr sein Werk beginnen wird. Um diesem Zweck möglichst gerecht zu werden, habe ich eine möglichst deutliche Sprache und viele schlichte Ausdrücke gebraucht, sodass jeder es verstehen kann. Gott allein weiß, wie viele durch das Lesen dieses Buches den Weg zu Christus finden werden. Eine entscheidende Frage für dich ist, »Wirst du einer von ihnen sein?« Ein Mann ließ an einem Wanderweg eine Pumpe errichten und hängte mit einer Kette einen Becher daran. Einige Zeit später erzählte man ihm, dass ein großer Kunstkenner über die Schlichtheit der Pumpe gespottet hat. »Aber«, fragte der Mann, »trinken denn nicht viele Durstige davon?« Als er hörte, dass sehr viele Männer, Frauen und Kinder, ihren Durst dort löschten, lächelte er und sagte, »Ihn störe die Kritik des Kunstkenners überhaupt nicht.« »Er hoffe nur, dass der Kritiker selbst an einem heißen Sommertag den Becher füllen und Gott für die Erfrischung loben würde.« Dieses Buch ist meine Pumpe und mein Becher. Wenn jemand etwas daran auszusetzen hat, dann soll er es gerne tun. Die Hauptsache ist, dass er von dem Wasser des Lebens trinkt. Lieber möchte ich für den ärmsten Straßenfeger oder Lumpensammler zum Segen werden, als einem Adeligen zu gefallen, bei dem es mir nicht gelingt, ihn zu Gott zu führen. Hast du selbst ein bestimmtes Ziel beim Lesen dieses Buches? Dann hoffe ich, dass es dasselbe Ziel ist, für das ich dieses Buch geschrieben habe. Dass du Jesus Christus kennenlernst und den Weg zum Himmel findest. Ich habe dieses Buch mit viel Gebet geschrieben und ich hoffe, dass auch du Gott darum bittest, dich zu segnen, während du es liest. Es gehört zu Gottes großen Plan, dass du diese Seiten in Händen hältst. Nimm dir Zeit, sie zu lesen und schenke ihnen deine ganze Aufmerksamkeit. Hebräer 4, Vers 7 Ich hörte einmal folgende Geschichte. Ein Prediger wollte eine arme Frau besuchen, um ihr eine kleine Spende zu bringen. Mit dem Geld in der Hand klopfte er an ihre Tür, aber sie öffnete nicht. Er dachte, sie wäre nicht zu Hause und ging wieder. Wenig später traf er sie in der Kirche und erzählte es ihr. Ich stand vor ihrer Wohnung und klopfte mehrere Male, aber ich bekam keine Antwort, deshalb dachte ich, sie wären nicht zu Hause. Wann genau war das? fragte die Frau. Es war ungefähr gegen Mittag. Ach, sagte sie, ich hörte sie, und es tut mir leid, dass ich nicht öffnete, aber ich dachte, es wäre der Vermieter, der sein Geld einfordern wollte. Vielleicht kennst du Ähnliches aus deinem eigenen Leben. Es ist mein Wunsch, dass das, was ich zu sagen habe, von vielen gehört wird, und deshalb möchte ich zu Beginn deutlich sagen, dass ich nicht komme, um etwas zu verlangen. Wirklich, es ist nicht der Zweck, dieses Buches irgendetwas zu fordern, sondern zu sagen, dass die Errettung ganz aus Gnade geschieht. Das heißt, sie ist frei, gratis, ein Geschenk. Wenn ein Prediger die Aufmerksamkeit seiner Hörer gewinnen möchte, denken viele, aha, jetzt wird mir meine Pflicht vorgehalten, jetzt wird das eingefordert, was ich Gott schuldig bin. Aber weil ich nichts habe, womit ich es bezahlen kann, tue ich so, als wäre ich nicht da. Dieses Buch kommt nicht, um irgendetwas zu verlangen, sondern um etwas zu bringen. Ich möchte nicht von Gesetz und Pflicht und Strafe reden, sondern von Liebe und Güte und Vergebung und Gnade und ewigem Leben. Tue also nicht so, als wärst du nicht zu Hause, sondern höre zu, was ich dir zu sagen habe. Ich komme im Gottesnamen, um ein freies Geschenk zu bringen, und wenn du es annimmst, wirst du glücklicher sein, als du dir jemals vorstellen kannst. Gott selbst möchte uns etwas über unser jetziges und ewiges Glück sagen, und er würde dies nicht tun, wenn er es nicht gut mit uns meinte. Jesus klopft an unsere Tür mit der Hand, die er für verlorene Sünder ans Kreuz schlagen ließ. So sehr liegt ihm unser Wohl am Herzen. Deshalb hör gut zu, denn vielleicht ist die Zeit gekommen, in der du das ewige Leben bekommen sollst. Der Glaube kommt durch die Verkündigung des Wortes Gottes, also auch, während du dieses Buch liest, das sich mit Gottes wunderbarer Botschaft befasst. Großer Gott, schenke deine Gnade. Der die Gottlosen zu Gerechten macht. Dem aber, der nicht mit Werken umgeht, sondern an den glaubt, der die Gottlosen rechtfertigt, dem wird sein Glaube zur Gerechtigkeit gerechnet. Römer 4, Vers 5 Ist es nicht erstaunlich, eine solche Beschreibung über Gott in der Bibel zu finden, der die Gottlosen rechtfertigt? Ich habe gehört, dass Menschen, die das Evangelium hassen, Gott gerade dies zum Vorwurf machten, dass er die Bösen und die Verbrecher zu sich kommen lasse und sie errette. Achte einmal darauf, dass die Bibel diese Anschuldigung nicht verwirft, sondern sie ganz klar und deutlich ausspricht. Durch den Mund des Apostel Paulus unter der Leitung des Heiligen Geistes bezeichnet sich Gott selbst als den, der die Gottlosen rechtfertigt. Er erklärt diejenigen für gerecht, die ungerecht sind. Er vergibt denen, die es verdienen, bestraft zu werden. Er begnadigt den, der keine Gnade verdient. Viele meinen, dass das Heil für die guten Menschen sei und dass Gott seine Gnade denen schenkt, die sich nichts zu Schulden kommen lassen. Sie denken, Gott würde sie belohnen, wenn sie ihn mit ihrem vorbildlichen Leben beeindrucken und dass jeder, der sich nicht als würdig erweist, auch nichts von Gott zu erwarten hätte. Wie erstaunt müssen diese Leute sein, wenn sie einen Vers wie diesen lesen, der die Gottlosen rechtfertigt. Ich wundere mich jedenfalls nicht über ihr Staunen, denn bei all dem, was ich schon über Gott und seine Gnade erfahren habe, kann ich nicht aufhören, darüber zu staunen und mich zu wundern, dass es für einen heiligen Gott möglich ist, einen unheiligen Menschen für gerecht zu erklären. Entsprechend unserem gesetzlichen Wesen reden wir immer von unserer eigenen Gutherzigkeit und unserer Größe und wir bleiben hartnäckig bei der Meinung, dass in jedem von uns etwas Gutes stecken müsse und dass dies die Voraussetzung sei, damit Gott uns beachtet. Aber Gott, der jede Fassade durchschaut, weiß am besten, dass nichts, aber auch gar nichts Gutes in jedem von uns ist. Er sagt ja selbst, keiner ist gerecht, auch nicht einer, weil er weiß, dass selbst unsere gerechten Taten nur wie ein verdrecktes Kleid sind. Römer 3, Vers 10 und Jesaja 64, Vers 5 Und gerade deshalb kam der Herr Jesus in die Welt, nicht um Gutherzigkeit und Gerechtigkeit unter den Menschen zu suchen, sondern um Güte und Gerechtigkeit denen zu bringen, die sie nicht haben, nicht weil wir gerecht sind, sondern weil er uns gerecht machen will. Er rechtfertigt die Gottlosen. Das Ziel eines Rechtsanwalts vor Gericht ist, sofern er ein ehrlicher Mann ist, einen Unschuldigen zu vertreten und ihn von falschen Anklagen und der Strafe des Gerichts zu befreien. Er soll den Unschuldigen rechtfertigen und darf nicht versuchen, den Schuldigen zu schützen. Kein Mensch hat das Recht, noch die Macht, einen Schuldigen zu rechtfertigen. Doch genau dies ist das Wunder, dass Gott, der unendlich gerechte Herrscher, in seiner Gnade durch seinen Sohn vollbringt. Er weiß, dass nicht ein Mensch auf dieser Erde existiert, der völlig gerecht ist, der Gutes tut und niemals sündigt. Doch in der uneingeschränkten Macht seiner göttlichen Natur und in der Herrlichkeit seiner unaussprechlichen Liebe unternimmt er die Aufgabe, die Gottlosen zu rechtfertigen. Gott hat Wege und Mittel gefunden, durch die der Gottlose von ihm aufgenommen werden kann, ohne dass Gott sich der Ungerechtigkeit schuldig macht. Er hat einen Plan gefasst, mit dem er den Schuldigen behandeln kann, als wäre dieser sein ganzes Leben lang frei von jedem Fehler und von jeder Sünde. Er macht die Gottlosen zu Gerechten. Gottes Wort sagt, dass Jesus Christus in die Welt kam, um Sünder zu erretten. Das ist das größte Wunder, von dem ich je gehört habe. Wenn ich auf mich selbst schaue, dann sehe ich, dass ich nur ein unwürdiger und verdorbener, sündiger Haufen bin. Ich weiß mit voller Gewissheit, dass ich allein durch den Glauben an Jesus Christus gerechtfertigt worden bin und von Gott so behandelt werde, als wäre ich vollkommen gerecht. Er macht mich zu einem Erben Gottes und Miterben Christi, und doch gehöre ich von Natur aus zu den schlimmsten Sündern. Ich werde mit so großer Liebe geliebt, als wäre ich immer gottesfürchtig gewesen, obwohl ich doch ein völlig gottloser war. Wer kann daran glauben und nicht ins Staunen und in dankbares Lob geraten? Aber so sehr wir uns auch darüber wundern, wir müssen uns doch im Klaren sein, wie sehr wir das Evangelium benötigen. Wenn Gott die Gottlosen rechtfertigt, dann kann er auch dich gerecht machen. Wenn du noch nicht auf Christus vertraust, dann bist du nichts weiter als ein Gottloser, der Rechtfertigung braucht. Wer ganz und gar ohne Gott lebt, ist nichts anderes als ein Gottloser. Vielleicht gehst du niemals zum Gottesdienst und hast bisher alles Christliche für Unsinn gehalten? Dann ist genau dies der Beweis für deine Gottlosigkeit. Zweifelst du vielleicht an der Existenz Gottes? Dann führst du dein Leben auf dieser schönen Erde, die voll von Wundern und Zeichen der Gegenwart Gottes ist und hältst die ganze Zeit deine Augen vor den klaren Beweisen seiner Macht und Gottheit verschlossen. Du lebst, als gäbe es kein Gott und fühlst dich dabei sehr sicher. Womöglich hast du viele Jahre auf dieser Art gelebt und dich an diesen Gedanken gewöhnt. Wenn dies auf dich zutrifft, dann trifft der Begriff Gottloser, auf dich ebenso zu, wie wenn man das Meer als Salzwasser bezeichnet. Vielleicht gehörst du aber zu den Menschen, die nach außen ein frommes und religiöses Leben führen, aber mit ihrem Herzen nicht dabei sind. Du lebst mit Menschen zusammen, die Gott gehören, aber du selbst hast Gott nie kennengelernt. Mit deinem Mund singst du Lieder, die Gott ehren, aber mit deinem Herzen lobst du ihn nicht. Du empfindest keine Liebe zu Gott und schenkst seinen Geboten in deinem Leben keine Beachtung. Wenn das so ist, dann gehörst gerade du zu den Menschen, an die das Evangelium gerichtet ist. Das Evangelium von dem Gott, der die Gottlosen rechtfertigt. Wie sehr wünsche ich mir, dass du dran glaubst und zu dir selbst sagst, wenn Gott die Gottlosen rechtfertigt, warum sollte ich meine Hoffnung nicht darauf setzen? Mache dir bewusst, dass Gott denen das ewige Leben gibt, die es nicht verdienen und die auch nicht versuchen, es zu verdienen. Denn niemand anders hat es nötig, gerechtfertigt zu werden, als diejenigen, die keine eigene Gerechtigkeit haben. Wenn jemand meint, vollkommen gerecht zu sein, dann braucht er keine Rechtfertigung mehr. Wer glaubt, dass ein guter Lebenswandel Gott dazu verpflichtet, ihn in den Himmel aufzunehmen, der benötigt keinen Erretter und keine Gnade. Wer so denkt, den möchte ich warnen. So sicher, wie ihr lebt, ihr Selbstgerechten, so sicher werdet ihr auch verloren gehen. Ihr seid entweder Betrüger oder Betrogene. Denn die Schrift kann nicht lügen und sie sagt deutlich, keiner ist gerecht, auch nicht einer. Den Selbstgerechten möchte ich das Evangelium nicht predigen. Jesus sagte von sich, dass er nicht kam, um die Gerechten zur Umkehr zu rufen und ich werde nichts tun, was er auch nicht tat. Für euch gilt, schaut auf eure Gerechtigkeit, bis ihr erkennt, was für eine Täuschung sie ist und dass auf sie kein Verlass ist. Hört auf, eure eigene Gerechtigkeit zu schaffen. Die einzigen, die Rechtfertigung nötig haben, sind die, die wissen, dass sie keine eigene Gerechtigkeit besitzen. Nur sie können erkennen, dass etwas für sie getan werden muss, um sie vor dem Richterstuhl Gottes frei zu sprechen. Gott wird in seiner unendlichen Weisheit niemals etwas Unnötiges tun. Den gerecht zu machen, der sich bereits für gerecht hält, ist kein Werk für Gott. Das würde nur ein Verrückter tun, den aber für gerecht erklären, der ungerecht ist. Das ist ein Werk der unendlichen Liebe und Gnade Gottes. Wenn irgendwo in der Welt ein Arzt existierte, der ein sicheres Heilmittel gegen eine schlimme Krankheit entdeckt hätte, zu wem würde man diesen Arzt senden? Etwa zu denen, die vollkommen gesund sind? Sicher nicht. Die Gesunden brauchen keinen Arzt, sondern die Kranken. Wenn du merkst, dass du geistlich krank bist, dann will ich dir sagen, dass der Herr Jesus als Arzt für dich in die Welt gekommen ist. Wenn deine Sünde dich zerstört, dann hast du die Heilung durch Jesus Christus nötig. Solche Kranken wie dich und mich hatte Gott vor Augen, als er seinen Heilsplan fasste. Nehmen wir an, ein hilfsbereiter Geschäftsmann hätte den Entschluss gefasst, allen seinen Schuldnern ihre Schuld zu erlassen. Dann ist klar, dass dies nur denen gilt, die ihm etwas schuldig sind. Der eine schuldet ihm Tausende, ein anderer nur sehr wenig. Aber jeder von ihnen braucht nur seinen Schuldschein zu dem Geschäftsmann bringen und ihn quittieren zu lassen und schon ist die Schuld gelöst. Aber selbst der großmütigste Geschäftsmann kann denen nicht die Schuld erlassen, die ihm nichts schuldig sind. Wo keine Sünde ist oder eingesehen wird, findet auch keine Vergebung statt. Glaubst du, dass du ein Sünder bist, der Gottes Zorn verdient? Dann sieh ein, dass genau dies die Voraussetzung für deine Errettung ist. Wenn du erkennst, dass du ein Sünder bist, dann möchte ich dich ermutigen, daran zu glauben, dass die Gnade Gottes dir gilt. Ein gläubiger Dichter schrieb einmal folgende Verse. Ein Sünder ist ein heilig Ding. Der Heilige Geist macht ihn dazu. Es ist tatsächlich so, dass Jesus das sucht und rettet, was verloren ist. Er starb und brachte eine wirksame Sühnung für wirkliche Sünden. Ich freue mich über jeden, der sich als einen elenden Sünder bezeichnet, solange er dies aufrichtig und nicht aus Spott oder falscher Demut sagt. Mit denen, die sich ernsthaft für Sünder halten, würde ich die ganze Nacht im Gespräch verbringen. Meine Tür wäre für sie niemals verschlossen. Mein Herr starb nicht für eingebildete Sünden. Er hat sein Blut vergossen, um die tiefsten und dunkelsten Flecken abzuwaschen, die nichts anderes beseitigen kann. Ein Pastor hielt einmal eine Predigt über die Worte von Johannes dem Täufer. Die Axt ist schon an der Wurzel der Bäume gelegt. Einer der Zuhörer sagte dann nach der Predigt zu ihm, man hätte meinen können, dass sie gerade zu Versprechern sprechen. Sie hätten ihre Predigt im Gefängnis halten müssen. Oh nein, sagte der Pastor, wenn ich im Gefängnis predigen müsste, würde ich nicht diesen Text nehmen. Ich würde stattdessen predigen. Auf diese Botschaft ist Verlass und sie ist es wert angenommen zu werden, dass Jesus Christus in die Welt gekommen ist, um Sünder zu retten. Und genau das ist es. Das Gesetz ist für die Selbstgerechten, um ihren Stolz zu demütigen. Das Evangelium ist für die Verlorenen, um ihnen Hoffnung zu geben. Was willst du mit einem Heiland, wenn du nicht verloren bist? Sollte etwa der Hirte denen nachgehen, die sich nicht verirrt haben? Die Medizin ist für den Kranken und die Auferwirkung für den Toten. Die Vergebung für die Schuldigen und die Befreiung ist für den Gefangenen. Wie kann Jesu stellvertretenden Tod am Kreuz und sein Evangelium von der freien Gnade anders erklärt werden, als unter der Voraussetzung, dass die Menschen vor Gott schuldig sind und eine ewige Strafe verdient haben? Die Existenz des Sünders ist der Grund für die Existenz des Evangeliums. Wenn du weißt, dass du die ewige Hölle als Strafe Gottes verdient hast, dann bist du einer von Ich hoffe, dass ich es deutlich genug gesagt habe, aber ich kann es so deutlich sagen, wie ich möchte, es ist und bleibt Gott allein, der bewirken kann, dass ein Mensch es versteht und annimmt. Es erscheint einem zuerst ganz unbegreiflich, dass die Errettung wirklich den Gottlosen und Schuldigen gilt. Viele glauben, dass sie erst Buße tun müssten und dann eine Chance zu haben, errettet doch dabei überraschen sie, dass die Buße ja selbst schon ein Teil der Errettung ist. Sie sagen, ja, aber es muss sich doch bei mir etwas ändern. Ich sage, ja, ganz sicher muss sich bei dir etwas ändern, aber die Veränderung ist ein Ergebnis der Errettung und nicht ihre Voraussetzung. Die Errettung wird bereits dann in dem Menschen zur Wahrheit, in der er noch die schreckliche Bezeichnung Gottloser verdient. In diese Verlorenheit kommt das Evangelium Gottes, um den Gottlosen gerecht zu machen. Deshalb möchte ich alle, denen bewusst ist, dass sie nichts haben, womit sie vor Gott bestehen können, auffordern, darauf zu vertrauen, dass Gott fähig, gnädig und willig ist, sie anzunehmen und dass er bereit ist, ihnen aus freien Stücken zu vergeben, nicht weil sie gut sind, sondern weil er gut ist. Lässt er nicht die Sonne über Böse wie über Gute aufgehen? Ergibt er nicht fruchtbare Zeiten und sendet Regen und Sonnenschein selbst den gottlosesten Völkern? Auch Sodom und Gomorra lebten unter seiner Sonne und von seinem Tau? Gottes Gnade übersteigt unsere Vorstellungskraft bei Weitem. Er verdient für alle die höchste Ehre und den größten Dank. So hoch der Himmel über die Erde ist, so hoch sind Gottes Gedanken über unsere Gedanken. Bei ihm ist viel Vergebung. Jesus Christus kam in die Welt, um Sünder zu erretten. Nur ein Schuldiger braucht Vergebung. Versuche nicht ein besserer Mensch zu werden oder dich zu verstellen, sondern komme so wie du bist zu dem Gott, der die Gottlosen zu gerechten macht. Ein Künstler malte einmal eine Collage über die Stadt, in der er wohnte, und zu geschichtlichen Zwecken wollte er bekannte Persönlichkeiten der Stadt in sein Bild aufnehmen. Eine dieser Person war ein zerlumpte, schmutziger Straßenfeger, den jeder Bürger in der Stadt kannte, und der sehr gut in das Gemälde passte. Also bat ihn der Künstler, bitte komme in mein Atelier und lass dich von mir malen. Wie versprochen kam der Mann am nächsten Morgen, wurde aber von dem Künstler sofort wieder fortgeschickt, denn er hatte sein Gesicht gewaschen, seine Haare gekämmt und anständige Kleidung angezogen. Der Künstler wollte ihn als Bettler haben, aber in diesem Aufzug war es für das Gemälde nicht zu gebrauchen. Ähnlich ist es mit dem Evangelium. Gott ist bereit, die aufzunehmen, die als Sünder zu ihm kommen und nicht anders. Glaube also nicht, dass du erst besser werden musst, sondern komm jetzt und bitte Gott, dich zu erretten. Er macht die Gottlosen gerecht. Komm zu ihm, dem himmlischen Vater, mit all deiner Sünde. Komm zu Jesus so, wie du bist, krank, nackt, hilflos und verloren. Komm zu ihm, wenn du verzweifelt und ohne Hoffnung bist. Komm und bitte Gott, in dir noch einen Gottlosen mehr gerecht zu machen. Warum sollte er das nicht tun? Komm, denn Gottes Gnade gilt Sündern wie dir. Ich kann es nicht deutlicher sagen, als sein Wort es ausdrückt. Komm zu dem, der die Gottlosen für gerecht die von Natur aus gottlos sind, gerecht und behandelt sie so, als wären sie schon immer völlig gerecht gewesen. Ist das für dich kein Grund zu hoffen? Lege dieses Buch nicht weg und stehe nicht auf, bis diese Hoffnung zu deiner eigenen geworden ist. Gott ist es, der gerecht macht. Von Gott gerecht gemacht oder gerechtfertigt zu werden ist ein Wunder, das unseren Verstand übersteigt. Hätten wir Gottes Gesetze nicht gebrochen, dann hätten wir es auch nicht nötig, gerechtfertigt zu werden, denn wir wären selbst gerecht gewesen. Wer sein ganzes Leben lang das getan hat, was er tun sollte und niemals etwas Unrechtes getan hat, der gilt als gerecht. Leider kann man dies von keinem Menschen behaupten. Ich hoffe, du bist ehrlich genug, um zuzugeben, dass auch du nicht ohne Schuld bist und es deshalb nötig hast, gerecht gemacht zu werden. Wenn du meinst, du könntest dich selbst gerecht machen, dann betrügst du dich selbst. Wenn du einen anderen Menschen bittest, dich gerecht zu machen, gilt dasselbe. Gegen eine kleine Bestechung werden vielleicht einige gut von dir sprechen, während andere für weniger hinter deinem Rücken über dich spotten. Auf menschliches Urteil ist nicht viel Verlass. Unser Text sagt aber, dass Gott es ist, der gerecht macht, und dies kann durch nichts übertroffen werden. Es ist eine erstaunliche Tatsache, der wir besonders viel Beachtung schenken sollten, denn was sollte Gott dazu veranlassen, schuldige Menschen gerecht zu sprechen? Wir alle haben in offener Feindschaft gegen ihn gelebt. Wir sind fähig und bereit, die schlimmsten Dinge zu tun, selbst Sünden, unter denen wir leiden und die uns schaden, gehen wir mit großem Eifer nach. Wir brechen Gottes Gesetze und treten seine frohe Botschaft mit Füßen. Wir weisen die Verkündigung seiner Gnade zurück und sind ganz zufrieden ohne ihn. Hochmütig urteilen wir über unsere Mitmenschen und sagen, bei diesem oder jenen ist alles hoffnungslos. Doch Gott sieht das alles etwas anders. Er, der in seiner wundervollen Gnade einige Sünder erwählt hat, noch bevor die Welt geschaffen wurde, wird so lange nicht ruhen, bis er sie völlig in das Bild seines Sohnes umgestaltet hat. Schließlich sagt sein Wort, denn Gott hat sie schon vor Beginn der Zeit auserwählt und hat sie vorher bestimmt, seinem Sohn gleich zu werden, damit er der Erstgeborene sein wird unter vielen Geschwistern. Weil Gott sie für dieses Ziel bestimmt hat, hat er sie auch berufen. Und weil er sie berufen hat, hat er sie auch für gerecht erklärt. Und weil er sie für gerecht erklärt hat, hat er ihnen auch Anteil an seiner Herrlichkeit gegeben. Römer 8, Vers 29-30 Wer außer Gott würde jemals daran gedacht haben, mich zu rechtfertigen? Es ist für mich selbst das größte Wunder. Und genauso wirkt seine Gnade auch an anderen. Saulus von Tarsos zum Beispiel, der vor Hass gegen die Kinder Gottes kochte. Wie ein wildes Tier zerriss er rechts und links die Lämmer und Schafe der Herde Jesu. Und doch bestrafte Gott ihn nicht mit dem Tod, sondern er erschien ihm auf dem Weg nach Damaskus, verwandelte sein Herz und rechtfertigte ihn, sodass Saulus innerhalb kürzester Zeit zu Paulus wurde, dem größten Verkündiger des Evangeliums, der jemals lebte. Paulus muss sich oft gewundert haben, dass Gott ausgerechnet ihn durch den Glauben an Jesus Christus gerecht gemacht hatte, wo er doch früher so sehr davon überzeugt war, dass die Errettung nur durch das Halten des Gesetzes komme. Niemand als Gott allein hätte je daran gedacht, einen Mann wie Saulus den Verfolger zu rechtfertigen, aber Gott, der Herr, ist in seiner Gnade ganz anders als wir Menschen. Doch selbst wenn jemand daran gedacht hätte, die Gottlosen zu rechtfertigen, so hätte doch niemand anders als Gott es tun können. Es ist ganz unmöglich, dass jemand Beleidigungen vergeben kann, die nicht gegen ihn selbst gerichtet waren. Wenn jemand die großen Schaden zufügt, kannst du ihm vergeben, und ich hoffe, du wirst es auch tun, aber kein Dritter kann ihm ohne deine Einwilligung vergeben. Vergebung kann von demjenigen ausgesprochen werden, gegen den das Unrecht begangen wurde. Wenn wir gegen Gott gesündigt haben, steht es allein in Gottes Macht zu vergeben. Genau das ist es, was David in Psalm 51 sagt, an dir allein habe ich gesündigt und übel vor dir getan. Vers 6 Nur wenn wir unsere Schuld vor Gott erkennen und ihm auch bekennen, wird Gott die Schuld vergeben. Das was wir Gott schuldig sind, kann er uns durch Christus erlassen, wenn wir ihn darum bitten und wenn er die Schuld erlässt, dann ist sie wirklich erlassen. Nur Gott kann die Gottlosen gerecht machen, aber wenn er es tut, dann macht er es vollkommen. Er wirft unsere Sünden in die Tiefen des Meeres, er löscht sie völlig aus, er sagt, wenn man sie auch suchen wird, so wird doch keine gefunden werden. Aus keinem anderen Grund als aus unendlicher Güte hat er einen Weg geschaffen, durch den er uns unsere Sünden vergeben und sie so weit von uns entfernen kann, wie der Osten fern ist vom Westen. Er sagt, ich will an eure Sünden nicht mehr gedenken. Jeremia 31 Vers 34 Einer der alten Propheten ruft, verwundert aus, wo ist so ein Gott, wie du es bist, der die Sünden vergibt und erlässt die Schuld seines Volkes, der nicht ewig zürnt, denn er ist beim Herzig. Micha 7 Vers 18 Es geht an dieser Stelle weder um menschliche Gerechtigkeit noch darum, dass Gott die Menschen so behandelt, wie sie es verdient hätten. Wenn du mit dem gerechten Gott auf der Basis deiner eigenen Leistung und Verdienste verhandeln willst, droht dir sein gerechter Zorn, denn nichts anderes als das haben wir verdient. Ehre sei seinem Namen, aber er hat uns nicht gemäß unserer Sünden behandelt, sondern er handelt mit uns auf der Grundlage seiner freien Gnade und unendlichen Barmherzigkeit. Glaube es, denn es ist wahr, der große Gott behandelt die verdorbenen Sünder mit unendlicher Barmherzigkeit. Er hat das Recht und die Macht, den Gottlosen so zu behandeln, als wäre er für immer gottesfürchtig gewesen. Lies einmal aufmerksam das Gleichnis geborenen Sohn und achte darauf, dass der Vater den Sohn bei dessen Rückkehr aufnahm, als wäre er nie fortgegangen und als hätte er nie mit Huren zu tun gehabt. Der Vater ging in seiner vergebenen Gnade sogar so weit, dass der älteste Bruder begann, sich zu beschweren, aber der Vater hörte nicht auf, dem zurückgekehrten seine Liebe zu beweisen. Lieber Bruder, wie und Vater zurückkommst, wird er dich behandeln, als hättest du niemals etwas Unrechtes getan. Er will dich als Gerechten ansehen und auch so behandeln. Was sagst du dazu? Ist dir bewusst, wie herrlich es ist, dass obwohl niemand dies für möglich halten würde und keiner dazu fähig wäre, als kann der Apostel Paulus ausrufen. Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist es doch, der gerecht macht. Römer 8, Vers 33 Wenn Gott einen Menschen gerecht macht, dann ist es nach Recht und Gerechtigkeit geschehen und gilt für alle Ewigkeit. In einem Magazin, das voller gehässiger Aussagen gegen das Evangelium steckte, las ich, dass die Vergebung von Sünde keine wirkliche Tatsache, sondern reine Einbildung sei. Doch es gibt keine größeren Tatsachen als die, dass Christus durch sein kostbares Blut Sünden hinwegnimmt und dass Gott um Christi Willen den Schuldigen vergibt und sie gerecht macht, nicht wegen irgendetwas, das er an ihnen vorhersieht oder das ihm gefällt, sondern einzig und allein nach dem Reichtum seiner Gnade. Dies und nichts anderes möchte ich predigen, solange ich lebe. Gott ist es, der die Gottlosen gerecht macht. Er schämt sich nicht, es zu tun, und ich sehe keinen Grund, mich für dieses Evangelium zu schämen. die Rechtfertigung, die von Gott selbst kommt, muss über alle Zweifel erhaben sein. Wer kann mich verdammen, wenn der Richter mich freispricht? Wer will mich beschuldigen, wenn der höchste Gerichtshof im Weltall mich für gerecht erklärt? Die gute Nachricht der Rechtfertigung durch den Glauben ist wie ein Friedensbote für unser ruheloses und ängstliches Leben. Diese Botschaft ist unsere Antwort auf alle Anklagen des Satans und der Gottlosen. Mit ihr können wir in Frieden sterben und mit ihr dürfen wir in Hoffnung auferstehen. Ich glaube an Jesus, der da spricht. Wer glaubt, der kommt nicht ins Gericht. Gott lobt, ich bin schon frei gemacht und meine Schuld ist weg gebracht. Der Herr ist mächtig, alle deine Sünden auszulöschen. Er selbst hat mit eigenen Worten gesagt, alle Sünden und Lästerungen wird dem Menschen vergeben. Ihr sollt erkennen, dass der Menschen Sohn Vollmacht hat, auf der Erde Sünden zu vergeben. Markus 3 Vers 28 und Kapitel 2 Vers 10 Wenn du bis zum Hals in Unrecht steckst, kann er mit einem Wort deine Schuld wegnehmen und sagen, ich will es tun, sei rein. Seine Macht zur Vergebung ist größer als deine Schuld. Ich glaube an die Vergebung der Sünden. Tust du das auch? Jetzt in diesem Moment kann er dir das Versprechen geben. Deine Sünden sind dir vergeben. Gehe hin in Frieden. Und wenn er das tut, kann keine Macht im Himmel oder auf Erden oder unter der Erde dich noch anklagen. Zweifle nicht an der Macht der göttlichen Liebe. Du glaubst, Gott könnte dir nicht vergeben, weil deine Schuld zu groß ist. Du darfst Gottes Maßstäbe nicht mit deinen messen. Seine Gedanken und Wege sind viel höher als deine, wie der Himmel höher ist als die Erde. Du meinst, es wäre ein großes Wunder, Feinlich, dass er es tut, denn er tut große Dinge, die nicht zu erforschen sind. Mich plagten vor meiner Bekehrung furchtbare Schuldgefühle, die mein Leben zerstörten. Als ich aber auf Gottes Befehl hörte, schaut auf mich, so werdet ihr gerettet, all ihr Enden der Erde, denn ich bin Gott und sonst keiner. Jesaja 45 Vers 22 Da schaute ich auf und sah Jesus Christus, der von Gott für mich zur Sünde gemacht und in demselben Moment machte der Herr mich gerecht und gab mir innere Ruhe. In 4. Mose Kapitel 21 wird uns davon berichtet, dass alle, die von den giftigen Schlangen in der Wüste gebissen wurden und auf die Ehrene Schlange blickten, die Mose in Gottes Auftrag angefertigt gesund wurden. Auf dieselbe Weise wird jeder gerettet, der auf Jesus, den gekreuzigten Retter schaut. Der Heilige Geist, der den Glauben schenkt, gab mir durch den Glauben auch Frieden. Ich wurde mit einem Mal so sicher, dass Gott mir vergeben hatte, wie ich mir vorher seines Zorns und meiner Verlorenheit sicher war. Ich war sicher, verloren zu sein, weil es in Gottes Wort deutlich geschrieben stand und weil mein Gewissen es mir bestätigte. Als Jesus mich gerettet hatte, der sagte mir dasselbe Wort und der Heilige Geist in mir, dass ich ganz sicher gerettet bin. Sein Wort sagt, wer an mich glaubt, der wird nicht verdammt. Und sein Geist bezeugt meinem Gewissen, dass ich glaube und dass Gott mir vergibt. Somit habe ich ein äußeres Zeugnis für meine Errettung. Mein Wunsch ist, dass du auf dieselbe Weise das Zeugnis Gottes erlebst und dir deine Rettung durch den Glauben an Jesus Christus sicher bist. Ich möchte sogar behaupten, dass die Rettung eines Sünders, der von Gott gerechtfertigt ist, noch sicherer ist, als schließlich könnte keiner von uns absolut sicher sein, dass wir ausreichend gute Werke getan hätten. Unser Gewissen würde ständig unruhig sein bei den Gedanken, ob die eigene Gerechtigkeit wirklich ausreicht. Aber wenn Gott selbst derjenige ist, der gerecht macht und der Heilige Geist ist bezeugt, indem er uns Frieden mit Gott gibt, dann dürfen wir absolut sicher sein, dass wir in die ewige Ruhe Gottes eingehen. Worte können das nicht beschreiben, was der Mensch erlebt, der von Gott Vergebung empfängt und mit ihm in Frieden lebt, ein Frieden, der höher ist als alle Vernunft. Deshalb warte nicht und suche diesen Frieden jetzt. Wie kann ein gerechter Gott Sünder rechtfertigen? Wir haben uns damit beschäftigt, dass Gott die Gottlosen rechtfertigt und dass dieses Wunder nur ihm allein möglich ist. Zwangsläufig kommt dabei aber die Frage auf, wie kann ein gerechter Gott schuldige Menschen gerecht sprechen? Hierauf gibt uns der Apostel Paulus eine bemerkenswerte Antwort in Römer 3, Verse 21 bis 26. Jetzt aber ist außerhalb des Gesetzes die Gerechtigkeit Gottes offenbar gemacht worden, die von dem Gesetz und den Propheten bezeugt wird, nämlich die Gerechtigkeit Gottes durch den Glauben an Jesus Christus, die zu allen und auf alle kommt, die glauben. Denn es ist kein Unterschied, sie alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten, sodass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden, durch seine Gnade, aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Ihn hat Gott zum Sühnopfer bestimmt, das wirksam wird durch den Glauben an sein Blut, um seine Gerechtigkeit zu erweisen, weil er die Sünden ungestraft ließ, die zuvor geschehen waren, als Gott Zurückhaltung übte, um seine Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit zu erweisen, damit er selbst gerecht sei und zugleich den rechtfertigt, der aus dem Glauben an Jesus ist. An dieser Stelle möchte ich ein wenig von meiner persönlichen Erfahrung weitergeben. Als der Heilige Geist mir meine eigene Sünde enthüllte, bekam ich eine klare und deutliche Vorstellung davon, wie heilig und gerecht Gott ist. Die Sünde wurde für mich zu einer unerträglichen Last. Es war nicht so sehr die Hölle, die ich fürchtete, sondern vielmehr die Sünde an sich. Meine Sündhaftigkeit wurde für mich eine so entsetzliche Tatsache, dass ich davon überzeugt war, Gott müsse mich auf dieser Stelle bestrafen, aber er tat es nicht. Ich dachte, dass der Richter der Welt dazu verpflichtet wäre, mich für eine schlimme Sünde zu verdammen. Dabei nahm ich mich zum Verderben und wenn ich Gott gewesen wäre, hätte ich nichts anderes tun können, als ein so sündiges Geschöpf für mich in die unterste Hölle hinab zu senden. Die ganze Zeit über war ich so sehr um Gottes Ehre und die Heiligkeit seines Gesetzes besorgt, dass ich das Gefühl hatte, es wäre Unrecht, wenn Gott mir vergeben würde. Ich war überzeugt, dass die Sünden, die ich begangen hatte, bestraft werden mussten. Also kam bei mir die Frage auf, wie Gott gerecht sein könne, wenn er jemanden wie mich gerecht spricht. Wie kann er gerecht sein und Sünder gerecht machen? Mich quälte diese Frage und ich bin sicher, dass ich bis heute keine Antwort hätte finden können, die mein unruhiges Gewissen befriedigt hätte. Deshalb ist die biblische Lehre von der Versöhnung für mich einer der sichersten Beweise für die göttliche Eingebung der Heiligen Schrift. Wer hätte sich jemals ausdenken können, dass ein gerechter Herrscher für ungerechte aufständische Rebellen stirbt? Dies kann keine menschliche Idee sein. Wir können uns biblische Versöhnung zwischen Gott und dem Sünder nur deshalb vorstellen, weil sie eine Wahrheit ist, die Gott von außen an uns herangetragen hat. Bereits als kleines Kind hatte ich von Gottes Heilsplan und dem Opfer Jesu gehört, aber eigentlich verstande ich nichts von all dem. Das Licht war da, aber ich war blind. Deshalb war es nötig, dass Gott mir meine Augen öffnete und es mir begreiflich machen würde. In dem Moment, in dem Gott dieses Wunder bewirkte und ich das Evangelium verstand, kam es mir vor wie eine völlig neue Offenbarung, so als hätte ich vorher nie in der Bibel gelesen. Ich erkannte, Jesus die Stelle von Sündern einnahm, damit wir Sünder vor Gott den Platz des Gerechten einnehmen können. Ich verstand nun, dass die Errettung nur durch das stellvertretende Opfer ermöglicht werden konnte und dass Gott schon vor der Schöpfung die Vorkehrung für eine solche Stellvertretung getroffen hatte, indem er seinen ewigen und göttlichen Sohn zum Opfertod bestimmt hatte, um somit die Rettung der Auserwählten zu garantieren. Christus musste stellvertretend für sie leiden und sie durch seinen Tod erkaufen und durch seine Auferstehung rechtfertigen. Denn wie der Sündenfall in erster Linie nicht durch uns persönlich geschah, da wir in unserem bundesmäßigen Vertreter dem ersten Menschen fielen, so wurde es auch möglich, dass wir durch einen zweiten Stellvertreter von dem Fluch des Pfalz erlöst werden konnten. Vergleiche Römer 3 Vers 12 folgende Noch bevor ich tatsächlich aktiv gesündigt hatte, wurde ich durch die Sünde Adams ein Feind Gottes und es wurde mit dem Recht nach möglich, mich durch einen zweiten Vertreter wieder mit Gott zu versöhnen. Ich verstand nun durch den Glauben, dass Gottes Sohn gerade dazu Mensch geworden ist, um sich als völlig gerechter für meine Sünden zu opfern. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Jesaja 53 Vers 5 Wie steht es mit dir? Hast du diese Wahrheit verstanden? Glaubst du, dass Gott völlig gerecht sein kann, indem er weder die Strafe einfach erlässt, noch seine Barmherzigkeit aufgibt, indem er die Gottlosen, die sich zu ihm wenden, durch das freiwillige stellvertretende Opfer seines eigenen Sohnes rechtfertigt und dadurch die Forderung seines heiligen Gesetzes erfüllt? Christus trug die Strafe, die ich verschuldet hatte. Deshalb wird Gott mich für diese Schuld nicht mehr zur Rechenschaft ziehen. Durch den Tod Christi wurde der Rechtsanspruch Gottes in vollem Maße erfüllt, als wenn alle Sünder die gerechte Strafe der ewigen Hölle ertragen müssten. Dass der Sohn Gottes für die Sünder litt, war ein übertragender Beweis für Gottes souveräne Gnade. Jesus hat um unseretwillen die Todesstrafe erlitten. Dort am Kreuz geschah das größte Wunder der Welt. Der großartigste Anblick, den wir je erleben werden. Dort hängt er, der wahre Gott und wahre Mensch und erträgt unaussprechliche Schmerzen, der Gerechte für die Ungerechten, damit er uns zu Gott führe. 1. Petrus 3, Vers 18. Was ist das für ein Anblick, wenn der einzig Unschuldige bestraft, der Allerheiligste verurteilt, der ewig Hochgelobte zum Fluch gemacht wird und der unendlich Herrliche einen demütigenden Tod erduldet. Je mehr ich auf die Leiden Jesu blicke, umso gewisser bin ich, dass durch sie meine Rettung ermöglicht wurde. Denn warum sollte er leiden, wenn nicht um die Strafe von uns abzuwenden? Und wenn er sie tatsächlich durch seinen Tod abwandte, dann ist sie ganz sicher abgewandt und für alle, die an ihn gibt es keinen Grund mehr, sich zu fürchten. Jetzt, da für die Sünde ein vollkommenes Opfer gebracht wurde, kann Gott vergeben, ohne die Gerechtigkeit seines Thrones zu erschüttern oder auch nur im geringsten gegen sein Gesetz zu verstoßen. Der Zorn Gottes über unsere Schuld, worin sie auch immer bestehen mag, muss über all unsere Vorstellungen hinaus schrecklich sein. Wenn wir den Herrn der Herrlichkeit am Kreuz rufen hören, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Dann spüren wir, dass der Gerechtigkeit Gottes vollkommenen Genüge getan ist, durch den vollkommenen Gehorsam und den schrecklichen Tod des Gottes Sohns. Wenn Gott selbst diesen Weg geht, um sein Gesetz zu erfüllen, was könnte ein Mensch demnoch hinzufügen. Das, was Christus durch seinen Sühnöpfer bewirkt hat, ist größer als die gesamte Schuld der Menschheit zusammengenommen. Das große Meer der aufopfernden Liebe Jesu kann die Berge unserer Sünde allesamt verschlingen. Dieser, ein Stellvertreter der Menschheit bringt so unendlich viel Gutes da, dass Gott um seinet Willen gnädig auf andere Menschen blicken kann. Wie unwürdig sie auch selbst sein mögen. Es war das größte Wunder, dass der Herr Jesus Christus unseren Platz einnahm und trug, dass wir ihn nimmer trügen, für uns des Herrn gerechten Zorn. Gott kann den Sünder verschonen, weil er seinen eigenen Sohn nicht verschonte. Er kann an unserer Übertretung vorüber gehen, weil sein Sohn die Strafe dafür auf sich nahm. Wenn du an Jesus glaubst, und genau das ist es, worauf es ankommt, dann hat Christus deine Sünden für immer weggetan. Aber was bedeutet es, an ihn zu glauben? Es bedeutet nicht nur zu sagen, ja, ich erkenne an, dass er Gottes Sohn und Retter von meinen Sünden ist, sondern es heißt auch und vor allem, dass man ihm völlig und in allen Dingen vertraut und ihn von jetzt an und für immer als persönlichen Retter und Herrn annimmt. Wenn du das Verlangen spürst, Jesus Christus haben zu wollen, dann hat er dich bereits. Wenn du auf ihn vertraust, kannst du nicht zur Hölle gehen, das sage ich dir, denn das würde bedeuten, dass Jesu Opfer wirkungslos wäre. Es ist unmöglich, dass Gott Jesu Opfer annehmen, aber gleichzeitig den Menschen, für den Christus es dargebracht hat, verurteilen würde. Wenn der Gläubige doch verdammt werden könnte, wozu dann das wertvolle Opfer? Wenn Christus an meiner Stelle starb, warum sollte ich dann auch sterben? Jeder, der auf Christus vertraut, hat einen Anspruch darauf, dass das Opfer tatsächlich für ihn dargebracht wurde. Durch den Glauben hat er seine Hände darauf gelegt und es zu seinem Eigen gemacht. Deshalb darf er sicher sein, dass er von Gottes Zorn befreit ist. Möge Gott dir die Gnade geben, jetzt gleich auf Jesus zu schauen und bei ihm die Quell der Gnade zu finden. Er erklärt die Gottlosen für gerecht. Gott ist es, der gerecht macht. Aus diesem Grund und durch das Versöhnungsopfer seines Sohnes ist es möglich und gerecht, so dass am letzten Tag, wenn Himmel und Erde vergehen werden, niemand da sein wird, der die Gültigkeit und die Wirksamkeit des Opfers Jesu anzweifeln kann. Wer will gegen Gottes auserwählte Anklage erheben? Gott ist es doch, der rechtfertigt. Wer will verurteilen? Christus ist es doch, der gestorben ist, ja mehr noch, der auch auferweckt ist, der auch zur rechten Gottes ist, der auch für uns eintritt. Römer 8 Vers 33 bis 34 Sieh ein, dass du ohne Jesus verloren bist, und wenn du auf ihn vertraust, dann sei sicher, dass alles Nötige getan ist. Vielleicht sagst du, ich habe nichts, was ich als Gegenleistung bringen kann. Gott hat dich nicht darum gebeten, ihm etwas zu geben. Ein Mensch, der sein Leben retten will, kümmert sich nicht darum, was er geben kann. Er wirft sich auf seinen Retter entgegen, so wie er ist. Ich will dir von mir erzählen, um dich zu ermutigen. Meine einzige Hoffnung auf den Himmel liegt in dem Opfer, das Gott am Kreuz auf Golgatha für den Gottlosen dargebracht hat. Darauf verlasse ich mich fest. Ich setze nicht die geringste Hoffnung in irgendetwas anderes. Du bist in derselben Situation wie ich und hast nichts an dir oder in deinem Besitz, was dich retten könnte. Deshalb komm mit mir und lass uns gemeinsam vor dem Kreuz stehen und unser Leben ein für allemal dem an Vertrauen, der sein Blut für die Sünder vergoss. Wenn deine Hoffnung enttäuscht werden sollte, dann muss auch meine enttäuscht werden. Was kann ich mehr tun, um dir mein Vertrauen auf das Evangelium zu beweisen? Befreit von Sünde Das folgende Kapitel gilt denen, die von der Rechtfertigung durch den Glauben an Jesus Christus überzeugt sind, die aber gleichzeitig entmutigt sind, weil sie nicht aufhören können zu sündigen. Wir können niemals wirklich glücklich ruhig und geistlich gesund sein, bis wir den Zustand vollkommener Heiligkeit erreicht haben, das heißt, völlig von der Sünde befreit sein. Aber wie soll das gehen? Das ist eine wichtige Frage. Die alte Natur ist sehr stark und viele haben versucht, sie unter Kontrolle zu bekommen, aber sie will sich einfach nicht bändigen lassen und nach jedem Versuch etwas daran zu ändern scheint es noch schlimmer zu sein als vorher. Das Herz ist so hart, der Wille so widerspenstig und die Leidenschaften so stark, dass es sich anfühlt als wohne in ihrem Inneren eine wilde Bestie, die eher alles zerstören würde, als sich regieren zu lassen. Wir können von unserer sündigen Natur dasselbe sagen, was über den Leviathan gesagt wird. Kannst du etwa mit ihm spielen wie mit einem Vogel oder ihn an die Leine nehmen? Hiob 40 Vers 25 Genauso wenig wie ein Mensch wehig ist, den Wind in seiner hohlen Hand festzuhalten, ist er auch nicht in der Lage, durch eigene Kraft seine sündige Natur zu beherrschen. Das zu schaffen, wäre eine größere Heldentat als die aus den Geschichten des Herkules. Gott allein kann es schaffen. Jemand sagte zu mir, ich könnte glauben, dass Jesus meine Sünden vergeben kann, mein Problem ist aber, dass ich ständig und leicht fertig sündige. So sicher wie ein Stein, der in die Luft geworfen wird, bald wieder auf die Erde fällt, kehre ich immer wieder zu meinen sündigen Gewohnheiten zurück, auch dann, wenn ich gerade erst durch eine Predigt angesprochen wurde. Ich bin so leicht von der Sünde gezogen und wie gefesselt, dass ich ihr nicht entkommen kann. Geht es dir ähnlich, dann möchte ich dir sagen, dass die Errettung eine traurige und unvollkommene Errettung wäre, wenn sie nicht auch diesen Teil unserer verdorbenen Natur überwinden könnte. Wir müssen sowohl begnadigt als auch gereinigt werden. Rechtfertigung ohne Heiligung wäre keine Errettung. Es wäre als würde man einen Aussätzigen rein nennen und ihn an seiner Krankheit sterben lassen, als würde man dem Rebellen seinen Aufstand vergeben und ihm erlauben, ein Feind des Königs zu bleiben. Eine solche Errettung würde die Folgen hinweg nehmen, aber die Ursache ignorieren, was für uns eine endlose und hoffnungslose Qual bedeuten würde. Der Herr Jesus kam, um die Sünde auf drei Weisen hinweg zu nehmen. Er kam, um uns von der Strafe der Sünde, der Macht der Sünde und zuletzt von der Gegenwart der Sünde zu befreien. Wenn du einmal erlebt hast, wie er die Macht der Sünde in deinem Leben zerbrochen hat, befindest du dich auf dem Weg zur Befreiung von der Gegenwart der Sünde. Ihr wisst, dass er erschienen ist, um unsere Sünden wegzunehmen. Der Engel, der die Geburt unseres Herrn ankündigte, sagte zu Maria, sein Name soll Jesus heißen, denn er wird sein Volk erretten von ihren Sünden. Matthäus 1 Vers 21 Jesus kam, um die Werke des Teufels in uns zu zerstören. Das, was bei seiner Geburt gesagt wurde, verkündete auch sein Tod. Als einer der Soldaten seine Seite durchstach, floss Blut und Wasser heraus, ein Sinnbild dafür, dass er für unsere Schuld bezahlt und uns von unserer Unreinigkeit abgewaschen hat. Dies beschreibt sowohl die absolute Heiligung, durch die Gott uns jetzt schon als Heilige und Gerechte ansieht, als auch die beständige Heiligung, die Gott nach und nach in uns bewirkt. Wer durch die Macht der Sünde und die Neigung zum Bösen beunruhigt wird, dem möchte ich eine Verheißung geben, die Gott, der nicht lügen kann, in Hesekiel 36 Vers 26 ausgesprochen hat. Ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und will das steinerne Herz aus eurem Fleische wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Wir sehen, wie sehr Gott sich danach sehnt, dass unsere Herzen verändert werden. Mehrmals sagt er, ich will, ich will geben und ich will wegnehmen. Das sagt der König der Könige, der die Macht hat, alles zu tun, was in seinem Willen ist und dem kein Plan misslingen wird. Der Herr weiß gut genug, dass du dein Herz nicht ändern kannst. Er weiß aber auch, dass er es kann. Er kann einen neuen Menschen aus dir machen. Durch ihn kannst du von neuem geboren werden. Das ist ein Wunder seiner Gnade, das er durch seinen Heiligen Geist bewirkt. Nehmen wir an, jemand würde am Fuß des Niagara Fall stehen und dem Wasser befehlen, bergauf zu fließen. Das wäre ein unglaubliches Wunder und niemand anders als Gott allein könnte das bewirken. Das soll nur ein Bild dafür sein, was geschieht, wenn Gott in den Lauf der natürlichen Dinge eingreift, wie er es bei denen tut, die er durch die Wiedergeburt völlig umgestaltet. Bei Gott sind alle Dinge möglich. Er kann dein Willen, dein Wesen, ja dein ganzes Leben umkrempeln und kann machen, dass du dich zu ihm hin aufrichtest anstatt immer weiter abwärts und von ihm weg. Und genau das ist es, was er auch denen versprochen hat, die im Glauben an Christus mit ihm verbunden sind. Er will ihnen ein neues Herz und einen neuen Geist geben und will das steinerne Herz hinweg nehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Was für eine wunderbare Verheißung und sie ist uns in Jesus Christus zur absoluten Gewissheit geworden. Ergreife sie und wende sie auf dich an, damit sie dich erfüllt und wir in Ewigkeit gemeinsam Gott für die wunderbare Verwandlung preisen, die er in seiner großen Gnade in uns bewirkt hat. Eine sehr wichtige Sache möchte ich noch hinzufügen. Wenn der Herr das steinerne Herz von uns genommen hat, dann kann keine Macht der Welt dies je wieder rückgängig machen oder uns das neue Herz und den neuen Geist den er uns gibt wegnehmen. Denn Gott wird seine Gnadengaben und Berufungen nicht bereuen. Er nimmt nichts von dem weg, was er einmal gegeben hat. Wenn er dich einmal erneuert, dann wirst du für alle Ewigkeit erneuert sein. Jeder Versuch des Menschen sich selbst zu bessern und zu reinigen, taugen nichts, wie ein Hund, der auffrisst, was er gerade ausgespuckt hat. Wenn Gott aber uns ein neues Herz gibt, so ist dieses neue Herz für immer da und wird sich nie wieder zu Stein verhärten. Das ist unsere Hoffnung und unser Trost. Roland Hill schrieb einmal ein außergewöhnlich gutes Gleichnis von der Katze und dem Schwein. Ich möchte versuchen, es mit eigenen Worten wiederzugeben, um zu verdeutlichen, was Jesus meinte, als er sagte, ihr müsst von Neuem geboren werden. Hast du jemals eine Katze beobachtet? Sie ist ein sehr gepflegtes Tier. Geschickt wäscht sie sich mit ihrer Zunge und ihren Pfoten. Habt ihr dasselbe jemals bei einem Schwein gesehen? Ganz bestimmt nicht, denn schließlich ist es gegen seine Natur. Ein Schwein zieht es vor, sich im Schlamm zu wälzen. Jetzt versuche einmal, einem Schwein beizubringen, sich zu waschen. Du wirst keinen Erfolg damit haben. Es wäre für das Schwein sehr wichtig, dass es lernen würde, sauberer zu sein. Aber es wird das niemals lernen. Man kann zwar versuchen, das Schwein mit Gewalt zu waschen, aber sobald es seine Möglichkeit bekommt, wird es wieder zum Schlamm zurückrennen und ist bald genauso schmutzig wie vorher. Die einzige Möglichkeit, ein Schwein zum Waschen zu bringen, wäre, sie in eine Katze zu verwandeln. Dann wird sie sich waschen und sauber sein. Nehmen wir an, eine solche Verwandlung wäre tatsächlich geschehen. Dann wäre das Unmögliche möglich gemacht, und das Schwein würde sich für die Wohnstube eignen. Dasselbe Prinzip gilt für den Gottlosen. Man kann ihn nicht dazu zwingen, etwas zu tun, was ein Wiedergeborener gerne tut. Man kann es ihm vorleben und erklären, aber er wird niemals ein Leben in der Heiligung führen, weil er keinen Sinn dafür hat. Es entspricht einfach nicht seiner Natur. Wenn Gott aber einem neuen Menschen aus ihn macht, wird es völlig anders aussehen. Die Veränderung, die Gott in einem Christen schafft, ist so groß, dass ich einmal einen Neubekehrten sagen hörte, entweder ist die ganze Welt verändert oder ich bin es. Die Sehnsucht eines Menschen, der in Christus eine neue Schöpfung geworden ist, danach Gott zu gefallen und seinen Willen zu befolgen, ist so natürlich, wie seine alte Natur Freude daran hatte, Unrechtes zu tun. Die Wiedergeburt ist ein unglaublich großer Segen und nur der Heilige Geist kann es verwirklichen. Hast du jemals über dieses Wunder gestaunt, dass Gott einem Menschen ein neues Herz und einen neuen Geist gibt? Vielleicht hast du schon einmal einen Hummer gesehen, der mit einem anderen Hummer gekämpft und dabei eine seiner Scheren verloren hatte und an deren Stelle eine neue gewachsen Das ist ein bemerkenswertes Wunder von Gottes Schöpfung, aber es ist nichts im Vergleich dazu, wenn einem Menschen ein neues Herz gegeben wird. Dieses Wunder geht über die Kräfte der Natur hinaus. Stell dir einen Baum vor. Wenn man einen seiner Äste abschneidet, kann an dieser Stelle irgendwann ein anderer Ast wachsen. Aber kann man aus einem Apfelbaum einen Kirschbaum machen? Kann etwa ein Dornbusch Feigen tragen? Zwar kann man in einen Baum etwas anderes einpropfen, was ein kleines Gleichnis für Gottes Werk der Gnade wäre, aber einen Baum völlig in einen anderen zu verändern, das ist uns Menschen unmöglich. Doch genau das tut Gott in allen denen, die an Jesus Christus glauben. Setze dein Vertrauen auf den Herrn Jesus Christus, dann wird er dein steinernes Herz nehmen und dir ein fleischernes geben, damit alles, was sich gegen ihn richtet, von nun an auf ihn ausgerichtet ist. Ich habe selbst diese wunderbare Verwandlungen des menschlichen Wesens erlebt und habe keinen Zweifel daran, dass es wirklich aus Gottes Kraft heraus geschah. Ich könnte viele Beispiele nennen von Menschen, die vor ihrer Bekehrung ein völlig verdorbenes Leben ohne Regeln und Gesetz führten und die jetzt große Vorbilder für ein anständiges geordnetes Leben sind. Ich kenne Männer, die fluchten, stahlen und hemmungslos zechten und die jetzt, nachdem sie zu Christus gefunden haben, für ihr ganzes Umfeld zum Segen und zur Freude wurden. Gott hat sie zu ehrlichen, vernünftigen und liebevollen Christen gemacht. Wo auch immer Gott in seiner rettenden Gnade einem Menschen begegnet ist, da hat er ihm das gottlose Wesen genommen und hat ihn anständig, gerecht und im Glauben stark gemacht. Dasselbe kann er auch in dir bewirken. Vielleicht sagst du, ich wünschte, ich könnte mich auch so ändern, aber ich schaffe es nicht. Wer hat etwas davon gesagt, dass du es könntest? Der Bibelferst, den ich oben angeführt habe, redet nicht von dem, was du, der Mensch tun willst oder sollst, sondern davon, was Gott tut. Es ist Gottes Verheißung und es liegt an ihm, diese Verheißung zu erfüllen. Vertraue enthält und du wirst es erleben. Du fragst, wie das möglich ist? Was geht das dich an? Muss Gott dir etwas sein Wirken erklären, bevor du ihm glauben willst? Gottes Wirken in der Errettung vom Menschen ist eines der größten Geheimnisse. Wenn Gott ein Versprechen gegeben hat, dann steht er auch dazu und wird es erfüllen. Allen, die Jesus aufnahmen, denen gibt er Macht, Gottes Kinder zu werden. Glaubst du das? Glaubst du, dass Gott nicht lügen kann und vertraust du ihm, dass er in dir ein neues Herz und einen neuen beständigen Geist schaffen kann? Ich hoffe und bete, dass der Herr dir diesen Glauben schenkt, den Glauben an seine Verheißung, an seinen Sohn und an die Kraft seines heiligen Geistes. Ihm gehören das Lob und die Ehre und der Ruhm in aller Ewigkeit. Amen. Aus Gnade durch den Glauben Gnade seid ihr errettet durch den Glauben. Epheser 2 Vers 8 Es wäre gut, wenn wir unseren Blick dankend und anbetend auf die Quelle unserer Errettung lenken, die Gnade Gottes. Aus Gnade seid ihr errettet. Weshalb werden sündige Menschen begnadigt, zur Umkehr geführt, gereinigt und errettet? Die Antwort ist, weil Gott gnädig ist. Nicht wegen irgendetwas, das Gott an den Menschen gefällt, sondern wegen seiner grenzenlosen Liebe, Güte, Barmherzigkeit und Gnade. Hast du Gottes Gnade schon jemals so betrachtet? Wie tief und weitreichend die Gnade Gottes wirklich ist, können wir nur erahnen. Wie alle übrigen Eigenschaften Gottes ist sie unendlich. Wir können wissen, dass Gott voller Liebe ist, denn sein Wort sagt, Gott ist Liebe. 1. Johannes 4, Vers 8 Grenzenlose Liebe und Güte entsprechen seinem innersten Wesen, weil seine Gnade ewig wert, hat, hat er die Menschheit nicht aufgegeben, weil seine Barmherzigkeit kein Ende hat, zieht er Sünder zu sich und schenkt ihnen Vergebung. Mache dir diese Dinge bewusst, um Gott so zu erkennen, wie er ist, und damit du davor bewahrt bleibst, auf deinen Glauben zu vertrauen, der zwar wichtig, aber nur der Kanal ist, durch den Gottes Gnade zu uns fließt, und dass du nicht die Gnade aus den Augen verlierst, die ja die Quelle und der Ursprung deines Glaubens ist. Unser Glaube ist das Ergebnis von Gottes Gnade an uns. Niemand kann sagen, dass Jesus der Herr ist, ohne durch den Heiligen Geist. 1. Korinther 12, Vers 3 Es kann niemand zu mir kommen, sagt Jesus, es sei denn, dass der Vater ihn zieht. Johannes 6, Vers 44 So ist der Glaube, der mit anderen Worten das Kommen zu Christus ist, das Ergebnis des göttlichen Ziehens. Die Gnade Gottes ist der erste und letzte Beweggrund zu unserer Errettung, und der Glaube ist ein wichtiges Werkzeug, das Gott in seiner Gnade gebraucht. Wir werden allein durch den Glauben errettet, aber die Errettung geschieht allein aus Gnade. Das und nichts anderes ist die frohe Botschaft für Sünder. Der Glaube ist wie ein Kanal oder eine Leitung, die Gnade ist die Quelle und der Strom, der durch die Leitung fließt, ein Wasserstrom, der Gnade, um den verdurstenden Menschen zu erretten. Wie groß ist der Schaden, wenn die Leitung zerbrochen ist? Besichtigt man die Ruinen des alten Roms, dann kann man die vielen schön verzierten Wasserleitungen und Kanäle sehen, die aber ihren Zweck der Stadt, Wasser zuzuführen, nicht mehr erfüllen, weil ihre Burgen zerbrochen sind und sie in Trümmern liegen. Die Wasserleitung muss intakt sein, wenn sie das Wasser von seiner Quelle zu seinem Ziel bringen soll. Ebenso muss auch der Glaube echt und gesund sein. Sein Ursprung muss in Gott liegen und er muss zu uns herab führen, wenn er unsere Seele Rettung bringen soll. Doch ich möchte noch einmal daran erinnern, dass der Glaube nur der Kanal ist und nicht die Quelle der Errettung und dass wir ihn nicht über die göttliche Gnade stellen dürfen. Ein wirklich wertvolles, ewiges und glückliches Leben besteht darin, dass wir aufsehen auf Jesus und nicht darin, dass wir aufsehen zu unserem Glauben. Dem, der glaubt, sind alle Dinge möglich. Aber die Kraft dazu liegt nicht im Glauben selbst, sondern in Gott, dem Anfänger und Vollender des Glaubens. Die Gnade ist die Lokomotive und der Glaube ist die Kette, die den Wagen der Seele fest an die ziehende Kraft der Gerechtigkeit, die durch den Glauben kommt, besteht nicht in einer vorbildlichen Form des Glaubens, sondern sie kommt durch die Gerechtigkeit Jesu, auf die der Glaube hofft, die der Mensch im Glauben ergreift und sich aneignet. Innere Gewissheit unseres Heils erhalten wir nicht dadurch, dass wir auf unseren eigenen Glauben schauen. Sie kommt uns von dem, der unser Friede ist, vergleiche Epheser 2, Vers 14, auf den der Glaube hofft, so dass die Seele mit Kraft erfüllt wird. Du sollst wissen, dass die Schwachheit deines Glaubens für Gott kein Grund wäre, dich aufzugeben oder zu verlassen. Auch eine schwache und zitternde Hand kann eine Gabe empfangen. Die Errettung durch Jesus erhalten wir auch dann, wenn unser Glaube nur so groß ist wie ein Senfkorn. Die Kraft zur Errettung liegt nicht in unserem Glauben, sondern in der Gnade Gottes. Die besten Botschaften können durch dünne Telefondrähte übertragen werden. Die beste Botschaft der Welt, das Evangelium von Jesus Christus, kann der Heilige Geist durch einen Glauben dünn wie ein Faden, der kaum sein eigenes Gewicht trägt, dem Herz eines Menschen vermitteln. Vertraue auf den Herrn Jesus, schaue auf ihn und auf Gottes Gnade, die in Jesus sichtbar geworden ist, und schaue nicht so sehr auf dich selbst. Was ist rettender Glaube? Was genau macht diesen Glauben aus, von dem gesagt wird, aus Gnade seid ihr errettet, durch den Glauben? Es gibt unzählige Beschreibungen dieses Glaubens, aber fast alle, die mir untergekommen sind, haben bewirkt, dass ich weniger davon verstand als vorher. Jemand sagte einmal, als er ein biblisches Kapitel vorgelesen hatte, dass er nun eine Konfusion dazu geben wolle, und sehr wahrscheinlich tat er das auch, obwohl er eigentlich eine Illustration meinte. Wir können den biblischen Glauben erklären, bis kein Mensch Schmert, davon versteht. Meine Hoffnung ist, dass ich nicht denselben Fehler begehe. Der Glaube ist die einfachste Sache der Welt, und vielleicht ist genau das der Grund, weshalb er so schwierig zu erklären ist. Der Glaube besteht aus drei Dingen. Kenntnis, für Wahrhalten und Vertrauen. Zuerst kommt die Kenntnis. Wie aber sollen sie glauben, wenn sie noch nie etwas von ihm gehört haben? Ich muss also zuerst von einer Tatsache wissen, bevor es mir möglich ist, an sie zu glauben. Der Glaube kommt durchs Hören der Botschaft. Römer 10 Vers 17 Wir müssen hören, um zu wissen, was geglaubt werden soll. Darum hoffen auf dich alle, die deinen Namen kennen. Psalm 9 Vers 11 Man muss also sagen, dass ein gewisses Maß an Wissen zum Glauben nötig ist. Deshalb ist es auch so wichtig, sich Wissen anzueignen. Hört auf meine Worte und kommt her zu mir, damit eure Seele lebt. Jesaja 55 Vers 3 Das war die Botschaft des Propheten Jesaja und es ist dieselbe Botschaft des Evangeliums. Studiere die Bibel, damit du lernst, was der Heilige Geist darin über Jesus und das Heil durch den Glauben an ihn sagt. Suche nach Gott, um ihn zu erkennen. Wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass es ihn gibt und dass er die belohnt, die ihn aufrichtig suchen. Hebräer 11 Vers 6 Es ist meine Hoffnung und mein Gebet, dass der Heilige Geist dir Wissen über Gott, über sein Wesen und sein wunderbares mehr über das Evangelium erfährst, über die bedingungslose Vergebung und die Veränderung des Herzens darüber, wie Gott die Gläubigen durch Christus in seine Familie adoptiert und über die damit verbundenen Segnungen. Aber vor allem lerne Jesus Christus, den Sohn Gottes, den Retter der Welt kennen, der in dem er Mensch wurde, uns ähnlich wurde und doch gleichzeitig wahrer Gott ist, was ihn zum einzigen Mittler zwischen Gott und den Menschen macht. Er allein hat die Macht, Sünden zu vergeben und Menschen mit Gott zu versöhnen. Deshalb ist es wichtig, dass du immer mehr über Jesus und seinen Opfertod erfährst. Denn der entscheidende Punkt des Glaubens lautet, Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selbst, indem er ihnen ihre Sünden nicht anrechnete und das Wort der Vertraue dieser Botschaft, denn sie ist der größte Trost für schuldenbeladene Menschen. Gott hat ihn, seinen Sohn, der niemals eine Sünde begangen hatte, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zu der Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. 2. Korinther 5, Vers 21. Der Glaube beginnt mit der Kenntnis dieser Dinge. Doch es geht noch weiter, denn der wahre Glaube ist das Vertrauen darauf, dass diese genannten Dinge wahr sind. Der Gläubige vertraut darauf, dass Gott existiert und dass er sich von denen finden lässt, die ihn wirklich aufrichtig suchen. Er vertraut darauf, dass das Evangelium Gottes Heilsbotschaft ist, dass die Rechtfertigung durch den Glauben der Wahrheit entspricht und dass Gott diese Botschaft durch seinen Geist offenbart hat und sie deshalb völlig frei von Irrtümern ist. Der Gläubige vertraut darauf, dass Jesus Christus unser wahrer Gott und Heiland, der Erlöser der Menschen, der Prophet, Priester und König seines Volkes ist. All das wird derjenige, der den lebendigen Glauben hat, als absolut zuverlässige Wahrheiten annehmen und er wird sie nicht in Frage stellen. Glaubst du, dass das Blut Jesu Christi uns reinigt von aller ausreicht und dass Gott die Menschen annimmt, die an Jesus Christus glauben? Glaubst du das? Der Unterschied zwischen gewöhnlichen Glauben und rettenden Glauben liegt hauptsächlich in dem Gegenstand, auf den er sich ausrichtet. Glaubst du dem Zeugnis Gottes, wie du dem Zeugnis deines eigenen Vaters oder Freundes glaubst? Denn wenn wir das Zeugnis von Menschen annehmen, so ist Gottes Zeugnis Eines ist noch nötig, um den Glauben vollständig zu erklären, das Vertrauen. Setze dein Vertrauen auf den barmherzigen Gott, baue deine ganze Hoffnung auf das Evangelium, vertraue dem gekreuzigten und auferstandenen Heiland deinem Leben an, lass dich durch das Blut Jesu mit Gott versöhnen und von ihm reinigen, ziehe die vollkommene Gerechtigkeit Jesu an, die nötig ist, damit Gott dich annimmt. Das Vertrauen ist der Kern des Glaubens. Es gibt kein rettenden Glauben ohne Vertrauen. Die Puritaner versuchen das Wort Glauben mit Abstützen wiederzugeben. Sie sagten, stützt euch mit eurem ganzen Gewicht auf Christus. Noch besser wäre es zu sagen, fallt der ganzen Länge nach hin und liegt auf dem Fels des Heils. Wirf dich auf Jesus, Ruhe auf ihn, befehle dich ihm an. Wenn du das getan hast, dann bist du durch den Glauben errettet. Errettender Glaube ist keine blinde Sache, denn er gründet auf der Kenntnis dem sicheren Wissen von Gott und seinem Heil. Errettender Glaube ist nichts Spekulatives, denn er glaubt an Tatsachen, von denen er absolut überzeugt ist. Errettender Glaube ist weder theoretisch noch bloße Träumerei, denn er vertraut und wagt und setzt alles auf die Wahrheit der Offenbarung. So ist wahrer Glaube. Errettender Glaube besteht darin, dass man sicher weiß, dass Jesus Christus der ist, der er zu sein behauptet. Und der Glaubende vertraut darauf, dass Gott alles einhalten wird, was er zugesagt hat. Die Bibel spricht klar und deutlich von Jesus Christus als von dem Sohn Gottes in menschlicher Gestalt. Sie sagt von ihm, dass er in seinem ganzen Wesen vollkommen sündlos ist und ihre Hauptbotschaft ist das Opfer, das Jesus mit seinem eigenen Leib für unsere Sünden am Kreuz darbrachte. Die Bibel sagt außerdem, dass Jesus durch seinen Tod und seine Auferstehung von den Toten die Sünde besiegt und den Glaubenden ewige Gerechtigkeit gebracht hat und dass er in alle Ewigkeit lebt, dass er in die himmlische Herrlichkeit hinaufgestiegen ist und an der rechten Seite von Gottes Thron sitzt, um uns, die Gläubigen, im Gebet zu vertreten. Gott hat ihm alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben, mit der er sein Volk regiert und schützt. Er wird schon bald wiederkommen, um auf der Erde Gerechtigkeit und Recht wiederherzustellen. Dies sind die Dinge, an die wir glauben müssen, denn Gott, der Vater selbst, hat es bezeugt, als er sprach, dies ist mein lieber Sohn, den sollt ihr hören. Lukas 9, Vers 35 Dasselbe wird auch von Gott, dem Heiligen Geist, sowohl in dem von Gott eingegebenen Wort als auch durch die vielen Wunder in den Herzen der Menschen, bezeugt. Und an die Echtheit dieser Zeugnisse müssen wir glauben. Der Glaube nimmt an, dass Christus tun wird, was er versprochen hat. Er vertraut darauf, dass Jesus keinem, der zu ihm kommt, abweisen wird, weil er es versprochen hat. Vergleiche Johannes 6, Vers 37 Wir müssen daran glauben, damit wir durch den Glauben Vergebung, Rechtfertigung, Bewahrung und das ewige Leben in Gottes Herrlichkeit erhalten, wie Gott es denen verheißen hat, die an ihn glauben. Das ist rettender Glaube. Und jeder, der diesen Glauben hat, der hat auch das ewige Leben. Selbst wenn Gefahren und Schwierigkeiten, Dunkelheit und Versuchungen, Schwachheit und Sünden sich dir in den Weg stellen, gilt, wer an Jesus Christus glaubt, der wird nicht gerichtet, sondern ist vom Tod zum Leben hinübergegangen. Ich bete, dass dieser Glaube auch in deinem Leben Frucht und Veränderung bringt. Ich vertraue darauf, dass der Geist Gottes diese Zeilen gebraucht, um dir inneren Frieden zu schenken. Fürchte dich nicht! Glaube nur! Markus 5, Vers 36 Meine Befürchtung ist allerdings, dass manche der Leser sich damit zufrieden geben, zu verstehen, was zu tun ist, es aber nie tun. Ein noch so kleiner, aber echter Glaube, der aktiv wird, ist viel besser als ein völliges Verstehen, das bei reiner Theorie stehen bleibt. Es ist wichtig, jetzt im Leben und im Sterben auf den Herrn Jesus Christus zu vertrauen. Kümmere dich deshalb nicht um Definitionen und Erklärungen. Ein Hungriger ist auch dann, wenn er die Zusammensetzung seiner Speise nicht kennt oder die Anatomie seines Mundes oder den Prozess der Verbedauung nicht versteht. Er lebt, weil er isst. Ein anderer, viel klügerer Mann kann viel von Ernährung verstehen, aber wenn er nicht isst, wird er mit all seinem Wissen sterben. Ich zweifle nicht daran, dass viele in der Hölle sind, die zwar vieles vom Glauben verstanden, die aber nicht geglaubt haben. Andererseits bin ich mir absolut sicher, dass nicht einer von denen, die auf Jesus vertraut haben, je hinausgestoßen wurden, weil er nicht fähig gewesen wäre, seinen Glauben verstandesmäßig zu erklären. Lieber Leser, nimm den Herrn Jesus Christus im Glauben an und du wirst in Ewigkeit leben. Jesus Christus spricht. Wer an mich glaubt, der hat das ewige Leben. Johannes 6, Vers 47 Wie lässt sich rettender Glaube erklären? Um noch deutlicher zu machen, was Glaube ist, möchte ich einige Beispiele anführen. Obwohl es allein in der Macht des Heiligen Geistes liegt, dem Leser zum Sehen zu verhelfen, liegt es doch in meiner Verantwortung, so viel Licht wie möglich zu spenden und Gott im Gebet darum zu bitten, dass er blinde Augen sehend macht. Außerdem ist es mein Wunsch, dass mein Leser dasselbe für sich von Gott erbittet. Rettenden Glauben können wir mit den menschlichen Körper vergleichen. Unser Auge sieht. Mit ihm nehmen wir Dinge wahr, die direkt vor uns oder auch weit entfernt sind. Wir können die Sonne und Sterne, die ja unglaublich weit entfernt liegen, durch unser Auge betrachten und somit nahe heranholen. Ähnlich verhält es sich mit dem Vertrauen, durch das der Herr Jesus nahe an uns herankommt. Obwohl er weit weg im Himmel ist, kommt er durch den Glauben in unser Herz hinein. Deshalb, schau auf Jesus. In einem alten Lied heißt es, In einem Blick auf den Gekreuzigten liegt für uns das Leben. Zweitens ist der Glaube die Hand, die zugreift. Wenn unsere Hand etwas festhält, dann tut sie genau das, was der Glaube tut, wenn er Christus ergreift und sich die Segnung seiner Erlösung aneignet. Der Glaube sagt, Jesus ist mein. Der Glaube hört von dem Blut, der Vergebung und ruft, ich nehme es in Anspruch, zu meiner Errettung. Der Glaube ist es, durch den wir das Erbrecht Jesu und die Verheißung Gottes in seinem Wort als unseren Besitz und an uns gerichteter Verheißung entgegennehmen. Und wir tun dies mit Recht, denn die Bibel sagt, dass jeder, der glaubt, ein Erbe Gottes und Miterbe Christi ist und dass Gott dem Glaubenden in Christus auch alles andere schenkt. Vergleiche Römer 8, Vers 32 Nimm im Glauben an, was Gott in seiner Gnade für dich bereithält. So unglaublich es auch scheint, es macht dich nicht zum Dieb, denn Gott selbst fordert uns auf. Wer da will, der trinke das Wasser des Lebens umsonst. Offenbarung 22, Vers 17 Wenn ein Bettler einen wertvollen Schatz einfach dadurch erhalten könnte, indem er zugreift, dann würde ich wirklich an seinem Verstand zweifeln, wenn er arm bleibt. Drittens ist der Glaube der Mund, der sich von Christus ernährt. Damit wir uns durch Nahrung ernähren können, müssen wir sie in uns aufnehmen. Kaum etwas ist so einfach wie Essen und Trinken. Wir müssen eine Mahlzeit nur in den Mund stecken und ihr ermöglichen, in unseren Magen hinabzuwandern, damit sie von ihnen aufgenommen und verdaut wird. Paulus sagt in seinem Brief an die Römer, Das Wort, das Gott spricht, ist für dich nicht in unerreichbarer Ferne. Es ist in deinem Mund und in deinem Herzen. Römer 10, Vers 8 Alles, was du zu tun hast, ist, es in dir aufzunehmen. Ein großes Problem der Menschen ist, dass sie nicht begreifen, wie hungrig sie eigentlich sind. Jemand, der hungrig ist und etwas zu essen vor sich sieht, braucht keinen Unterricht darüber, wie er essen soll. Jemand sagte, gib mir ein Messer und eine Gabel und eine Gelegenheit. Für den Rest würde er schon selber sorgen. Ein Herz, das nach Christus hungert und dürstet, braucht nur zu wissen, dass Christus Gottes freies Geschenk an uns ist. Wer das begreift, wird ihn sofort aufnehmen. Hungerst du nach Gott? Dann zögere nicht, Jesus zu ergreifen und in dir aufzunehmen. Wie viele ihn aufnahmen, denen gab er die Macht, Gottes Kinder zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben. Johannes 1, Vers 12 Jesus Christus weist niemanden ab, der zu ihm kommt. Er gibt allen, die zu ihm kommen, das Recht, für immer Gottes Kinder zu sein. Unser Alltag ist voller Beispiele für den Glauben. Ein Landwirt sät Samen aus, in der Erwartung, dass er aufgehen und Frucht bringen wird. Er glaubt an das, was Gott in seinem Bund mit Noah verheißen hat. Solange die Erde steht, soll nicht aufhören, Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Und sein Glaube wird belohnt. Ein Kaufmann bringt sein Geld zu einer Bank und drückt damit seine Überzeugung in die Zuverlässigkeit und Krisenfestigkeit der Bank aus. Er vertraut sein Kapital fremden Händen an und ist dabei ruhiger, als wenn er das Geld bei sich aufbewahrt. Der Schwimmer vertraut dem Wasser. Er verlässt den sicheren Boden und übergibt sich völlig der Tragfähigkeit des Wassers. Er wäre auch gar nicht in der Lage zu schwimmen, wenn er sich nicht einfach ins Wasser werfen würde. Der Goldschmied hält kostbares Metall ins Feuer, obwohl es auf den ersten Blick so aussieht, als würde es durch das Feuer zerstört werden. Er tut das, weil er weiß, dass das Gold durch die Hitze gereinigt wird und so viel Kostbarer aus den Schmelzhofen herauskommt als vorher. Wohin du auch schaust, überall wird sichtbar, wie der Glaube im Zwischenmenschlichen oder im Verhältnis des Menschen zu den Gesetzen der Natur wirksam ist. Und wie wir im täglichen Leben auf gewohntes und bewährtes vertrauen, wollen wir auch Gott vertrauen, der sich uns in Jesus Christus gezeigt hat? Jeder Mensch hat ein unterschiedliches Maß an Glauben, je nach Erkenntnis oder Wachstum in der Gnade. Manchmal ist der Glaube nicht viel mehr als ein Anklammern an Jesus in vollkommene Abhängigkeit. An unseren Stränden leben sogenannte Napfschnecken, die sich an Felsen oder Gerülle haften. Wenn du leise und vorsichtig auf den Felsen zugehst und mit einem Stock gegen die Schnecke schlägst, fällt sie ab. Versuchst du aber dasselbe noch einmal mit einer benachbarten Napfschnecke, wird es nicht so einfach gelingen, wie bei der ersten. Sie wurde durch den ersten Schlag gewarnt und klammert sich nun mit aller Kraft am Felsen fest. Du kannst so oft versuchen, wie du willst. Sie wird dort hängen bleiben. Eine Napfschnecke versteht nicht viel, aber sie tut das einzig Richtige. Sie klammert sich an den Felsen. Sie hat keine Ahnung von der Zusammensetzung des Felsens, doch sie hält sich an ihm fest. Ihr ganzes Wissen gründet sich auf der Existenz des Felsen und auf der Notwendigkeit. Sich an ihm festzuhalten. Das allein ist völlig ausreichend für ihre Sicherheit und Bewahrung. Wie die Napfschnecken sich an den rettenden Felsen klammern, so hängt auch das Leben des Sünders davon ab, dass er sich an Jesus klammert. Viele wiedergeborene Gotteskinder haben nur diese einfache Form des Glaubens, doch es ist genug, sich von ganzem Herzen und damit ganzer Seele an Jesus zu hängen, um Frieden und ewige Rettung zu bekommen. Jesus ist der starke und mächtige Heiland, ein unbeweglicher und unerschütterlicher Fels. Wer sich mit seinem ganzen Leben an ihn hängt, der wird gerettet werden. Glaube wird sichtbar, wenn ein Mensch sich auf einen anderen verlässt. Das geschieht meistens dann, wenn ein Mensch weiß, dass er sich auf den anderen verlassen kann, weil dieser ihm in einer bestimmten Sache überlegen ist, erkennt seine Abhängigkeit und handelt im Sprechend. Je mehr der Glaube wächst, desto mehr versteht der Glaubende von seiner eigenen Schwachheit und von der Kraft dessen, auf den sich seine Gnade ausrichtet. Ein Blinder vertraut sich jemandem an, der sehen kann und deshalb in der Lage ist, ihn zu führen. Im Vertrauen geht er den Weg, den sein Führer ihn leitet. Jemand, der blind geboren wurde, hat keine genaue Ahnung davon, was Sehen ist. Aber er weiß, dass es die Möglichkeit des Sehens gibt und dass sein Freund es besitzt. Deshalb reicht er dem Sehenden freiwillig seine Hand und vertraut sich seiner Führung an. Die Bibel sagt, wir wandeln im Glauben, nicht im Schauen. 2. Korinther 5, Vers 7 Und selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Johannes 20, Vers 29 Ein besseres Bild für den Glauben gibt es nicht. Wir wissen, dass Jesus Macht und Segen besitzt, die wir selbst nicht besitzen. Darum vertrauen wir uns ihm an, damit er für uns das ist, was wir uns selbst nicht sein können. Wir vertrauen auf Jesus, wie der Blinde seinen Führer vertraut. Jesus enttäuscht unseren Vertrauen niemals, denn er ist uns gemacht von Gott zur Weisheit und zur Gerechtigkeit und zur Heiligung und zur Erlösung. 1. Korinther 1, Vers 30 Jedes Schulkind muss lernen, zu vertrauen. Der Lehrer unterrichtet es in Erdkunde über die Struktur der Erde, über große Städte und Länder, und das Kind weiß von sich aus nicht, ob diese Dinge wirklich stimmen. Es muss also seinem Lehrer und den Büchern, die ihm in die Hand gedrückt werden, glauben. Ähnlich ist es als Christ. Du weißt nur, dass Jesus dich erretten kann, weil er dies sagt. Also glaubst du, dass es so ist und vertraust dich ihm an. Fast alles, was wir wissen, haben wir uns im Glauben angeeignet. Das trifft auch auf jede wissenschaftliche Entdeckung zu, die gemacht wird. Wir haben die Experimente der Wissenschaftler nicht mit eigenen Augen gesehen und sie auch nicht selber durchgeführt. Aber wir glauben ihren Berichten, weil wir uns auf ihre Autorität, ihren guten Ruf und ihre hohe Ausbildung verlassen. Jesus klärt uns über viel wichtigere Dinge auf und wir sollten ihm vertrauen, weil er keine theoretische Option, sondern sichere Tatsachen geschaffen hat. Er ist uns Menschen unendlich überlegen und wer ihm vertraut, wird erleben, dass Jesus sich als absolut zuverlässig erweist. Wenn du ihn und seine Worte annimmst, wirst du gerettet werden. Eine andere, noch größere Form des Glaubens ist das Vertrauen, das aus einer liebevollen Beziehung entsteht. Warum vertraut ein Kind seinem Vater? Weil es ihn liebt. Wirklich glücklich und gesegnet sind die Menschen, die nicht nur fest an Jesus glauben, sondern die ihn von ganzem Herzen lieben. Denn genau das ist es, was wahres Vertrauen ausmacht. Menschen, die Jesus lieben, können sich nichts Besseres vorstellen, als mit ihrem Herrn Jesus zu leben und ihm zu vertrauen. Sie sehnen sich danach, ihn noch besser zu kennen. Sie freuen sich über ihn und sind begeistert von der Liebe, die er bewiesen hat. Sie können gar nicht anders als ihm vertrauen, weil sie ihn so sehr bewundern, verehren und lieben. Die Frau eines hervorragenden Arztes wurde einmal von einer gefährlichen Krankheit befallen. Sie blieb dabei aber erstaunlich gelassen und ruhig, weil sie wusste, dass ihr Mann sich während seines Studiums genau mit dieser speziellen Krankheit beschäftigt hatte und im Laufe der Zeit viel durch ihn geheilt wurden. Sie war nicht im Geringsten beunruhigt, weil sie sich völlig sicher fühlte in den Händen dessen, in dem sich medizinisches Wissen und zwischenmenschliche Liebe in vollkommener Weise verbanden. Der Glaube, den sie dabei an den Tag legte, war vernünftig und ganz selbstverständlich, denn ihr Mann hat dieses Vertrauen ja in jeder Hinsicht verdient. Das ist die Form des Glaubens, wie ihn die fröhlichsten Christen Jesus gegenüber haben. Es gibt keinen Arzt wie ihn, niemand kann so retten wie er. Wir lieben ihn und er liebt uns. Darum überlassen wir uns seinen Händen und gehorchen allen seinen Anweisungen und Befehlen. Wir spüren, dass uns nichts Falsches verordnet werden kann, weil Jesus, der souveräne Herr, über alle unsere Angelegenheiten ist. Er liebt uns viel zu sehr, um uns umkommen zu lassen oder unnötig Schmerzen zuzufügen. Glaube ist die Wurzel des Gehorsams. Auch dafür bietet das alltägliche Leben genügend Beispiele. Wenn ein Kapitän dem Lotsen zutraut, dass er sein Schiff heil in den Hafen bringt, dann richtet er sich nach dessen Anordnung. Wenn ein Tourist sich dem Bergführer anvertraut, der ihn über einen schwierigen Bergpass bringen soll, dann geht er auf den Pfad, den der Führer ihm zeigt. Wenn ein Kranker Vertrauen zu seinem Arzt hat, dann hält er sich sorgfältig an dessen Vorschriften und Anweisungen. Glaube, der sich weigert, den Befehlen des Erlösers zu gehorchen, ist bloßer Scheinglaube und besitzt niemals rettende Kraft. Wir vertrauen Jesus, damit er uns rettet. Er gibt uns Anweisungen, wie wir gerettet werden können. Und nur, wenn wir seinen Anweisungen folgen, werden wir gerettet. Vergiss diese Tatsache niemals. Vertraue Jesus und stelle dein Vertrauen unter Beweis, indem du tust, was er dir befiehlt. Glaube gründet sich auf Erkenntnis, die sich bereits als gesichert bewährt hat. Er ist das Resultat von Gottes gnädigem Eingreifen. Und er vertraut auf Jesus, weil er ihn kennt und weil er sich als zuverlässig und glaubwürdig erwiesen hat. Eine alte Christin hatte die Angewohnheit, ein E und ein B auf den Rand ihrer Bibel zu schreiben, wenn sie eine Verheißung Gottes erprobt und diese sich bewährt hatte. Wie leicht ist es doch, einem Erlöser zu vertrauen, den man erproben darf und der sich als zuverlässig erweist. Vielleicht bist du dazu jetzt noch nicht in der Lage, aber eines Tages wirst du es auch können. Alles muss einmal begonnen werden. Mit der Zeit wird dein Glaube wachsen. Ein reifer Glaube fordert keine Zeichen und Wunder, sondern glaubt blind. Nehmen wir den menschlichen Glauben eines Seefahrers als Beispiel. Ich habe das oft bewundert. Er lichtet den Anker und lässt die Küste hinter sich. Tage, Wochen, sogar Monate lang sieht er kein Segel und keine Küste. Und doch setzt er uneinmütlich und entschlossen seinen Kurs fort, bis er eines Morgens genau vor dem Hafen liegt, den er bei der Abfahrt angesteuert hatte. Sein Weg führt ihn über tiefe Meeresschluchten. Er hat nur seinen Kompass, seine Schiffskarte, sein Fernglas und die Sterne, auf die er vertrauen kann. Ohne das geringste Anzeichen einer Küste zu sehen, lässt er sich von ihnen führen und hält den Kurs so genau, dass er den Hafen ohne Kursberichtigung anlaufen kann. Zu segeln oder zu See fahren, ohne das Ziel sehen zu können, ist eine große Kunst. Wenn man es geistlich anwendet, kann man sagen, dass es ein Segen ist, wenn man das feste Land, das, was wir sehen und worauf wir vertrauen, hinter sich lässt, seinen Gefühlen, Sicherheiten und allem anderen Lebewohl sagt und sich nach weit draußen auf das Meer der göttlichen Liebe begibt, um allein Gott ganz zu vertrauen und nur unter der Anweisung seines Wortes geraden Kurs zu halten. Selig sind die nicht sehen und doch glauben. Johannes 20, Vers 29 Allen, die so glauben, wird der Zugang zum ewigen Reich unseres Herrn und Retters, Jesus Christus, weit offen stehen. 2. Petrus 1, Vers 11 Warum geschieht Errettung durch den Glauben? Warum hat Gott ausgerechnet den Glauben als Kanal zur Errettung gewählt? Ich bin mir sicher, dass diese Frage sehr oft gestellt wird. Aus Gnade seid ihr errettet, durch den Glauben. Ist eine eindeutige biblische Lehre und offenbart uns Gottes Heilsplan. Aber warum ist das so? Warum ausgerechnet der Glaube und warum nicht Hoffnung, Liebe oder Geduld? Wir sollten bei der Beantwortung einer solchen Frage sehr vorsichtig sein. Gottes Wege sind für uns nicht immer verständlich und es steht uns nicht zu, sie in Frage zu stellen. Darum möchten wir demütig antworten, dass, soweit wir sagen können, der Glaube deshalb zum Kanal der Gnade bestimmt wurde, weil er sich von Natur aus besonders gut als Empfänger eignet. Nehmen wir einmal an, ich würde in der Stadt einem Bettler begegnen und ihm einen Almosen geben. Dann würde ich das Geld in seine Hand hineinlegen. Warum? Weil es wohl kaum sinnvoll wäre, die Gabe in sein Ohr oder auf seinen Fuß zu legen. Die Hand scheint zum Empfangen wie geschaffen zu sein. Genauso ist der Glaube wie dafür geschaffen, Empfänger zu sein. Er ist die geistliche Hand des Menschen, mit dem der Mensch die Gnade Gottes in Empfang nimmt. Mit anderen Worten, der Glaube, mit dem ich Christus empfange, ist derselbe Vorgang, als wenn ein Kind ein Apfel von mir bekommt. Ich halte den Apfel hin und verspreche dem Kind den Apfel, wenn es kommt und ihn nimmt. Bei diesem Beispiel beziehen sich Vertrauen und Annehmen zwar nur auf einen Apfel, aber es geht dabei um dasselbe Handeln wie beim Glauben, der zur ewigen Rettung führt. Was die Hand des Kindes für den Apfel ist, das ist der Glaube für die vollkommene Errettung in Christus. Die Hand des Kindes bringt nicht den Apfel hervor und verbessert ihn auch nicht, sie nimmt ihn nur entgegen. Auf dieselbe Weise ist der Glaube das von Gott aus erwählte Werkzeug, um das Heil in Empfang zu nehmen. Dem Glauben reicht es völlig aus, das Heil demütig zu empfangen. Er maßt sich nicht an, zu behaupten, dass er das Heil geschaffen oder etwas dazu beigetragen hätte. Der Glaube ist die Zunge, die um Vergebung bittet. Er ist die Hand, die die Vergebung annimmt. Und er ist das Auge, das die Vergebung sieht. Aber er ist nicht der Preis, durch den die Vergebung erkauft wurde. Der Glaube vertraut niemals auf sich selbst. Er hofft allein auf das Blut Christi. Deshalb ist der Glaube ein guter Diener für die Seele. Er bringt ihr alle geistlichen Segnungen, die durch das Werk Jesu zur Verfügung stehen, weil er die Quelle dieser Segnungen kennt und weiß, dass er allein durch die Gnade Zugang zu dieser Quelle hat. Zweitens ist der Glaube auch deshalb das von Gott auserwählte Werkzeug des Heils, weil er Gott allein alle Ehre gibt. Die Gnade wird uns durch den Glauben geschenkt und sie verhindert, dass wir uns etwas auf unsere Errettung einbilden. Denn Gott verabscheut den Stolz des Menschen. Vergleiche Psalm 138, Vers 6 Gott will auf keinen Fall, dass durch die Errettung unser Stolz geweckt oder gefördert wird. Deshalb sagt Paulus auch, aus Gnade seid ihr errettet, durch den Glauben und das nicht aus euch. Es ist Gottes Geschenk, nicht aus den Werken, damit niemand sich etwas einbilde. Epheser 2, Vers 9 Der Glaube schließt alle Möglichkeiten aus, sich selbst Ehre einzuräumen. Schließlich würde auch niemand, der ein Almosen erhält, sagen, man sollte mich ehren, weil ich die Gabe angenommen habe. Das wäre völlig absurd. Wenn eine Hand etwas Essen zum Mund führt, wird sie auch nicht zum Rest des Körpers sagen, du schuldest mir Dank, weil ich dich ernähre. Was die Hand tut, ist zwar lebensnotwendig, aber es ist dennoch nichts, worauf sie sich etwas einzubilden hat. Gott hat den Glauben erwählt, damit der Mensch durch ihn die göttliche Gnade empfangen kann und damit er nicht auf seine eigene Ehre sieht, sondern allein auf den allmächtigen und gnädigen Gott, den Geber aller guten Gaben. Neben diesen wichtigen Erklärungen, weshalb Gott den Glauben zum Werkzeug des Heils erwählt, gibt es noch einen weiteren wichtigen Grund. Gott hat den Glauben erwählt, weil er den Menschen mit Gott verbindet. Wenn der Mensch Gott vertraut, dann entsteht eine Beziehung zwischen ihm und Gott. Der Glaube errettet uns, weil er uns dazu führt, dass wir uns an Gott klammern und in enger Verbindung mit ihm leben. Ich habe das häufig mit folgenden Beispielen zu erklären versucht und wiederhole es auch jetzt, weil mir kein Besseres einfällt. Vor Jahren kenterte oberhalb der Niagarafälle ein Boot. Die beiden Männer, die in dem Boot saßen, trieben hoffnungslos auf den tosenden Wasserfall zu. Einige Leuten am Ufer gelang es, den Schiffsbrüchigen ein Seil zuzuwerfen. Einer der beiden Männer klammerte sich daran fest, und wurde sicher ans Land gezogen. Der andere aber sah einen großen Baumstamm vorbeitreiben, ließ das Seil los und klammerte sich an den Baumstamm, weil dieser größer war und dem Mann zuverlässiger erschien. Doch der Stamm wurde zusammen mit dem Mann in die tiefen Strudel hineingerissen. Die Größe des Baumstammes half dem Mann nicht, weil keine Verbindung zwischen ihm und dem Ufer bestand. So wird ein Mensch, der auf seine Werke, auf christliche Traditionen oder irgendetwas derartiges vertraut, nicht gerettet werden, weil keine Verbindung besteht zwischen ihm und Christus. Der Glaube mag uns manchmal wie ein dünnes Seil erscheinen, doch dieses Seil liegt in den Händen des großen Gottes, der es mit seiner unendlichen Macht festhält und zu sich zieht. Was für ein großer Segen liegt doch in dem Glauben, der uns mit Gott verbindet. Wir können den Glauben so leicht begreifen, wenn wir uns bewusst machen, dass er uns jeden Tag selbst in den einfachsten Handlungen begegnet. Ich möchte sogar behaupten, dass wir nichts tun, ohne dass dabei der Glaube in irgendeiner Form aktiv wird. Wenn ich in meinem Studierzimmer auf- und abgehe, dann tue ich es, weil ich glaube, dass meine Beine mich tragen. Der Mensch isst, weil er davon überzeugt ist, dass die Nahrungsaufnahme ihn am Leben erhält. Er geht seinen Geschäften nach, weil er an den Wert des Geldes glaubt. Er nimmt einen Scheck an, weil er davon überzeugt ist, dass die Bank ihn einlösen wird. Kolumbus entdeckte Amerika, weil er glaubte, dass jenseits des Ozeans ein anderer Erdteil liegt, und die Pilgerväter ließen sich dort nieder, in der Gewissheit, dass Gott auch an diesen felsigen Ufern mit ihnen sein würde. Die meisten großen Taten sind aus dem Glauben geschehen. Der Glaube bewirkt Wunder durch den Menschen, in dem er wohnt, im Guten wie im Bösen. Der Glaube ist schon von Natur aus eine alles beherrschende Kraft, die unser gesamtes Verhalten beeinflusst. Selbst diejenigen, die sich über den Glauben an Gott lustig machen, besitzen häufig eine besonders starke Form des Glaubens, nur in einer negativen Form. Für gewöhnlich nennt man diesen Glauben auch Leichtgläubigkeit. Gott gibt das Heil dem Glaubenden, weil er durch den Glauben, die Haupttriebfeder, Triebfeder, unsere Empfindungen, unseres Wollens und Handelns berührt. Gott hat sozusagen die Batterie in seine Hände genommen und kann nun seinen heiligen Strom in jeden Teil unseres Wesens schicken. Wenn wir an Jesus Christus glauben und Gott durch den Glauben unser Herz regiert, dann sind wir von unserer Sünde und der Strafe errettet und werden von Gott zu Buße, Heiligkeit, Eifer, Gebet, Hingabe und zu allen anderen Dingen angetrieben, die Gott in seiner Gnade in uns bewirkt. Was Öl für die Räder ist, Gewichte für die Uhr, Flügel für den Vogel und Segel für das Schiff sind, das ist der Glaube für alle heiligen Pflichten und Dienste. Wenn du an Christus glaubst, dann wird Gott alles andere, was zu einem geheiligten Leben nötig ist, in dir bewirken und bestehen lassen. Der Glaube hat die Macht, durch die Liebe zu wirken. Er bewirkt, dass wir uns Gott zuneigen, dass aus Feinden Gottes Kinder Gottes werden und er bewirkt, dass wir nicht mehr auf unsere eigenen Vorteile aus sind, sondern, dass wir uns danach sehnen, für andere ein Segen zu sein und Gott zu ehren. Wer an Gott glaubt, wird ihn auch lieben. Glaube ist ein Akt des Verstehens, aber er kommt aus dem Herzen. Wenn man von Herzen glaubt, so wird man gerecht. Römer 10, Vers 10 Gott schenkt also auch deshalb die Rettung durch den Glauben, weil der Glaube in direkter Verbindung mit unseren Neigungen und Gefühlen steht und er in uns wahre göttliche Liebe entstehen lässt. Die göttliche Liebe ist die Quelle und der Erhalter aller heiligen Gefühle und Taten. Liebe zu Gott ist Gehorsam. Liebe zu Gott ist Heiligkeit. Gott und den Nächsten zu lieben, das bedeutet in das Bild Christi umgestaltet zu werden. Dies ist die Errettung aus Glauben. Der Glaube schafft Friede und Freude. Nur wer ihn hat, kommt zur Ruhe, ist gelassen und erlebt wahre Freude, die Gottes Geist uns gibt. Gott schenkt dem Glaubenden alle himmlischen Gaben, unter anderem deshalb, weil der Heilige Geist in uns durch den Glauben das Leben entstehen lässt, das einmal in der Ewigkeit sichtbar werden soll. Der Glaube rüstet uns aus mit dem, was wir für dieses Leben brauchen, und er erzieht uns für das ewige, zukünftige Leben. Der Glaube ermöglicht es, dass der Mensch ohne Furcht leben und ohne Furcht sterben kann. Er befähigt uns zum Handeln und zum Leiden. Zu diesem besonderen und wirkungsvollen Werkzeug hat Gott, der Herr, den Glauben geschaffen und durch den Glauben schenkt er uns seine Gnade und die Gewissheit der ewigen Herrlichkeit. Ohne Zweifel bewegt der Glaube in uns etwas, was sonst niemand für uns tun kann. Er gibt uns Freude und Frieden und lässt uns in Gottes Ruhe eingehen. Ich frage mich oft, warum die Menschen versuchen, das Heil auf andere Weise zu erlangen. Ein älterer Pastor erzählte einmal folgendes Beispiel. Ein etwas einfältiger Diener bekam von seinem Herrn den Befehl, eine Tür zu öffnen. Statt es mit dem Schlüssel zu tun, stemmte er seine Schulter mit aller Gewalt dagegen, doch umsonst. Darauf kam ein zweiter Diener mit dem Schlüssel, schloss die Tür mühelos auf und trat ein. Wer durch eigene Werke gerettet werden will, rüttelt vergeblich an der Pforte des Himmels. Der Glaube ist der Schlüssel, der die Tür sofort öffnet. Lieber Leser, willst du nicht den Schlüssel gebrauchen? Gott fordert dich jetzt auf, an seinen Sohn Jesus Christus zu glauben. Wenn du es tust, dann wirst du leben, denn schließlich ist die Botschaft des Evangeliums schlicht und einfach. Wer glaubt und sich taufen lässt, der wird gerettet werden. Markus 16, Vers 16 Was hast du dagegen einzuwenden? Warum solltest du diesen Weg, den Gott in seiner großen Weisheit, für die Errettung deiner Seele geplant hat, nicht gehen? Ich kann nichts tun. Viele, die an das Evangelium glauben und verstanden haben, dass das Heil allein durch den Glauben an Gott kommt, verzweifeln bei dem Gedanken, dass ein Mensch von sich aus nichts tun kann. Sie glauben, dass man dies als Entschuldigung für das eigene Versagen verwenden könnte und fühlen sich deshalb ständig in ihrem Gewissen belastet. Wenn sie nur könnten, wären sie bereit, von jetzt an nur noch Gutes zu tun. Voller Überzeugung und Enttäuschung stimmen sie mit Paulus ein, das Wollen des Guten ist vorhanden, aber vollbringen kann ich es nicht. Römer 7, Vers 18 Dieser Eindruck scheint das ganze Evangelium null und nichtig zu machen. Denn was nützt dem Hungrigen die Nahrung, wenn er sie nicht bekommen kann? Was nützt der Strom des lebendigen Wassers, wenn man es nicht trinken kann? Ich kenne eine Geschichte von einem Arzt, zu dem eine arme Witwe mit einem kranken Kind kam. Nachdem der Arzt das Kind untersucht hatte, erklärte er der Mutter, dass ihr Kind wieder gesund werden könne. Dazu müsste es aber täglich eine sehr teure Medizin trinken und einige Wochen in einem Kurort verbringen. Doch die Witwe besaß kaum Brot zum Essen, geschweige denn Geld für eine Kur. Wie sollte sie also ihrem Kind helfen? Manchmal kommt es uns so vor, als sei das schlichte Evangelium, Glaube und Lebe, im Grunde gar nicht so einfach. Denn es fordert von dem hilflosen Sünder, dass er etwas tut, was er nicht kann. Für den Menschen, dem der Geist Gottes zwar den Glauben schon geschenkt hat, der aber noch nicht viel über die biblischen Wahrheiten weiß, scheint hier entweder ein großer Widerspruch zu sein oder etwas sehr Entscheidendes zu fehlen. Jesus schafft das Heil und bietet es uns an, aber wie soll ich tun, was er von mir verlangt? Uns Menschen fehlt völlig die Kraft und deshalb wissen wir nicht, was wir tun sollen. Die rettende Burg ist bereits in greifbarer Nähe, aber der Hilfesuchende gelangt nicht zum Tor hinein. Hat Gott in seinem Heilsplan etwas vergessen? Nein, Gottes Erlösungswerk ist vollkommen. Es beginnt da, wo wir uns befinden und fordert von uns keinen Beitrag zu seiner Erfüllung. Als der bemherzige Samariter den Verwundeten am Straßenrand liegen sah, befahl er ihm nicht, aufzustehen, zu ihm zu kommen, auf den Esel zu steigen und zu Herberge zu reiten. Nein! Er ging zu ihm hin, goss Öl und Wein auf seine Wunde und verbannt sie. Dann setzte er ihn auf sein eigenes Reittier, brachte ihn in ein Gasthaus und versorgte ihn mit allem Nötigen. Lukas 10, Vers 36. Genau so handelt der Herr Jesus Christus mit uns in unserem elenden und hoffnungslosen Zustand. Wir haben gesehen, dass Gott gerecht macht, dass er die Gottlosen gerecht macht, dass er sie gerecht macht durch den Glauben an das kostbare Blut Jesu. Und nun wollen wir den Zustand betrachten, in dem die Gottlosen sich befinden, wenn Jesus sie errettet. Viele echte Christen, also solche, die durch Gottes Geist von neuem geboren sind, werden nicht nur durch ihre Sünden beunruhigt, sondern auch durch ihre Schwächen und das daraus resultierende Versagen. Sie haben keine Kraft, sich aus dem Dreck herauszuarbeiten, in den sie gefallen sind oder sich in Zukunft davor zu hüten, wiederzufallen. Sie bedauern nicht nur, was sie getan haben, sondern auch das, was sie auch noch tun könnten oder nicht tun können. Sie fühlen sich kraftlos, hilflos und geistlich leblos. Es mag seltsam klingen, wenn man sagt, dass sie sich wie tot fühlen, aber häufig ist es so. Sie halten sich für unfähig zum Guten. Sie sind nicht in der Lage, voranzugehen, weil ihre Beine gebrochen sind. Selbst die mutigsten Krieger lassen die Hand sinken. Psalm 76, Vers 6 Gott sei Dank, heißt es in der Bibel und das ist ein Beweis seiner großen Liebe. Christus ist, als wir noch kraftlos waren, zur festgesetzten Zeit für Gottlose gestorben. Römer 5, Vers 6 Hier finden wir die Antwort. Die Hilfe für unsere Hilflosigkeit, den Beistand unseres Herrn Jesus. Unsere Hilflosigkeit kann größer nicht sein, denn es steht nicht geschrieben, als wir verhältnismäßig schwach waren, starb Christus für uns, oder als wir nur wenig Kraft besaßen. Es heißt vielmehr, ohne jede Einschränkung, als wir noch kraftlos waren. Wir besaßen absolut keine Möglichkeit, irgendetwas zu tun, geschweige denn, bei unserer Errettung mitzuhelfen. Dasselbe drückte Jesus aus, als er zu den Jüngern sagt, Ohne mich könnt ihr nichts tun. Johannes 15, Vers 5 Ich könnte noch einen Schritt weiter gehen und auf die große Liebe hinweisen, mit der Gott uns bereits geliebt hat, als wir noch tot waren, durch Übertretung und Sünden. Epheser 2, Vers 1 Tod sein ist ein noch hilfloser Zustand, als kraftlos zu sein. Das eine, worauf der armselige kraftlose Sünder sich zu konzentrieren hat und was er als Voraussetzung für seine Hoffnung unbedingt festhalten muss, ist die göttliche Zusage, dass Christus für Gottlose gestorben ist, als wir noch kraftlos waren. Römer 5, Vers 6 Glaube daran und alle Kraftlosigkeit wird verschwinden. In der Sage wird von König Midas erzählt, dass alles, was er anrührte, in Gold verbandelt wurde. Über den Glauben kann man mit Recht sagen, dass alles, was er berührt, zum Guten gewendet wird. Sogar unser Mangel und unsere Schwachheiten werden zu Segnungen, wenn sie mit dem Glauben in Verbindung gesetzt werden. Ich möchte einige typische Beispiele für Kraftlosigkeit nennen. Manche haben das Problem, dass ihnen die Kraft fehlt, ihre Gedanken zu sammeln und sich auf die wesentlichen Dinge zu konzentrieren. Für sie scheint schon ein kurzes Gebet zu anstrengend. Das kann mit einer natürlichen Schwäche zusammenhängen oder vielleicht damit, dass ich mir durch ein maßloses Leben selbst geschadet habe. Vielleicht aber hat es seine Ursache auch darin, dass Alltagssorgen mich niederdrücken, sodass ich für geistliche Dinge nicht mehr aufnahmefähig bin. Das ist eine sehr verbreitete Schwäche aufgrund von Sünde. Gib Acht, Du bist in dieser Beziehung schwach und es gibt viele, denen es genauso geht. Ja, selbst dann, wenn es um ihr Leben ginge, wären sie nicht in der Lage, sich auf lebensrettende Gedanken zu konzentrieren. Manche sind von Natur aus so zerstreut, dass sie eine längere Beweiskette ebenso wenig folgen können, wie sie in der Lage sind, zu fliegen. Sie werden ein Geheimnis niemals gedanklich ergründen, auch wenn sie sich ein Leben lang damit abmühen. In Bezug auf deine Errettung brauchst du deshalb nicht zu verzweifeln. Das, was zu deiner Errettung notwendig ist, ist nicht logisches Denken, sondern ganz einfach das Vertrauen auf Jesus Christus. Halte dich an diese eine Tatsache, denn Christus ist, als wir noch kraftlos waren, zur festgesetzten Zeit für Gottlose gestorben. Diese Wahrheit verlangt von dir kein tiefes Nachdenken oder die Fähigkeit zu schlüssiger Beweisführung. Es heißt ganz einfach, denn Christus ist, als wir noch kraftlos waren, zur festgesetzten Zeit für Gottlose gestorben. Vertraue fest auf den Inhalt dieses einen Satzes. Gib dieser herrlichen Tatsache Raum in deinem Denken, bis sie all deine Gedanken durchdringt und dich, obwohl du ohne Kraft bist, fröhlich macht, weil der Herr Jesus deine Kraft und dein Lob liebt, ja, dein Heil geworden ist. Die Bibel sagt es ganz klar, und deshalb ist es eine unbestreitbare Tatsache. Christus ist zur Festgesetzten, das heißt, zur von Gott festgelegten Zeit für die Gottlosen gestorben, als sie noch kraftlos waren. Du hast diese Worte vielleicht schon hundert Mal gehört und hast sie nie wirklich verstanden. Gibt es eine ermutigendere Wahrheit als diese? Jesus starb nicht für uns, weil wir so gerecht wären, nein, er starb für uns, weil wir so große Sünder sind. Er errettete uns nicht, weil wir es wert gewesen wären, nein, sondern weil wir ganz und gar unwürdig, unfähig und völlig am Ende waren. Er kam auf diese Erde einzig und allein, aus Gründen, die wir in seiner göttlichen Liebe finden können. Jesus starb für die Gottlosen. Lass diesen Satz auf deiner Zunge zergehen. Er gilt jedem noch so einfachen Menschen, gleichgültig wie klug oder ungebildet, stark oder schwach, dieser Mensch auch sein mag. Jemand anders sagt vielleicht, meine Kraftlosigkeit liegt darin, dass ich nicht genügend Buße tun kann. Was für seltsame Vorstellung manche Leute doch von der Buße haben. Sie glauben, dass man so und so viele Seufzer ausstoßen und so und so viele Tränen vergießen müsse, damit Gott einem vergibt. Ich frage mich, woher solche abwegige Gedanken kommen. Unglaube, Mutlosigkeit und Verzweiflung sind Sünden. Deshalb sehe ich nicht ein, wie ausgerechnet sie echte Buße ausmachen sollten. Und doch gibt es viele Menschen, die sie für einen notwendigen Teil echter christlicher Erfahrungen halten. Auch wenn ich fest davon überzeugt bin, dass sie sich irren, kann ich ihre Gedanken doch gut nachvollziehen. In den dunkelsten Stunden meines Lebens dachte ich genauso. Ich wollte meine Sünden bereuen, aber ich hielt mich für völlig unfähig zur Reue. Und doch, ohne es zu merken, tat ich die ganze Zeit nichts anderes als Buße. So seltsam es klingen mag, ich hielt meine Gefühle für tot, abgestorben, und immer wieder versuchte ich, über meine Sünden zu weinen, aber ich konnte nicht weinen. Ich wurde immer schwermütiger, weil ich dachte, ich wäre nicht in der Lage, angemessen über meine Sünden zu trauern. In was für ein emotionales Chaos geraten wir doch, wenn wir in unserem ungläubigen Zustand unsere Gemütsverfassung beurteilen wollen. Uns geht es da wie dem Blinden, der sich auf seine eigenen Augen verlässt. Mein Herz steinhart sein könnte. Es zerbrach in mir, weil ich befürchtete, es könnte nicht zerbrechen. Jetzt weiß ich, dass Gott bereits begonnen hatte, mir genau das zu geben, von dem ich glaubte, ich besäße es nicht. Ich war mir einfach nicht im Klaren darüber, wie es wirklich um mich stand. Wie gern möchte ich anderen helfen, das Licht zu sehen, über das ich mich jetzt so Freue. Wie sehr wünsche ich mir, anderen dabei zu helfen, die Zeit ihrer gefühlsmäßigen Verwirrung zu verkürzen. Vielleicht hilft es, wenn ich ein paar einfache Sätze sage, in der Hoffnung, dass der Tröster sie für das menschliche Herz verständlich macht. Ein Mensch, der wirklich Buße tut, kann niemals damit zufrieden sein, denn er wird niemals an den Punkt gelangen, an dem er sagen genug Buße getan. Wie echt unsere Tränen und unsere Reue auch sind, sie werden immer etwas Unreines enthalten. So sehr und so gut wir auch Buße tun, es wird immer etwas daran sein, für das wir ebenfalls wieder Buße zu tun haben. Im wahren biblischen Sinn Buße zu tun bedeutet, dass du deinen Sinn änderst im Blick auf die Sünde, im Blick auf Christus und im Blick auf all das, was Gott tut und ist und wie du im Kontrast zu ihm stehst. Wahre Buße ist immer mit Schmerzen verbunden, aber die Hauptsache ist, dass das Herz sich von der Sünde weg und zu Christus hin wendet. Wenn diese Wendung in deinem Leben geschehen ist, dann hast du es mit dem eigentlichen Kern wahrer Buße zu tun, auch wenn du das Gefühl in der weiße Buße tun kannst, wie du gerne möchtest, dann kann es für dich eine Hilfe sein, dich darauf zu besinnen, dass Christus, als wir noch kraftlos waren, zur festgesetzten Zeit für uns Gottlose gestorben ist. Beschäftige dich in Gedanken immer wieder damit. Ich möchte dich gern dazu bringen, dass du so zu dir selber sprichst. Obwohl ich gottlos bin, obwohl mein Brust schlage, starb doch Christus für Menschen wie mich, weil er für die Gottlosen starb. Ich möchte dies glauben und die Kraft des Glaubens an mein versteinerten Herzen erfahren. Vertreibe alle anderen Gedanken. Nimm dir stundenlang Zeit und denke über diesen einherrlichen Beweis unverdienter, unerwarteter und beispielloser Liebe nach. Christus ist für uns Gottlose gestorben. Lies sorgfältig die Berichte vom Kreuzestod unseres Herrn, die uns überliefert sind in den vier Evangelien. Wenn irgendetwas dein verstocktes Herz erweichen kann, dann ist es der Anblick der Leiden Jesu und der Gedanke daran, dass er dies alles für seine Feinde erlitten hat. Ich und meine Sünden, die sich wie Körnlein finden, des Sandes an dem Meer, die haben dir und das betrübte Mater Herr. Ich bin's, ich sollte büßen, an Händen und an Füßen, gebunden in der Höll, die Geißeln und die Banden, und was du ausgestanden, das hat verdienet meine Seele. Das Kreuz ist vergleichbar mit dem Stab, den Mose gegen den Felsen schlug, um aus ihm Wasser hervor zu bringen. Vergleiche 4. Mose 20, Verse 1-13 Wenn du erst einmal verstanden hast, wie groß und bedeutend das Opfer Jesus am Kreuz ist, wird dich allein die Tatsache, dass du seiner hingebungsvollen Liebe bisher widerstanden hast, zu Buße führen. In der Bibel heißt es, Dann werden sie zu mir aufblicken, den sie durchbohrt haben. Sie werden um ihn trauern und klagen, wie man um einen einzigen Sohn traut. Sie werden bitter um ihn weinen, wie um einen Erstgeborenen. Zacharia 12, Vers 10 Vergleiche Johannes 19, Vers 37 Buße allein kann zwar nicht bewirken, dass du Christus siehst, aber wenn du Christus siehst, wird dich sein Anblick zu Buße führen. Du darfst nicht den Fehler gehen und deine Buße zum Mittelpunkt deines Glaubens machen, sondern du musst zu Christus aufschauen, damit er dir Buße schenkt. Wenn der Heilige Geist uns zu Christus hinwendet, wendet er uns gleichzeitig von der Sünde ab. Genauso muss dein Blick auch abgewendet werden von der Buße und hin zu dem, von dem die Buße kommt und auf den sie hinweist, auf Christus, den Gott zum Herrscher und Retter gemacht hat, um zur Buße zu führen und die Sünden des Volkes zu vergeben. Jemand hat einmal gesagt, es ist schrecklich, wo ich auch bin, es schleichen sich sündige Gedanken in mein Hirn ein. Häufig habe ich sogar während der Arbeit fürchterliche Zwangsvorstellungen und wenn ich in meinem Bett liege, werde ich durch negative Gedanken aus dem Schlaf gerissen. Ich kann von diesem entsetzlichen Versuchung nicht loskommen. Geht es dir vielleicht ähnlich? Nun, ich kann dich sehr gut verstehen, denn ich habe es selbst erlebt. Man kann genauso gut versuchen, einen Schwarm fliegen, mit einem Schwert zu bekämpfen, wie Herr, über seine Gedanken zu werden, wenn Satan sie gebraucht, um gegen uns anzukämpfen. Jeden, der von solchen teuflischen Gedanken angefochten wird, ergeht es so wie dem Reisenden, der vor einem Schwarm gereizter Bienen überfallen wurde. Er konnte sie weder abwehren, noch vor ihnen fliehen. Sie stachen von allen Seiten auf ihn ein und brachten ihn in Lebensgefahr. Es wundert mich gar nicht, dass du keine Kraft besitzt, die hässlichen und abscheulichen Gedanken loszuwerden, aber ich möchte dich an den einen Satz erinnern, den ich nun schon einige zu festgesetzten Zeit für Gottlose gestorben. Jesus wusste, wo wir waren und wo wir sein werden. Er sah, dass wir die Macht des Teufels nicht überwinden können. Er wusste, wie sehr wir unter der Sünde zu leiden hatten. Und genau deshalb, weil Christus uns schon vor der Erschaffung der Welt in diesem jämmerlichen Zustand voraussah, starb er für uns Gottlose. Auf diese Wahrheit wirft den Anker deines Glaubens. Selbst der Teufel kann nicht behaupten, dass du nicht gottlos bist. Deshalb glaube, dass Christus für Gottlose wie du einer bist starb. Weißt du, wie Martin Luther den Teufel besiegte? Der Teufel sagte zu ihm, du bist ein Sünder. Daraufhin sagte Luther, ja, und Christus starb, um Sünder wie mich zu retten. So Waffe. Diese Wahrheit ist unsere einzige Hoffnung und Zuflucht, denn Christus ist, als wir noch kraftlos waren, zur festgesetzten Zeit für uns Gottlose gestorben. Nur wenn du an dieser Wahrheit festhältst und auf Christus schaust, werden deine sündigen Gedanken, die du selbst nicht vertreiben kannst, mit der Zeit verschwinden. Satan wird einsehen, dass es zwecklos ist, dich mit zu quälen. Wenn du solche Gedanken hast, dann sind dies Versuche des Teufels, die Sünde in dir hervor zu locken. Vergleiche Matthäus 15, Vers 19. Auf diese Weise möchte er dich zu Verzweiflung bringen, oder dich zumindest davon abhalten, Jesus dein Vertrauen zu schenken. Die kranke Frau aus Markus 5 konnte vor lauter Gedränge nicht zu Jesus gelangen. Du bist in einer ganz ähnlichen Lage, weil dich deine Gedanken so heftig bedrängen. Aber die Frau sah auf Jesus und streckte nur einen Finger aus, mit dem berührte sie den Saum seines Gewandes und sie war gesund. Tu du dasselbe. Ich weiß ganz sicher, dass Jesus dich nicht abweisen wird, wenn du ihn darum bittest, dich aus der Gefangenschaft deiner sündigen Gedanken zu befreien. Wirf dich deine Gedanken und alles, was dich belastet, auf ihn und du wirst erleben, dass er die Kraft hat zu erretten. Er wird dich auf seine Weise retten und dir inneren Frieden geben. Vertraue ihm in jeder Beziehung. Besonders verwirrend ist es, wenn man meint, nicht glauben zu können. Viele Menschen bleiben jahrelang im Dunkeln, weil sie, wie sie sagen, nicht die Kraft haben, ihre eigene Kraft aufzugeben und auf die Kraft eines anderen zu vertrauen. So zu denken ist tatsächlich etwas eigenartig. Rettender Glaube kommt nicht durch Versuche zustande. Wenn mir jemand von einem Ergebnis berichtet, das heute passiert ist, dann werde ich nicht sagen, ich würde versuchen, ihm zu glauben. Wenn ich ihn für zuverlässig halte und er sagt, dass er selbst dabei war, dann habe ich kein Problem damit, das, was er mir erzählt, sofort anzunehmen. Halte ich ihn aber nicht für vertrauenswürdig, dann werde ich vorsichtig damit sein, ihm gleich etwas zu Errettung möglich ist, dann glaube ich ihm entweder sofort oder ich halte ihn für einen Lügner. Ich hoffe, dass du dir ohne zu zögern klar darüber geworden bist, welches in diesem Fall die richtige Entscheidung ist. Gottes Aussagen können nur wahr sein, deshalb sollte es keine Frage sein, sofort an Jesus zu glauben. Vielleicht hast du dich auch sehr angestrengt zu glauben. Ich rate dir, höre zu versuchen und zu arbeiten. Sei zufrieden, wenn dein Glaube sich auf diese eine Wahrheit stützt. Denn Christus ist, als wir noch kraftlos waren, zur festgesetzten Zeit für uns Gottlose gestorben. Er gab sein Leben hin für Menschen, die noch nicht an ihn glaubten und auch noch nicht fähig waren, an ihn zu glauben. Er starb für die Gläubigen, als sie noch nicht Gläubige, sondern noch Sünder waren. Er kam, um Gottlose zu Gläubigen und Sünder zu Heiligen zu machen. Aber damals, als er für sie starb, hatte er es mit völlig kraftlosen Menschen zu tun. Wenn du an der Wahrheit festhältst, dass Christus für die Gottlosen starb und es glaubst, dann wird dein Glaube dich retten und du kannst im Frieden leben. Bist ab, auch wenn dein Glaube noch keine Berge versetzen kann? Wenn du das tust, dann bist du gerettet. Es ist nicht der große Glaube, der dich rettet, sondern der echte Glaube. Denn eigentlich beruht die Rettung ja nicht auf dem Glauben selbst, sondern auf Christus, dem der Glaube vertraut. Weil du weißt, dass Jesus lebt und dass er deine Rettung ist, kannst du an ihn glauben. Wenn wir von Jesus Christus als unseren Erretter sprechen, dann meinen wir damit vor allem seinen stellvertretenden Tod am Kreuz. Es gibt keinen Ort, der so geeignet ist, den Glauben in uns zu wecken, wie der Hügel von Golgatha. Das, was auf diesem heiligen Berg geschah, lässt den zitternden Glauben stark und gesund werden. Wie viele haben schon am Herr, wie du verwundet und von Schmerzen erfüllt am Kreuz hängst, spüre ich, wie mein Herz zu glauben beginnt, dass du dies alles für mich erlitten hast. Vielleicht sagst du aber auch, meine Schwachheit ist, dass ich meine Sünde nicht aufgeben kann. Ich weiß, ich kann nicht in den Himmel kommen, solange ich meine Sünde mit mir herum schleppe. In diesem Fall möchte ich dir sagen, dass es mich freut, dass dir diese Tatsache bewusst ist. Du musst tatsächlich von der Sünde getrennt sein, sonst kannst du mit Gott keine Gemeinschaft haben. Als John Bunyan noch ein kleiner Junge war, schoss ihm eines Tages die Frage durch den Kopf, willst du deine Sünden behalten und zur Hölle gehen, oder willst du sie loswerden und zum Himmel eingehen? Diese Antworten, kein Mensch kann weiter sündigen und gleichzeitig dem Himmel entgegen steuern, das ist unmöglich. Du musst entweder die Sünde aufgeben oder die Hoffnung auf den Himmel. Du sagst, ja, genau, das möchte ich, ich will die Sünde aufgeben, aber ich schaffe es nicht, die Sünde ist zu stark für mich und ich habe keine Kraft sie zu überwinden. Nun, wenn du keine Christus ist, als wir noch kraftlos waren, zur festgesetzten Zeit für Gottlose gestorben. Kannst du das glauben? Gott hat diesen Satz gesprochen, das heißt, es ist eine Tatsache und eine einzige Hoffnung. Glaube es und vertraue Jesus, dann wirst du bald die Kraft finden, deine Sünde zu töten. Niemand kann seine Sündhaftigkeit aus eigener Kraft überwinden. Ich habe es versucht und es gelang mir nicht. Meine Neigung zum Bösen war in mir so mächtig, bis ich mein Vertrauen darauf legte, dass Christus für mich gestorben ist, ich ihm meine Schuld anvertraute und dann die Kraft empfing, mein sündiges Ich zu überwinden. Das Evangelium vom Kreuz hat die Macht, Sünde zu überwinden, wie die alten Ritter ihre gewaltigen Schwerter mit beiden Händen packten und ihre Feinde damit niedermähten. Nichts ist so stark wie der Glaube an Jesus Christus, den Freund der Sünder. Dieser Glaube überwindet alles Böse. Wenn Christus für mich gottlosen und schwachen Menschen gestorben ist, dann kann ich nicht länger in der Sünde leben. Ich muss mein Leben darauf ausrichten, den zu lieben und dem zu dienen, der mich mit seinem eigenen Blut erlöst hat. Ich kann nicht mit dem Bösen spielen, das meinen besten Freund tötete. Ich muss heilig sein, um seinet Willen. Wie kann ich in der Sünde leben, wenn Jesus gestorben ist, um mich vor ihr zu retten? Was für eine Hilfe ist es zu wissen, dass Christus für Gottlose wie dich und mich gestorben ist und dass dies kein Missgeschick, sondern der wahrheit verstanden? Es ist nicht ganz leicht, für unseren verdunkelten, vorurteilslosen und begrenzten Verstand, das Wesen des Evangeliums ganz zu verstehen. Manchmal habe ich, wenn ich eine Predigt gehalten hatte, geglaubt, ich hätte das Evangelium so klar ausgelegt, dass die Nase in unserem Gesicht nicht deutlicher sichtbar sein könnte. Und doch musste ich immer wieder feststellen, dass sogar intelligente Zuhörer nicht verstanden hatten, was mit dem Wort gemeint ist. Schaut auf mich, so werdet ihr gerettet. Ich habe häufig das Zeugnis von Neubekehrten gehört, dass sie das Evangelium bis zu einem bestimmten Tag nicht verstanden, obwohl sie es jahrelang gehört hatten. Viele verstehen nichts von dem, was Gottes Wort sagt, nicht weil es so schwer geschrieben wäre oder niemand es ihnen erklärt hätte, sondern weil die persönliche Offenbarung durch Doch wer auch immer den Heiligen Geist darum bittet, dem wird er sie geben. Und wenn es der Geist offenbart, der erkennt, dass sich die ganze Bibel in dem Einsatz zusammenfassen lässt, Christus starb für die Gottlosen. Jemand anderes hat die Schwäche, dass er seine Entscheidung immer wieder ändert. Am Sonntag sitzt er im Gottesdienst und hört Gottes Wort und das, was er dort hört, macht Eindruck auf trifft er sich mit Freunden, die ihn negativ beeinflussen und alle seine guten Vorsätze sind dahin. Seine Arbeitskollegen sind ungläubig und reden viel Schlechtes und er weiß nicht, wie er darauf reagieren soll. Also schweigt er. Solche Menschen nenne ich Herr und Frau heute so und morgen so. Ich meine das nicht respektlos, vielmehr tun mir solche Menschen sehr leid, aber auch ihnen kann Gott in seiner Gnade aus ihrer Schwachheit heraushelfen. Er kann den Feigling tapfer machen. Falls es dir ähnlich geht, dann möchte ich dich ermutigen, du musst nicht in diesem launenhaften Zustand bleiben. Es geht niemals gut, wenn man sich selbst gegenüber schlapp und nachgiebig ist. Werde standhaft und wage es, deine eigene Meinung zu vertreten. Das ist nicht nur eine geistliche Frage, sondern auch eine Frage der Ehre. Ich bin gerne bereit, meinen Freunden vieles zum Gefallen zu tun, aber ihnen zuliebe in die Hölle zu gehen und meine Freundschaft zu Gott zu verlieren, bloß um ein gutes Verhältnis zu Menschen aufrecht zu erhalten, das ist unmöglich. Vielleicht denkst du, ich weiß das ja alles, aber ich habe nicht den Mut, Farbe zu bekennen, mir fehlt das Rückgrat. Auch in diesem Fall werde ich denselben Bibelferst zitieren, denn Christus ist, als wir noch kraftlos waren, zur festgesetzten Zeit, für uns Gottlose gestorben. Wäre Petrus hier bei uns, dann würde er wahrscheinlich sagen, der Herr Jesus starb für mich, als ich so arm und schwach war, dass sogar eine Dienerin, die auf das Feuer acht gab, mich dazu brachte, Und da ist Petrus kein Einzelfall. Jesus starb für die, die ihn im Stich ließen, als es gefährlich wurde. Lege deshalb dein Vertrauen nicht in dich, sondern in diese eine Wahrheit, denn Christus ist, als wir noch kraftlos waren, zur festgesetzten Zeit für uns Gottlose gestorben. Präge es dir tief ins Herz ein, Christus starb für dich, und du wirst bald bereit sein, auch für ihn zu sterben. Wenn du an ihn glaubst, dann hat er an deiner Stelle den Tod auf sich genommen, um dich vollkommen und wahrhaftig mit Gott zu versöhnen. Wenn du im Glauben daran wächst, dann wirst du dich unmöglich für Christus schämen können, sondern du wirst stolz auf deinen Herrn sein, der für dich starb. Was meinst du gab den Märtyrern der Gemeinde Jesu die Kraft durchzuhalten. In den ersten Tagen des Christentums war die Gemeinde täglicher Verfolgung ausgesetzt und die Liebe zu Christus war unter den Gläubigen sehr stark. Die Christen waren nicht nur bereit zu sterben, wenn es sein musste, sondern sie sahen es als die größte Ehre an. Hunderte bekannten sich öffentlich zu Christus und traten somit bereitwillig vor Märtyrer Tod suchten. In diesem Fall möchte ich hinzufügen, dass es meines Erachtens nicht in Gottes Willen liegt, einen so furchtbaren Tod bewusst zu suchen. Aber dennoch ist ihr Verhalten ein Beweis dafür, dass ein klares Bewusstsein von der Liebe Jesu uns von jeder Menschenfurcht befreien kann. Wie sehr unterschätzen wir doch diese Tatsache und wissen daher nicht, dass Christus und seine Verhalten auch wenn das Bekenntnis zu Christus uns das Leben kostet. Wie entsteht der Glaube? Wie ist es möglich, dass in einem toten, ungläubigen Herzen lebendiger Glaube entsteht? Ich bin mir sicher, dass sich viele diese Frage stellen. Aus diesem Grund möchten wir uns ganz praktisch damit auseinanders setzen. Gesunder Menschenverstand ist in religiösen Fragen ebenso hilfreich wie in anderen Dingen. Ein Handwerker wurde gefragt, wie man eine bestimmte Sache am besten tun könne. Seine Antwort war, am besten ist es, dies sofort zu tun. Diese Wahrheit trifft auf irdische Dinge ebenso zu wie auf geistliche. Wir verschwenden unnötige Zeit, wenn wir uns lang und breit über die Methode unterhalten, während die Sache, um die es geht, ganz einfach ist. Der kürzeste Weg zum Glauben ist, einfach zu glauben. Wenn du durch den Heiligen Geist von Neuem geboren bist, dann glaubst du die Wahrheit, sobald du sie hörst. Du glaubst der Wahrheit, weil sie wahr ist. Die menschliche Seite des Evangeliums kann man einfach mit folgenden Worten zusammenfassen. Glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du gerettet werden. Apostelgeschichte 16 Vers 31 Es ist sinnlos, dieser einfachen Aufforderung durch Fragen und Spitzfindigkeiten auszuweichen. Der Befehl ist ganz klar, also gehorche ihm. Falls du aber doch Schwierigkeiten haben solltest, ihn zu befolgen, dann bitte Gott, dir zu helfen. Sage ihm, was dein Problem ist und bitte ihn, es durch seinen Heiligen Geist zu lösen. Wenn ich mit der Aussage eines Buches Schwierigkeiten habe, dann wäre die einfachste Möglichkeit, bei dem Verfasser nachzufragen, was er damit meint. Wenn es sich bei dem Verfasser um einen vertrauenswürdigen Mann handelt, dann wird mich seiner Erklärung auch zufrieden stellen. Wie viel mehr trifft das auf den Autor der Bibel zu. Gott kann dir durch den Heiligen Geist die schwierigen Stellen in seinem Wort erklären und somit alle deine Fragen und dein Suchen des Herz zufrieden stellen. Gott ist gerne bereit, sich mitzuteilen und zu offenbaren. Deshalb sollten wir bei jeder Frage, die den Glauben und das Wort Gottes betrifft, zu ihm gehen und nachprüfen, wie es Herr, leite mich durch deinen Heiligen Geist in die Wahrheit und enthülle mir die Dinge, die ich noch nicht verstehe. Wenn dir bestimmte Dinge im Glauben Schwierigkeiten machen, dann kann der Heilige Geist dir helfen, vorausgesetzt du beschäftigst dich mit Gottes Wort und den Dingen, die du glauben sollst. Viele Dinge glauben wir deshalb, weil wir sie oft gehört haben. Manche Menschen kommen auf diese zu glauben. Um diesen Effekt zum Guten zu nutzen, sollen wir uns deshalb immer wieder mit Gottes Wort, der Quelle der Wahrheit beschäftigen, um ihre Wahrheiten immer wieder zu hören, damit der Heilige Geist sie gebraucht, um unseren Glauben zu stärken. Denn der Glaube kommt durch das Hören des Wortes Gottes. Römer 10, Vers 17. Wer aufmerksam das Evangelium hört, an dem wird es nicht spurlos vorüber gehen. Achte beim Hören darauf, dass du dich durch nichts ablenken lässt, und vermeide es, Dinge zu lesen, die dich im Glauben hindern oder negativ beeinflussen. Es kann allerdings auch eine große Hilfe sein, die Lebenszeugnisse gläubiger Männer und Frauen zu lesen. Die Samariter glaubten zum Beispiel deshalb an Jesus, weil die Frau ihnen von ihrer Begegnung mit ihm erzählt hatte. Manches von dem, was wir glauben, gründet sich auf das Zeugnis anderer. Ich glaube, dass es ein Land mit Namen Japan gibt. Ich habe es niemals gesehen, aber ich glaube daran, weil andere dort gewesen sind und mir davon erzählt haben. Ich glaube, dass ich sterben werde. Ich bin noch nicht gestorben, aber viele andere sind vor mir gestorben, die ich gekannt habe. Darum bin ich überzeugt, dass ich auch sterben werde. Das Zeugnis der Gestorbenen überzeugt mich, dass der Tod eine Tatsache ist. Höre also auf die, die durch Jesus Christus gerettet wurden, und beobachte, wie sie durch ihn Vergebung empfingen und wie ihr Leben und Wesen verändert wurde. Je mehr du dich damit befasst, um so größer ist die Chance, dass du auf Jüngern einen Dieb zu begegnen, den Christus gerettet hat und der von Gott aus seinem sündigen Leben befreit wurde. Wenn du ein sexuell ausschweifendes Leben geführt hast, kannst du Männer und Frauen begegnen, die dasselbe Leben geführt haben, aber die durch Gottes Gnade gereinigt und verändert sind. Wenn du verzweifelt und deprimiert bist, brauchst du nur in die Gemeinde Jesu zu gehen und ein wenig nach zu fragen und du wirst entdecken, dass viele Gottes Kinder eine ähnliche Hoffnungslosigkeit erlebt haben. Ich garantiere dir, dass sie gerne bereit sind, dir zu erzählen, wie der Herr sie befreit hat. Wenn du all die Menschen betrachtest, die durch Gottes Wort verwandelt wurden, Kennst du die Geschichte von einem Afrikaner, dem ein Missionar erzählte, dass Wasser so hart ist, dass man darauf gehen könne? Der Mann erklärte, dass er sehr viel von dem glaube, was der Missionar ihm erzählt habe, aber diese eine Sache würde er ihm niemals glauben. Einige Zeit später kam er nach England und sah an einen Wintertag, dass der Fluss gefroren war. Aber er wagte sich nicht aufs Eis, weil er wusste, dass der Fluss tief genug war, um darin zu ertrinken. Alle Versuche, ihn auf das Eis zu locken, schlugen fehl, bis ein Freund und noch viele andere aufs Eis gingen. Das überzeugte ihn, und er wagte sich auf das Eis. Es kann sein, dass du allmählich zum Glauben geführt werden musst. Es kann sein, dass du zuerst erleben musst, wie andere an Christus glauben, und dieser Glaube in ihnen Freude und Frieden bewirkt. Gott kann selbst die Erfahrung anderer dazu gebrauchen, um uns zum Glauben zu verhelfen. Doch wie du auch immer zum Glauben kommst, entweder glaubst du an Jesus oder du musst sterben. Es gibt keine dritte Option. Noch ein Vorschlag wäre, dass du dir vor Augen führst, wer von dir verlangt, an Jesus Christus zu glauben. Und damit meine ich nicht mich selbst oder einen anderen Menschen, denn die Autorität von Menschen ist immer ein wenig unzuverlässig. Ich meine damit Gott. Er befiehlt dir, an Jesus Christus zu glauben, und du darfst deinem Schöpfer den Gehorsam nicht verweigern. Ein Vorarbeiter in einer Fabrik im Norden Englands hatte das Evangelium schon oft gehört, aber ihn quälte die Frage, ob er wirklich zu Christus kommen dürfe. Sein Arbeitgeber, ein wiedergeborener Christ, schickte ihm eines Tages eine Karte, auf dem stand, kommen Sie sofort nach der Arbeit zu mir. Der Vorarbeiter erschien wie verlangt an die Tür seines Chefes. Als dieser herauskam und etwas unfreundlich fragte, warum stören Sie mich um diese Zeit zu Hause? antwortete der Arbeiter verlegen, ich habe eine Karte von Ihnen erhalten, darauf stand, dass ich nach Dienst Schluss zu Ihnen kommen soll. Der Chef erwiderte streng, wollen Sie etwas sagen, dass Sie bloß wegen einer Karte das Recht haben, nach Dienst Schluss in mein Haus zu kommen? Aber Sir, sagte der Vorarbeiter, ich verstehe Sie nicht, ich meine, nachdem Sie verlangt haben, dass ich zu Ihnen komme, habe ich doch auch das Recht zu kommen. Treten Sie ein, John, sagte der Chef freundlich, da ist noch eine Nachricht, die ich Ihnen vorlesen möchte. Und er setzte sich und las die Worte, kommet her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich werde euch Ruhe geben. Matthäus 11, Vers 28. Dann sagte er, glauben Sie, nachdem Sie eine solche Botschaft von Christus empfangen haben, dass es falsch ist, zu ihm zu kommen? Da ging dem Mann ein Licht auf, und er glaubte an den Herrn Jesus und bekam ewiges Leben, denn er begriff auf einmal, dass er allen Grund hatte, an Jesus zu glauben und zu ihm zu kommen. Dir gilt dasselbe. Du hast gute Gründe, um zu Jesus Christus zu kommen und einer davon ist, dass Gott dich selbst dazu auffordert. Falls diese Tatsache keine Auswirkung auf dich haben sollte, dann denke darüber nach, woran du glauben sollst. Daran, dass Jesus Christus stellvertretend für Sünder litt und alle erretten wird, die an ihn glauben. Das ist die unübertrefflichste Tatsache, an die wir Menschen glauben dürfen, die tröstlichste und göttlichste sterblichen Menschen verkündet wurde. Ich rate dir, nimm dir viel Zeit, um darüber nachzudenken und strecke dich nach Gottes Gnade und Liebe aus. Lies die vier Evangelien, lies die Briefe des Paulus und stell dir die Frage, ob das Evangelium nicht wert ist, geglaubt zu werden. Beschäftige dich mit dem Leben und der Person Jesu Christi. Denk darüber nach, wer er ist, was er tat, wo er jetzt ist und welche Bedeutung er hat. Wer sich aufrichtig mit Jesus Christus beschäftigt, der wird es schwer haben, an ihm zu zweifeln. Und doch geschieht ist, dass Menschen ihm misstrauen, obwohl er absolut vertrauenswürdig ist. Warum willst du denen gleich sein, die ihn kreuzigten, weil sie nicht an ihn glaubten? Willst du etwa einer von denen sein, die ihm die Dornkrone aufsetzen und ihn anspucken? Deine Frage sollte nicht lauten, wie kann ich an Jesus glauben, sondern warum sollte ich mich noch weigern, an ihn zu glauben? Wenn dich das alles kalt lässt, dann lass mich dir noch ein letztes Wort sagen. Demütige dich vor Gott. Der Unglaube gegenüber Jesus ist nichts anderes als Sünde, die von Vorurteilen und menschlichen Hochmut herkommt. Ich hoffe und bete, dass Gott deine innere Feindschaft überwindet und dich zur Anbetung führt. Wenn du nicht an Jesus glaubst, dann bist du ein Feind Gottes, ein Rebell. Gib deine Rebellion auf und lege deine Waffen zu den Füßen Jesu nieder. Ergib dich dem König aller Könige und hoffe auf seine Gnade. Ich bin davon überzeugt, dass Gott jedem, der in diesem Leben vor ihm kapituliert und sich vor ihm niederwirft, die Kraft gibt, auch an ihn zu glauben. Solange du mit Gott im Streit liegst, bist du nicht in der Lage zu glauben, weil du deinen eigenen Willen durchsetzen und deine eigenen Wege gehen willst. Wie könnt ihr glauben, sagt Jesus, wenn ihr Ehre voneinander nehmt? Johannes 5, Vers 44 Unser stolzes Herz bringt den Unglauben hervor und hält ihm an Leben. Nur dem, der sich Gott ergibt, wird es nicht mehr schwer fallen, auf Christus als seinen Erretter zu vertrauen. Möge der Heilige Geist wirkungsvoll an dir arbeiten und dich dazu bringen, dass du an den Herrn Jesus glaubst. Amen. Die Wiedergeburt durch den Heiligen Geist Ihr müsst von Neuem geboren werden. Johannes 3, Vers 7 Diese Aussage des Herrn Jesus scheint für viele Menschen fast so schrecklich zu sein, wie das flammende Schwert des Engels, der vor der Pforte des Paradieses Adam und Eva verschreckte. Diese Menschen sind verzweifelt, weil es ihnen trotz großer Anstrengungen nicht gelungen ist, sich zu ändern. Die neue Geburt aber, von der Jesus hier spricht, kommt von oben und steht deshalb außerhalb des Einflusses von uns Menschen. Ich habe nicht vor, eine biblische Wahrheit zu leugnen oder zu beschönigen, um meinen Lesern entgegen zu kommen. Es ist eine Tatsache, dass die neue Geburt etwas Übernatürliches ist, das von keinem Menschen verursacht werden kann. Ich würde dem Leser wenig helfen, wenn ich ihn zu etwas überreden wollte, und ich ihm etwas verschweigen würde, was für ihn lebensnotwendig ist. Denn in dem selben Kapitel, in dem der Herr Jesus dieselbe kompromisslose Erforderung nach der Wiedergeburt ausspricht, spricht er auch sehr deutlich von der Errettung durch den Glauben. Lies bitte das ganze dritte Kapitel des Johannesevangeliums und halte dich nicht nur bei dem ersten Sätzen auf. Es heißt zwar im dritten Vers, Jesus antwortete und sprach zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht vom Neuen geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Aber in den Versen 14 und 15 lesen wir, wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen, gemeint ist Jesus, erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Der 18. Vers wiederholt Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, denn er glaubt nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Jedem Leser muss klar sein, dass diese beiden Aussagen ein und dasselbe meinen, weil sie beide aus Jesu Mund stammen und in demselben Zusammenhang stehen. Es gibt hier also nichts zu revidieren oder anzuzweifeln. Wenn der eine Vers sagt, dass nur Gott allein geben kann, was zur Errettung notwendig ist und es wenige Verse später heißt, dass der Herr uns erretten wird, wenn wir an Jesus glauben, dann können wir sicher sein, dass Gott denen, die glauben, alles geben wird, was für die Errettung notwendig ist. Gott bewirkt die Wiedergeburt bei all denen, die an Jesus glauben. Ihr Glaube ist der sicherste Beweis dafür, dass sie tatsächlich wiedergeboren sind. Wir vertrauen Jesus in allen Dingen, in denen wir selbst nichts tun können. Wenn es in unserer Macht lege, wozu bräuchten wir es dann von ihm zu erwarten? Es liegt auf unserer Seite, ihm zu glauben, doch es ist die Aufgabe des Herrn, uns durch seinen Geist neu zu erschaffen. Gott wird nicht stellvertretend für uns glauben, und wir können nicht an seiner Stelle das Werk der Wiedergeburt tun. Gott allein kann wirken. Er, der so weit ging, dass er am Kreuz für uns starb, kann und wird uns alles geben, was zu unserer ewigen Errettung nötig ist. Das Werk des Heiligen Geistes geschieht im Verborgenen und ist geheimnisvoll, und wir können nur das Resultat dieses Wunders wahrnehmen. Schon die natürliche Geburt ist mit vielen Wundern und Geheimnissen verbunden. Noch viel mehr gilt das in Der Wind weht, wo er will. Du hörst zwar seinen Sausen, aber woher er kommt und wohin er geht, weißt du nicht. So ist es bei jedem, der aus dem Geist geboren ist. Johannes 3 Vers 8 Was wir über dieses Wunder wissen können, hat Gott uns in seinem Wort offenbart. Zum Beispiel ist die Tatsache, dass der Geist Gottes unabhängig von dem Menschen im Herzen des Menschen wirkt, kein Ersatz für die Verantwortung des Menschen an Christus zu glauben. Ein Landwirt, der sich weigert, seine Felder zu besäen, kann auch nicht als Entschuldigung hervorbringen, dass es sinnlos wäre zu sehen, wenn Gott den Samen nicht wachsen lässt. Er kann nicht einfach die Hände in den Schoß legen, nur weil es den Tatsachen entspricht, dass es in Gottes Verantwortung liegt, die Ernte wachsen zu lassen. Auch hat kein Bauarbeiter einen Grund, seine Arbeit niederzulegen, nur weil Gottes Wort sagt, wo der Herr nicht das Haus baut, arbeiten umsonst, die ist es so, dass jeder Mensch, in dem der Heilige Geist wirkt, auch Glauben wird. Der Glaube ist der Beweis dafür, dass Gottes Geist sein Werk in dem Herzen des Glaubenden schon tut. Alles, was Gott tut, das tut er nach seinem ewigen Plan, aber die Menschen sind deshalb nicht passiv. Auch im normalen Leben können wir uns nicht ohne Gottes Macht bewegen. Er gibt uns Leben und Kraft dazu. Und doch gehen viele von uns ihren Geschäften nach, ohne sich Gedanken darüber zu machen, woher sie ihre Kraft und Gesundheit, ja, ihr Leben haben. Gott ist es, der das Leben schenkt und der alle Wege lenkt, der jeden Tag die nötige Kraft gibt. Dasselbe geschieht auch in Bezug auf seine errettende Gnade. Wir tun Buße und glauben an Jesus, obwohl wir kämpfen gegen die Sünde und hoffen auf Jesus, um dann festzustellen, dass Gott beides, das Wollen und das Vollbringen nach seinem Wohlgefallen in uns bewirkt. Vergleiche dazu Philippa 2, Vers 13. Es wäre ein Witz, so zu tun, als läge hier einen Widerspruch vor. Manche biblische Tatsachen lassen sich mit Worten nur schwer erklären, doch sind in der Praxis ganz einfach. So sind auch die beiden Wahrheiten, dass der Sünder glauben muss und dass sein Glaube durch den Heiligen Geist in ihm bewirkt wird, kein Widerspruch. Oftmals liegt es an menschlichem Stolz oder an falschen Vorstellungen, wenn diese beiden an sich einfachen Dinge so kompliziert gemacht werden. Niemand wird sich weigern, von einem sinkenden Schiff in ein Rettungsboot zu steigen, nur weil er das spezifische Gewicht seines Körpers nicht kennt. Und ein Verhungernder wird sich sicher nicht weigern zu essen, weil er nichts über Biologie und Stoffwechsel versteht. Wenn du erst dann glauben willst, wenn du alle Geheimnisse verstehst, wirst du niemals gerettet werden. Und wenn du dich durch selbst erfundene Schwierigkeiten davon abhalten lässt, aus Gottes Hand Vergebung und ewiges Leben anzunehmen, dann wirst du verloren gehen, und das verdientermaßen. Mein Erlöser lebt Bisher habe ich in diesem Buch einen großen Wert darauf gelegt, von dem gekreuzigten Herrn Jesus zu sprechen und darüber, dass er die einzige aber große Hoffnung für uns schuldbeladenen Menschen ist. Allerdings möchte ich nicht vergessen, dass der Herr auch von den Toten auferstanden ist und ewig lebt. Niemand verlangt von dir, dass du deine Hoffnung auf einen toten Christus setzt. Christus ist für unsere Sunden gestorben, aber er ist von den Toten wieder auferstanden, um uns vor Gott zu rechtfertigen. Du darfst zu Jesus kommen, als zu einem lebendigen und greifbaren Freund. Jesus ist eine lebendige Person. Er hört jedes deiner Gebete und hat die vollkommene Macht über alles. Jesus lebt, um das Werk zu Ende zu führen, für das er sein Leben gegeben hat. Er sitzt auf dem Thron Gottes und vertritt uns vor dem Allmächtigen Vater im Gebet. Und das ist auch der Grund dafür, dass er alle vollkommen retten kann, die durch ihn zu Gott kommen. Er, der ewig lebt, wird nie aufhören, für sie einzutreten. Hebräer 7, Vers 25 Nur Jesus Christus hat von Gott alle Herrlichkeit und Macht im Himmel und auf Erden übertragen bekommen. Er ist über alle Fürstentümer, Gewalten und über jeden noch so ehrenvollen und einflussreichen Namen erhaben. Vergleich dazu Philippa 2, Versen 9-11 Und Platz an seiner rechten Seite gegeben. Er hat ihn zum Herrscher und Retter gemacht, um Israel zu Umkehr zu führen und die Sünden des Volkes zu vergeben. Apostelgeschichte 5, Verse 30 bis 31 Die Herrlichkeit, die Jesus Christus jetzt in seinem himmlischen Reich hat, ist die Herrlichkeit, die wir Gläubigen nach unserem Tod erhalten. Jesus ist nicht irgendjemand, er ist der eine Erretter und der Herrscher über alle Herrscher dieser Welt. Er hat die unumschränkte Macht über Leben und Tod und der Vater hat ihm zum Mittler für alle Menschen eingesetzt, sodass er all denen Leben schenken kann, die er in seiner großen Gnade dazu bestimmt hat. Wenn Jesus Türen aufschließt, kann niemand sie schließen. Auf seinen Befehl hin muss der Tod die Seelen freigeben, die eben noch der ewigen Verdammnis entgegenging. Alle, die der Vater ihm gegeben hat, wird er bewahren und er wird sie am letzten Tag von den Toten auferwecken. Vergleiche Johannes 6, Vers 39. Dass Jesus Christus lebt, ist der Grund unserer Hoffnung. Denn so viel Macht, die Sünde, unsere verdorbene Natur und der Teufel auch über uns haben mögen, Jesus besitzt weit mehr Macht uns zu erretten. Seine Herrschaft und seine Macht dienen uns zum Besten. Er ist für uns der Herrscher und Retter, damit er uns seinem Volk, dem geistlichen Israel, alles geben kann, was zu unserem Heil notwendig ist. Alles, was Jesus besitzt, das gebraucht er zum Wohl des gerechtfertigten Sünders. Alles, was er ist, das offenbart er dem Glaubenden in seiner unbegrenzten Gnade. Er ist zugleich königlicher Herrscher und demütiger Retter, und er möchte das eine nicht ohne das andere sein. So handelt er als Herr über alles, indem er die Menschen segnet, als sei dies die Krönung seiner Herrlichkeit. Sind diese Tatsachen nicht unglaublich tröstend für jeden Sünder, der auf Christus hofft? Jesus erduldete große Demütigungen, deshalb konnte er auch erhöht werden. In Demut erduldete und vollendete er den Willen seines Vaters. Aufgrund seines Gehorsams gab ihm der Vater die Herrlichkeit, die Christus schon vor Erschaffung der Welt bereits besaß. Doch damit nicht genug. Jesus setzt seine Erhöhung dazu ein, um sein Volk mit allen himmlischen Segnungen zu beschenken. Darum hebe deine Augen auf zu den Bergen, denn von dort oben kommt deine Hilfe. Versuche dir die Ehre und Herrlichkeit Jesu vorzustellen. Er ist der Herrscher und Retter für die, die an ihn glauben. Ist die Tatsache, dass Jesus, der wahre Gott und wahre Mensch auf dem Thron des ganzen Weltalls sitzt und alles regiert, für dich kein Grund zur Freude? Ist es nicht wunderbar, dass er sowohl Herr über alles als auch der Retter von Sündern ist? Wer an ihn glaubt, der hat den König der Könige zum besten Freund. Und dieser König setzt seinen ganzen Einfluss für seine Freunde ein. Er lebt ewig und bittet täglich seinen Vater für die, die zu ihm gehören. Das ist der Grund, weshalb ich ihm alles im Gebet sage und sicher auf Gottes Gnade hoffe, tu du dasselbe, lege alles, was dich belastet, was dir Sorgen und Angst macht, in die Hände, die für dich durchbohrt wurden, die aber jetzt mit königlicher Macht und Ehre geschmückt sind. Noch nie hat dieser Herrscher einen Kampf verloren. Vertraue ihm. Keine Vergebung ohne Umkehr. In Apostelgeschichte 5, Verse 30 bis 31 wird deutlich gesagt, dass Buße, also die Sinnesänderung, die eine Abkehr von dem alten Leben und Umkehr zu Gott bedeutet und Vergebung der Sünden untrennbar zusammengehören. Wir sehen in diesen Versen, dass Jesus erhöht ist, um zur Umkehr zu führen und die Sünden des Volkes zu vergeben. Diese beiden Segnungen kommen aus der Heiligen Hand, die für Sünde ans Kreuz genagelt wurde und die doch gleichzeitig die ganze Welt trägt und erhält. Buße und Vergebung sind durch Gottes ewigen Entschluss fest miteinander verknüpft. Und was Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Buße muss also mit der Vergebung Hand in Hand gehen. Jeder, der ein wenig darüber nachdenkt und sich mit den Aussagen der Bibel beschäftigt, wird diesen Zusammenhang erkennen. Es ist schlichtweg unmöglich, dass einem Sünder vergeben wird, der seine Sünde nicht bereut und Buße tut. Auf diese Weise würde der Sünder nur in seinem bösen Handeln bestärkt werden und die Sünde zu leicht nehmen. Wenn Gott zu ihm sagen würde, du liebst die Sünde, lebst darin und steigerst dich in das Böse hinein, aber ich vergebe dir trotzdem, dann würde dies nur bedeuten, dass er der Ungerechtigkeit freien Lauf lässt, und dies ist für den gerechten Gott unmöglich und würde der gesamten Welt schaden. Die Grundlagen der gesellschaftlichen Ordnung wären mit einem Gebe weder Gesetz noch Moral. Man kann sich kaum vorstellen, wie viel Leid entstehen würde, wenn man Buße und Vergebung voneinander trennen und über Sünde einfach hinwegsehen würde und keine Veränderung in dem Sünder stattfinde. Wenn wir an die Heiligkeit Gottes glauben, dann ist es nur völlig logisch, dass er uns nicht vergeben kann, solange wir keine Reue für unsere Sünde empfinden und nicht bereit sind, von der Sünde abzulassen. Jede Sünde muss und wird Konsequenzen haben. Allerdings sagt Gottes Wort ganz klar, dass Gott treu und gerecht ist, indem er unsere Sünden vergibt und uns von all unserer Ungerechtigkeit reinigt, wenn wir nur unsere Sünden bekennen und dies setzt auch voraus, dass wir im Glauben seine vergebende Gnade annehmen. Vergleich dazu 1. Johannes 1. 9. Gottes vergebende Gnade kann niemandem gelten, der bewusst und mutwillig auf seinen bösen Weg bleibt und sich weigert, seine Sünden einzugestehen. Kein Rebell kann erwarten, dass der König ihm seinen Verrat verzeiht, solange er offiziell bei seinem Widerstand bleibt. Niemand darf glauben, dass der Richter der Welt auch nur einem die Sünden wegnimmt, der sich weigert, sie ihm zu geben. Eine Gnade, die das Unrecht vergibt, aber den Sünder weiter im Unrecht leben lässt, wäre eine erbärmliche und inhaltslose Gnade und so unnütz wie ein gelähmter Fuß oder eine verdorrte Hand. Was glaubst du, ist eine größere Art der Gnade, die Befreiung von Schuld und Sünde oder die von der Macht der Sünde? Ich möchte nicht versuchen, zwei großartige Gnadengeschenke Gottes gegeneinander abzuwägen, wo doch beide uns nur durch das kostbare Blut Jesu geschenkt werden können. Wenn man aber wirklich vergleichen wollte, dann glaube ich, dass die Gnade von der Sünde befreit und heilig und Gott gleich gemacht zu werden, die größere von beiden ist. Vergebung zu erhalten ist ein Geschenk, das man niemals zu hoch schätzen kann. Die meisten christlichen Lieder und Psalmen wurden über die Vergebung der Sünden geschrieben. Aber was nützt eine so großartige Vergebung, wenn wir nach dem, wie sie empfangen haben, noch immer die Sünde lieben und sie mit Freude ausleben? Wäre diese Art der Gnade nicht mit einer vergifteten Frucht vergleichbar, die den tötet, der sie ist? Gewaschen zu werden, während man im Schlamm liegen bleibt, für geheilt erklärt zu werden, während der ganze Körper vom Aussatz zerfressen ist, das wäre eine grausame Gnade. Was macht das für einen Sinn, einen Menschen wieder aus seinem Grab zu holen, wenn er doch tot bleibt? Wir danken Gott, dass er uns unser Ungerecht vergibt und dass er unsere Gebrechen heilt, dass er die Flecken der Vergangenheit abwäscht und uns aus dem Dreck der Gegenwart herausholt und uns davor bewahrt, wieder hineinzufallen. Wir müssen beides annehmen, Buße und Vergebung, denn sie dürfen nicht voneinander getrennt werden. Die Segnungen, die Gott uns durch den neuen Bund in Christus schenkt, sind nicht voneinander zu trennen. Der Bund kann nicht in Stücke zerlegt werden. Das würde bedeuten, ein lebendiges Kind in zwei Hälften zu zerschneiden. Ich möchte dich fragen, ob du dich mit einer der beiden Gaben zu Frieden geben würdest. Würde es dir genügen, wenn Gott dir deine Sünden vergeben, dir aber dann erlauben würde, einfach so weiter zu machen, wie vorher? Ich hoffe nicht. Dem wiedergeborenen Christen hat Gott die Gottesfurcht ins Herz gegeben, damit er sich mehr vor der Sünde fürchtet als vor der Strafe und sich nicht mehr von Gott abwendet. Vergleiche Iremia 32 Vers 40 Der Ausruf des Apostel Paulus war schließlich nicht, wer wird mich erlösen von der Strafe, sondern ich elender Mensch, wer wird mich erlösen aus diesem Todes Leib? Römer 7 Vers 24 Wer macht mich fähig, Versuchungen zu widerstehen und ein heiliges Leben zu führen? Da jeder, an dem der Geist Gottes wirkt, sich danach sehnt, dass Buße und Vergebung in gleichem Maß in seinem Leben wirksam werden, und weil Gott in seiner Weisheit beides, die Errettung und die Heiligung zu seinem Evangelium gemacht hat, kannst du sicher sein, dass er beides auch in deinem Leben bewirken wird. Jeder Gläubige hat erlebt, dass Buße und Vergebung zusammen gehören. Es hat noch keinen wahren Christen gegeben, der seine Sünden aufrichtig bereute und um Vergebung bat, sie aber nicht empfangen hätte. Andererseits hat noch niemand Vergebung empfangen, ohne vorher für seine Sünden Buße getan zu haben. Unter dem weiten Himmel gibt es garantiert nicht einen Menschen, wieder heute noch in der Vergangenheit oder in Zukunft, der von seinen Sünden gereinigt wurde, ohne dass Gott sein Herz zu Buße und zum Glauben an Jesus Christus geführt hätte. Hass gegen die Sünde und die Gewissheit der Vergebung treffen sich in unserem Herzen und bleiben gemeinsam, solange wir leben. Beide Gnadengaben hängen zusammen und arbeiten zusammen. Der Mensch, der Vergebung empfangen hat, tut Buße und wer Buße tut, der empfängt ganz sicher auch Vergebung. Betrachten wir erst die Aussage, dass die Vergebung zu Buße führt. Wenn wir sicher sind, dass Gott uns vergeben hat, dann bereuen wir die Sünde und hassen sie. Wenn wir im Glauben die Gewissheit bekommen, dass Jesu Blut uns von aller Ungerechtigkeit abgewaschen hat, dann erreicht die Buße ihren Höhepunkt. Wahre Buße wächst mit dem Glauben. Und Glaube nicht, Buße eine vorübergehende Sache von Tagen oder Wochen ist. Nein, Buße dauert das ganze Leben, so wie der Glaube selbst. Neubekehrte Kinder Gottes tun ebenso Buße wie die, die schon Jahrzehnte mit dem Herrn leben. Die Buße ist die Schwester des Glaubens. Solange wir im Glauben leben und noch nicht im Schauen, gehört die Buße zu unserem alltäglichen Leben. Buße, die nicht durch den Glauben entsteht, ist keine wahre Buße. Und ein Glauben, der nicht zu Buße führt, ist kein echter Glauben an Jesus. In dem Maße, wie wir Gottes Heiligkeit erkennen und an die vergebene Liebe Christi glauben, tun wir auch Buße. Und in dem Maße, wie wir die Sünden bereuen und das Böse meiden, haben wir Grund, uns über die Vergebung, die Jesus uns schenkt, zu freuen. Du wirst die Gnade niemals schätzen lernen, wenn du die Sünde nicht bereust und du wirst niemals wahre Buße erleben, wenn du nichts von Gottes Gnade in deinem Leben weißt. So seltsam es vielleicht auch klingt, die Bitterkeit der Buße und die Sünde der Vergebung vereinen sich im Leben von jedem, der Gottes Gnade empfangen hat und gemeinsam bewirken sie eine unvergleichliche Freude. Jemand hat die Buße einmal mit einem Herzen verglichen, das unter der Sünde zerbrochen ist und mit der Sünde gebrochen hat. Wörtlich bedeutet Buße auch Sinnesänderung. Man könnte also von einem Abwenden und Hinwenden sprechen. Sie ist eine Veränderung des Denkens und Handelns in radikalster Form. Verbunden mit dem Schmerz über die Vergangenheit und mit dem Entschluss sich in Zukunft zu bessern. Wer wirklich Buße tut, hasst die Sünde, die er früher geliebt hat. Indem er die Sünde vermeidet, zeigt er, dass er es mit seiner Reue über die Sünde ernst meint. Wenn das in deinem Leben der Fall ist, dann darfst du dir sicher sein, dass Gott dir vergeben hat. Denn einem Herzen, das über die hat Gott bisher noch immer vergeben. Dieses biblische Bild von der Buße steht in keinem Widerspruch zu der biblischen Wahrheit von der Rechtfertigung aus Glauben und dem Frieden mit Gott durch Jesus Christus. Denn nur auf diesem Weg sind wahre Buße und lebendiger Glaube möglich. Wir dürfen die Buße nicht als den Grund unserer Vergebung ansehen, sondern als eine Art Begleiterscheinung. Kein Mensch kann Buße tun, bevor Gott ihn im Glauben dazu gebracht hat, sie zu tun. Auch hier gehören wieder beide Dinge zusammen. Sie sind zwei Säulen der Heilserfahrung. Niemand kann zu Gott kommen, bevor er zwischen diesen beiden Säulen Buße und Vergebung hindurch den Tempel Gottes betreten hat. Buße für die Sünde und Glaube an die göttliche Vergebung sind Kennzeichen einer echten Bekehrung. Um zu dem Vers in Apostelgeschichte 5 zurückzukehren, beide Vergebung und Buße stammen aus derselben Quelle und werden von dem selben Herrn gegeben. Jesus Christus schenkt sie denen, die zu ihm gehören. An keinem anderen Ort sind Vergebung und Buße zu finden, als allein bei Jesus. Er hat das Recht und die Macht beides zu geben und er schenkt es denen, die bei Ich kann gar nicht oft genug betonen, dass nur Jesus allein alles gibt, was zu unserer Errettung notwendig ist, denn jeder, der Vergebung und Gnade sucht, muss das erfahren. Der Glaube ist ebenso ein Geschenk Gottes wie der Retter, auf den sich der Glaube ausrichtet. Buße über die Sünde ist genauso ein Werk Gottes wie das Opfer seines Sohnes, durch das die Sünde Gottes Werk und geschieht allein aus Gnade. Aber es ist nicht der Heilige Geist, der Buße tut, sondern der Mensch angeleitet durch den Geist. Der Heilige Geist hat niemals etwas getan, wofür er Buße tun müsste. Jeder Mensch muss für seine persönlichen Vergehen Buße tun, sonst geschieht keine Vergebung. Genauso kann auch der Herr Jesus für keinen von uns Buße tun. Nein, wir sein Buße tun. Unser Wille, unsere Neigungen und unsere Empfindungen müssen alle an der Abkehr von der Sünde und der Umkehr zu Gott beteiligt sein. Und doch steht hinter all unseren persönlichen Handlungen Gottes souveränes Wirken, durch das er unsere Herzen verwandelt und uns zur Reue führt. Der Geist Gottes erleuchtet unseren Verstand, sodass wir erkennen, was Sünde ist, er verwandelt unser Denken, damit wir Gottes Gerechtigkeit lieben und die Sünde, die der Gerechtigkeit Gottes entgegensteht, hassen. Auf diese Weise führt Gott uns Schritt für Schritt dahin, dass wir dem Wesen seines Sohnes immer ähnlicher werden. Denn Gott ist es, der in euch beides bewirkt, das Wollen und das Vollbringen, nach seinem Wohlgefallen. Philippa 2, Vers 13 Sei bereit, dich diesem guten Gott unterzuordnen, damit er dich zu Jesus führt und du durch ihn Buße und Vergebung erhältst, nach dem Reichtum seiner Gnade. Wie wahre Umkehr möglich wird. Gott hat ihn erhöht und ihm den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gegeben. Er hat ihn zum Herrscher und Retter gemacht, um Israel zur Umkehr zu führen und die Sünden des Volkes zu vergeben. Apostelgeschichte 5, Vers 31 Unser Herr Jesus Christus ist in den Himmel aufgefahren, damit Gottes Gnade zu uns herabkomme. Christi Herrlichkeit dient dazu, Gottes Gnade zu vergrößern. Er ist zu dem selben Zweck in die Herrlichkeit des Vaters gegangen, zu dem er auch die Herrlichkeit beim Vater verließ, um Sünder zu Gott zu führen. Er wurde vom Vater erhört, um zur Umkehr zu führen und die Sünden des Volkes zu vergeben. Das wird besonders deutlich, wenn wir uns einige großen Wahrheiten vor Augen führen. Das Werk, das unser Herr Jesus vollbrachte, hat Buße überhaupt erst möglich gemacht. In Gottes Gesetz wird die Buße an keiner Stelle erwähnt. Stattdessen heißt es, jeder, der sündigt, soll sterben. Hesekiel 18, Vers 4 Wenn Jesus Christus nicht gestorben, wieder auferstanden und zum Vater gegangen wäre, was für einen Wert hätte dann unsere Buße? Wir könnten zwar unsere Verfehlungen bedauern und darüber erschrecken, aber es wäre keine Umkehr zu Gott möglich, und wir hätten somit auch keinen Grund zu hoffen. Reue, ganz allgemein verstanden, ist eine Pflicht jedes Menschen, die kein besonderes Lob verdient. Für gewöhnlich ist Reue so stark mit der selbstsüchtigen Furcht vor Strafe verbunden, dass man ihr nicht viel Wert beimessen kann. Wäre Jesus nicht gekommen, um mit seinem stellvertretenden Leben, Leiden, Sterben und Auferstehung für uns eine übertragbare Gerechtigkeit zu schaffen, dann würden unsere Tränen der Reue nicht mehr sein als verspritztes Wasser. Die Bibel sagt, dass Jesus von Gott erhöht wurde, damit unsere Buße in Zusammenhang mit seiner Fürbitte vor Gott annehmbar und wirkungsvoll wird. Als Jesus erhöht wurde, wurde auch gleichzeitig der Geist Gottes gesandt, damit er alles, was zu wahrer Umkehr nötig ist, in uns bewirkt. Vergleiche Johannes 16 Der Heilige Geist führt uns zu Buße, indem er unser von Natur aus verdorbenes Wesen umwandelt, erneuert und unsere steinenden Herzen wegnimmt. Jeder Versuch, durch selbst auferlegte Schmerzen oder Bußhandlungen bei Gott etwas zu bewirken, sind völlig nutzlos. Wahre Buße kann nicht aus einer durch die Sünde verdorbenen Natur entstehen. Den natürlichen Menschen stößt die echte Umkehr zu Gott ab. vergleiche 1 Korinther 2 Vers 14 Sie kann also nur aus der freien und unumschränkten Gnade Gottes kommen. Versuche also nicht durch Qualen und Verzicht etwas aus deinem steinenden Herzen herauszuholen, was nicht vorhanden ist, sondern geh nach Golgatha und sieh wie Jesus dort am Kreuz für Sünder starb. Schaue auf zu den Bergen, von denen deine Hilfe kommt. Der Heilige Geist ist gekommen, um den Geist des Menschen zu Buße zu führen und in ihnen neues Leben zu erwecken, wie er in den Anfängen über die Schöpfung kam und sie zum Leben erweckte. Erste Mose 1, Vers 2 Bete zu Gott und sage, Heiliger Geist, wohne in mir, erneuere mein Herz und schenke mir Demut, damit ich die Sünde hasse und sie aufrichtig bereue. Er wird deinen Ruf hören und dir antworten. Doch unser Herr Jesus wurde nicht nur erhöht, um uns durch die Aussendung des Heiligen Geistes Buße zu schenken, sondern auch dadurch, dass er die Werke der Schöpfung und die göttliche Vorsehung dazu gebraucht, uns zu Buße zu rufen. Jesus sitzt zur rechten Seite von Gottes Thron und regiert über alle Dinge oben im Himmel und hier unten auf Erden und er gebraucht Dabei gebraucht er sowohl Bitteres als auch Süßes, sowohl Schwierigkeiten als auch Freude, um den Sünder auf Gott aufmerksam zu machen und um die Gläubigen zu erziehen. Vielleicht leidest du selbst unter Armut oder Krankheit, dann sei Gott dankbar, denn vielleicht gebraucht Jesus diese Schwierigkeiten, um dich zu verändern und zu sich zu ziehen. Gottes Gnade reitet oft auf dem schwarzen Rost der Trauer in unser Leben. Jesus benutzt den ganzen Bereich unserer Erfahrungen und Empfindungen, um in uns die Freude auf den Himmel zu wecken. Christus regiert über die ganze Welt und unter anderem hat er in seinem Plan festgelegt, unsere harten Herzen durch seine Fürsorge und Vorsehung zu brechen und uns unter dem Einfluss seiner Gnade zu Buße zu führen. Christus regiert auch in diesem Moment und vielleicht spricht er gerade zu deinem Gewissen. Er wirkt durch sein Wort und durch die Gebete der Gläubigen. Sein Wort kann dein steinernes Herz zerschlagen, wie der Stab Mose den Felsen in der Wüste schlug, sodass Ströme des Lebens daraus hervorbrachen. Sein Wort ist ein Schwert, das deine tiefsten Gedanken und Geheimnisse offenlegt. Es kann dir aber auch auf geheimnisvolle Weise innere Ruhe schenken und den Glauben in dein Herz zu säen, ohne dass du es sofort bemerkst. Es gibt nicht den geringsten Zweifel, dass Jesus, der aufgefahren ist in die himmlische Herrlichkeit, der über alle Pracht und Majestät erhaben ist, auch unzählige Wege hat, um in den Menschen Buße, Vergebung der Schuld und neues Leben zu bewirken. Bitte ihn sofort darum, dass er es auch in deinem Leben tut. Lass dich durch den Gedanken ermutigen, dass Jesus häufig den Leuten Buße schenkt, von denen man es am wenigsten erwartet hätte. Er ist erhöht, um Israel zu Umkehr zu führen, so heißt es wörtlich in unserem Vers. Zur Zeit der Apostel war Israel ein außergewöhnliches halsstarriges, sündiges und ungläubiges Volk, das in seiner Gottlosigkeit sogar so weit ging, dass es den Sohn Gottes gekreuzigt hatte und sprach, sein Blut komme über uns und unsere Kinder. Matthäus 27 Vers 25 Sie ermordeten Christus und dennoch sagt der Vers, dass er erhöht ist, um sie zur Umkehr zu führen. Was für ein Wunder der Gnade! Dasselbe ist auch bei dir möglich. Du kannst in einem christlichen Umfeld aufgewachsen sein und Gott abgelehnt haben und dennoch gibt es für dich noch die Möglichkeit zur Umkehr. Selbst wenn du gegen dein Gewissen und gegen Gott gesündigt hast, wird er dir seine Vergebung nicht verweigern, wenn du ihn darum bittest. Denn immerhin sagt der Vers, dass Jesus von Gott erhöht worden ist, um sogar denen Buße und Vergebung zu geben, die ihn am schlimmsten abgelehnt und ihn letztendlich auch getötet haben. Wie froh bin ich, dass ich ein so gewaltiges und allumfassendes Evangelium verkünden darf, und du solltest froh sein, es zu hören. Die Herzen der Israeliten zur Zeit Jesu waren hart wie Diamant geworden. Martin Luther war der Meinung, dass es unmöglich sei, einen Juden zu bekehren. Ich werde mich hüten, ihm zuzustimmen, aber ich muss doch zugeben, dass die Nachkommen Israels seit Jahrhunderten das Evangelium von Jesus Christus äußerst hartnäckig ablehnen und dadurch ihren Messias verleugnen, wie Johannes es formulierte, er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Johannes 1, Vers 11 Und doch ist unser Herr Jesus von Gott erhöht worden, um Israel Buße und Vergebung zu geben. Du bist sehr wahrscheinlich kein Jude, aber vielleicht hast du ein ebenso verschlossenes und verhärtetes Herz und hast dem Herrn Jesus viele Jahre widerstanden. Der Herr Jesus kann auch in dir Buße bewirken. Vielleicht fühlst du dasselbe, was William Hone empfand, als er seinen Widerstand gegen Gott aufgab und sich seiner Liebe anvertraute. Er schrieb über dieses Erlebnis folgende Zeilen Das stolzeste Herz das jemals schlug bezwangst du Herr in mir den wildesten Sinn der sich gebäumt voll Hass stets gegen dich geschäumt den unterwarfst du dir dein Wille nicht meiner soll geschehen dein Herz sei ewig dein und dich bekennend glaubensvoll mein Gott mein Herr und Heiland soll das Kreuz mein Zeichen sein Der Herr hat die Macht denen die dazu völlig unfähig erscheinen Buße zu geben Er kann Löwen in Lämmer verwandeln Es ist mein Gebet dass er diese große Veränderung auch in dir hervor bringt Ich bin davon überzeugt dass die Betrachtung des Todes Christi einer der effektivsten und schnellsten Wege ist um zu Buße geführt zu werden Versuche nicht mit eigenen Mitteln aus deinem verdorbenen Herzen so etwas wie Buße hervor zu bringen Es ist unmöglich aus sich selbst heraus irgendeine Veränderung zu bewirken Stattdessen musst du dein Herz im Gebet zu dem bringen der die Kraft hat dich zu verändern bitte Gott darum dein Herz zu reinigen und es zu erneuern bitte ihn dass er wahre Buße in dir bewirkt Je mehr du selbst versuchst Gefühle der Reue und Buße in dir zu erzeugen desto mehr wirst du enttäuscht sein Wenn du aber auf Jesus vertraust der für dich gestorben ist dann wird er dein steinernes Herz aufbrechen und wahre Buße hervor quillen lassen Denke daran wie der Sohn Gottes sein Herz zerbrach damit sein Blut dir Leben gibt Stell dir seinen Todeskampf vor den blutigen Schweiß das Kreuz und die Leiden die er für dich ertrug sieh auf Christus und sein Leiden dann wird er dich ansehen und sein Blick wird in dir das bewirken was er auch in Petrus tat so dass auch du innerlich zerbrochen bist über deine Sünde weinen kannst vergleiche dazu Lukas 22 Vers 62 Jesus starb für uns damit wir durch den Glauben der Sünde gegenüber sterben Jesus ist für dich in die Herrlichkeit eingegangen und er kann dich zu sich ziehen heraus aus dem Reich des Bösen hinein in das herrliche Reich Gottes Wenn wenn nur dieser eine Gedanke bei dir hängen bleibt dann bin ich schon zufrieden suche nicht unter dem Eis nach Feuer und suche nicht in deinem natürlichen Herzen nach Buße Blicke auf den lebendigen Herrn wenn du leben willst schaue auf Jesus und erwarte von ihm alles was du in diesem und dem zukünftigen Leben brauchst suche nichts von dem was nur bei Jesus zu finden ist an einem anderen Ort als unter seinem Kreuz denke daran Christus ist alles die Angst vor dem Abfallen viele Menschen die zu Christus kommen leben in der ständigen Angst dass sie nicht bis ans Ende durch halten ich habe einmal jemanden sagen hören selbst wenn ich mich Jesus ganz an vertraue könnte ich trotzdem wieder abfallen und verloren gehen schon früher habe ich mit Gott gelebt und gute Anfänge im Glauben gehabt aber das war nur von kurzer Dauer so schnell und vielversprechend die Veränderung zum Guten auch kam so schnell war sie dann auch wieder verschwunden weißt du ich glaube dass oftmals unsere Angst dafür verantwortlich ist dass das manche die davor zurückschrecken sich Christus für alle Ewigkeit anzuvertrauen deshalb versagen weil sie nur einen vorübergehenden Glauben besitzen ein solcher Glauben ist kein lebendiger von Gott gewirkter Glaube und kann deshalb auch niemanden erretten solche Leute fangen an Jesus nur bis zu einem gewissen Grad zu vertrauen und ihre Ausdauer und Beharrlichkeit auf dem Weg zum Himmel erhoffen sie sich von sich selbst auf diese Weise machen sie einen völlig falschen Anfang im Glauben und kehren dann nach kurzer Zeit wieder um wie es nicht anders zu erwarten war wenn wir unser Vertrauen auf uns selber setzen werden wir niemals bis zum Ende durch halten wir müssen alles und nicht nur einen Teil unserer Rettung von Jesus erwarten sonst werden wir unweigerlich versagen keine Kette ist stärker als ihr schwächstes Glied unsere ganze Hoffnung muss auf Jesus gerichtet sein wenn wir nur in einem Punkt auf unser eigenes können vertrauen wird alles scheitern weil wir in diesem einen Punkt garantiert versagen werden für mich besteht kein zweifel daran dass es an der falschen selbsteinschätzung liegt wenn jemand nicht im glauben durch hält auch wenn er einen guten Anfang hatte vergleiche dazu galater 5 vers 7 was war das hindernis für die angesprochenen galater die ihren lauf nicht fortsetzten ihr problem war dass sie ihr vertrauen auf eigene handlungen setzten und sie deshalb nicht durchhalten konnten ich möchte dich davor warnen auch nur ein wenig von deinem ich in den Mörtel zu mischen mit dem du die grundlage deiner errettung baust sonst wird alles zusammenbrechen vertraue von anfang bis ende nur auf christus er ist das alpha und das omega der anfänger und vollender unseres glaubens vergleiche dazu offenbarung 22 vers 13 und hebräer 12 vers 2 um paulus zu zitieren seid ihr wirklich so unverständig in der kraft des heiligen geistes habt ihr begonnen und jetzt wollt ihr aus eigener kraft das ziel erreichen galatter 3 vers 3 das das ist etwas 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 ermüdendes zu beginn des lebens mit christus gleichen wir einem jungen adler nach einiger zeit laufen wir ohne müde zu werden doch später scheint dies nur noch in besonderen tagen der fall zu sein mit dem alter wirken unsere schritte langsamer aber in möglichkeit sind sie fester und ehrbereit anderen zu dienen ich bete zu gott daß uns die jugendliche kraft erhalten bleibt soweit es sich dabei um seine kraft handelt und nicht nur um menschlichen ehrgeiz wer schon lange mit jesus lebt wird feststellen daß gott aus gutem grund versprochen hat daß die gerechten schuhe aus eisen und erz haben sollen denn der weg der nachfolge ist hart und oft steinig wie john bunyan es so gut in seiner pilgerreise beschreibt begegnen uns auf diesem weg hügel der schwierigkeiten und täler der demütigung ein tal des todesschattens und ein markt der eitelkeit doch durch all das begleitet uns der her wenn gott uns in seiner gnade über herrliche berge führt und gott sei dank er tut es dann werden wir auch schlösser der verzweiflung durchqueren die der pilger auf seiner reise nur allzu oft von ihnen gesehen hat wenn man den lebensweg eines christen vom ende her anschaut kommt man zu dem schluss dass alle die auf dem weg der heiligung bis staunen kann die tage eines lebens mit christus sind wie einzelne diamanten der gnade die auf die goldene schnur der göttlichen treue gereiht werden im himmel werden wir den engeln fürstentümern und gewalten die unerforschlichen reichtümer christi erzählen die uns verlieren wurden und die wir genossen haben während wir auf dieser erde lebten am abgrund des todes sind wir am leben erhalten worden unser geistliches leben gleicht dem einer flamme die mitten auf dem weiten ozean bremmt weit sichtbar doch nur durch gottes gnade nicht erloschen das universum wird staunend zusehen wie wir bei der wiederkunft unseres herren jesus gerechtfertigt und schuldlos durch das perlentor eingehen werden es muss uns in staunen und dankbarkeit versetzen wenn wir auch nur eine sekunde lang durch gottes bewahrende gnade bei ihm bleiben und ich weiß wir werden es sein alles was ich bisher aufgezählt habe müsste genügen um dir deine schwachheit und gottes bewahrende gnade vor augen zu führen aber aber gibt noch viel mehr worüber ich mit dir sprechen muss ich möchte dich daran erinnern an was für einen ort wir leben für viele christen ist die welt eine wüste voller wilder tiere einigen von uns hat gott in seiner gnade ein ruhiges leben geschenkt während andere ständig schwere anfechtung von außen erleben müssen wir haben in unserem land die freiheit den tag mit gebet zu beginnen und sehr oft hört man fromme lieder in den häusern aber viele unserer glaubens geschwistern stehen morgens auf und müssen den tag unter lästerung und gespött beginnen sie gehen an die arbeit und werden den ganzen tag über belästigt und angefochten wie lot in so vergleiche dazu erste mose 19 und den zweiten petrus brief kapitel 2 vers 7 wie viele christen können heute über die straße gehen ohne dass sie schwierigkeiten und versuchungen ausgesetzt sind das beste das wir in dieser welt tun können ist so vorsichtig und schnell wie möglich hindurch zu gehen überall lauern gefahren denen wir begegnen müssen doch dabei rüstet uns gott aus mit seinem wort als mit einem gezogenen schwert und mit der mächtigen waffe des gebets wenn du glaubst ich würde übertreiben dann wirst du sehr bald und unsanft aus deinen träumen geweckt werden treuer gott hilf uns und halte uns fest bis ans ende ohne deine hilfe können wir niemals das ziel erreichen wahrer glaube ist durch und durch übernatürlich er beginnt durch gottes übernatürliches eingreifen und er führt uns durch gottes übernatürliche gnade bis ans ende wo wir in gottes übernatürliches reich eingehen werden den glauben zu bekommen und im glauben zu bleiben ist voll und ganz gottes werk deshalb ist es nötig dass wir uns andauernd an seiner hand festhalten ich hoffe dass du dies verstanden hast und dass es dir bewusst ist denn deine bewahrung liegt ganz in gottes hand er allein kann uns davor bewahren von ihm abzufallen und er wird uns in das ewige reich seines sohnes bringen die bewahrung im glauben er wird euch auch festigen bis ans ende so dass ihr schuldlos dasteht am tag jesu unseres herrn treu ist gott durch den ihr berufen worden seid zur gemeinschaft mit seinem sohn jesus christus unserem herrn 1 korinther 1 vers 8 bis 9 diese aussage des paulus an die korinther ist erfüllt mit einer beneidenswerten sicherheit paulus geht mit absoluter gewissheit davon aus dass die betreffenden personen durch gott bis ans ende gefestigt werden und durch gottes treue selbst in der treue gott gegenüber bewahrt bleiben es wäre verantwortungslos einen menschen in seiner sünde und in seiner verwirrung festzuhalten oder zu bestärken nehmen wir zum beispiel menschen die alkoholabhängig sind oder dem stehlen und lügen verfallen sind jemand der im unglauben oder in der gottlosigkeit noch bestärkt wird ist sehr zu bedauern nur jemand der gottes gnade erfahren hat kann erleben wie wunderbar es ist von gott selbst gefestigt zu werden wenn ein mensch im glauben und im gehorsam zu gott wächst dann ist das ein großes geschenk des heiligen geistes er schenkt den glauben und er stärkt den gläubigen und festigt ihn er der die liebe in uns entfacht bewahrt sie in uns und lässt sie immer stärker werden was gott uns in seinem evangelium offenbart hat das lässt uns der heilige geist immer deutlicher erkennen indem er uns immer mehr in gottes wort unterweist und auf diese weise erzieht somit wird unser verhalten dem handeln des herrn jesus immer ähnlicher bis es für uns ganz selbst verständlich wird unsere gefühle und empfindungen entsprechen immer mehr denen wie gott es möchte erfahrung mit gott bestärken unsere überzeugung und entscheidungen sowohl dinge die uns freude machen als auch dinge die uns schwer fallen werden von gott dazu gebraucht dass wir im glauben immer mehr gefestigt werden wie ein baum der durch sonnenschein und unwetter wächst und immer fester gewurzelt wird auch unser verstand wird durch gottes wort und gottes geist geschult und auf diese weise immer mehr mit gottes gedanken in einklang gebracht damit wir auf dem richtigen weg bleiben doch gott kümmert sich auch um unser herz in dem er es tröstet und es immer fester an die ermutigenden wahrheiten seines wortes bindet gottes griff um uns wird fester unser schritt entschlossener so dass wir immer mehr in der beziehung und im vertrauen zu gott wachsen das ist nicht nur ein natürlicher wachstums prozess sondern ebenso wie die bekehrung ein übernatürliches werk des heiligen geistes gott wird alle im glauben festigen und stärken die von ihm den lebendigen glauben geschenkt bekommen indem er an unserem inneren menschen arbeitet macht er uns von unseren unbeständigkeiten und unseren schwächen frei und festigt und gründet uns in sich selbst das ziel der errettung ist unter anderem dass gott uns in das bild jesu verändert und uns in ihm verherrlicht vergleiche dazu römer 8 vers 29 folgende wenn du auf christus vertraust dann darfst du diese göttliche veränderung erwarten und du wirst nicht enttäuscht werden durch gottes kraft wirst du wie ein baum der an einem frischen quellbach gepflanzt ist der zur richtigen zeit gute frucht bringt und dessen blätter nicht verwelken vergleiche dazu psalm 1 vers 3 den wert eines gefestigten christen für die gemeinde kann man nicht zu hoch schätzen ein solcher christ kann die traurigen trösten und die schwachen stützen wäre es nicht großartig wenn auch du so ein christ wärst gläubige die in christus gefestigt sind sind tragende pfeiler im haus gottes sie lassen sich nicht durch allerlei lehrmeinung verunsichern oder mitreißen und bleiben in versuchung standhaft für andere sind sie wie ein anker in unruhigen zeiten stehst du erst am anfang deines glaubens im christus und die möglichkeit dass du einmal einen solchen christ gleichen könntest ist für dich noch unvorstellbar denke nicht so menschlich denn was unterscheidet dich von diesem christen lebt nicht derselbe gott in dir der dieses wunder auch in ihnen bewirkt hat noch bist du wie ein kleines kind im glauben doch irgendwann wird gott dich zu einem vater der gemeinde machen vertraue auf gottes verändernde kraft und denke daran dass es kein lohn für deine werke oder das ergebnis deiner eigenen anstrengungen wäre sondern allein durch gottes gnade zustande kommt vom heiligen geist inspiriert sagte paulus dass gott uns festhalten wird bis ans ende paulus war sich bewusst dass es allein an gottes gnade liegt wenn jemand bis zum ende seines lebens oder bis zur wiederkunft jesu im glauben treu bleibt und paulus ist sich auch sicher dass gott dieses wunder an der ganzen gemeinde jesu an jedem einzelnen gläubigen in jedem ort und zu jeder zeit tun wird er wird uns bewahren bis jesus als der bräutigam kommen wird um mit seiner gemeinde als seiner fehlerlosen braut die hochzeit zu feiern alle die zu christus gehören werden auch in ihm gefestigt werden bis dieser herrliche tag kommt jesus hat gesagt ich lebe und ihr sollt auch leben johannes 14 vers 19 an einer anderen stelle sagt er ich gebe ihnen meinen schafen das ewige leben und sie werden niemals mehr umkommen und niemand wird sie mir aus meiner hand reißen johannes 10 vers 28 der allmächtige und starke gott der in euch das gute werk angefangen hat wird es auch zum abschluss bringen bis jesus christus wieder kommt vergleiche noch dazu philippa 1 vers 6 sein werk in deinem herzen geschieht nicht an der oberfläche er wird durch die neue geburt ein völlig verändertes und ewiges leben in dich hinein pflanzen das was gott den gläubigen versprochen hat ist nichts vorübergehendes sondern wie der gläubige bis zum ende auf gottes weg bleiben muss um in die ewige herrlichkeit eingehen zu können wird ihn gott auch bis zum ende bewahren der gerechte wird treu auf seinem weg bleiben noch einmal dies wird nicht durch eigene verdienste ermöglicht und ist kein resultat eigener fähigkeiten es ist ein geschenk das gott uns aus seiner freien gnade gibt jesus möchte und wird keines seiner schafe verlieren und kein glied an seinem leib lässt er sterben vertraue gottes wort wenn er sagt dass die errettung durch den glauben keine vorübergehende sache von einigen monaten oder jahren ist sie sagt ganz klar dass jesus uns eine ewige erlösung erworben hat vergleiche dazu hebräer 9 vers 12 und etwas das ewig ist hat kein ende außerdem spricht paulus davon dass gott die heiligen in der korinthischen gemeinde bis ans ende festigen wird und zwar schuldlos vergleich dazu erste korinther 1 vers 8 diese schuldlosigkeit ist ein besonders kostbarer teil unserer bewahrung heilig oder schuldlos bewahrt zu werden ist weit besser als nur sicher bewahrt zu werden es schmerzt mit anzusehen wenn gläubige christen von einer sünde in die andere fallen sie schauen auf ihr handeln und glauben nicht daran dass gott sie davor bewahren kann das leben mancher die von sich sagen sie seien christen ist ein andauerndes stolpern sie liegen zwar niemals ganz unten aber sie stehen auch selten richtig auf den füßen so ein leben passt nicht zu einem gläubigen wir sind aufgefordert mit gott fortschritte zu machen und durch den glauben können wir ausdauer und erfolge in der heiligung erreichen das sollte eigentlich unser leben kennzeichnen gott möchte uns schließlich nicht nur vor der hölle bewahren sondern auch vor dem fallen wir brauchen der versuchung nicht nachzugeben denn gottes wort sagt die sünde wird euch nicht mehr beherrschen denn ihr lebt unter der gnade und nicht unter dem gesetz römer 6 vers 14 der herr kann die füße seiner heiligen bewahren und er will es tun wenn wir ihm vertrauen wir brauchen unsere kleider nicht zu beschmutzen wir können sie durch gottes gnade von der sünde rein halten und es ist unsere pflicht das auch zu tun denn ohne heiligung wird niemand gott sehen vergleiche dazu hebräer 12 vers 14 in unseren beiden versen gab der apostel paulus den gläubigen in korinth sowohl eine göttliche verheißung als auch ein ziel das sie anstreben sollten er verheißt ihnen dass gott sie festigen wird und das ziel ist dass sie schuldlos dastehen wenn jesus wiederkommt andere übersetzungen lesen statt schuldlos zum beispiel tadellos also frei von tadel und zurechtweisung möglicherweise wird das von paulus verwendete wort noch besser wiedergegeben mit unanfechtbar oder unanklagbar möge gott es uns schenken dass wir an dem tag der wiederkunft jesu frei von aller anklage dastehen können sodass niemand in der welt etwas sagen kann uns abzusprechen dass wir erlöste des herrn jesus sind natürlich trifft es zu dass wir sündigen und schwach sind es ist schrecklich aber wahr und doch liegt unsere hoffnung in der gerechtigkeit die aus glauben kommt und niemand wird anzweifeln können dass wir die wir in diesem leben auf jesus gehofft haben nicht auch zu ihm gehören und auch wenn unsere gerechtigkeit nicht aus uns selbst heraus kommt sollten wir doch frei sein von heuchelei betrug hass und lust zur sünde denn genau dies wären berechtigte anklagen die uns ins verderben rechten trotz unserer fehler kann der heilige geist in uns so wirken dass wir vor menschen unanfechtbar dastehen so dass sie wie die feinde daniels keinen grund zur anklage sondern allein unseren glauben an uns finden viele gottesfürchtige männer und frauen haben ein Leben geführt das so vorbildlich mit ihren glaubensüberzeugungen übereinstimmte so dass niemand etwas gegen sie vorbringen konnte hiob von dem gott sagte niemand im land sei so gerecht und gottesfürchtig und dass er das böse vermeide ist kein einzelfall in gottes familie genau 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 Danach sollst du dich ausstrecken, und das sollst du von Gottes Gnade erwarten. Das ist der Sieg der Heiligen, dass sie dem Lamm folgen, wohin es auch geht, und dass sie ihre Reinheit vor dem lebendigen Gott bewahren. Von den wahren Gläubigen wird gesagt, Gott bewahrt sie, damit der Böse sie nicht anfassen kann. 1. Johannes 5, Vers 18 Ich hoffe und bete, dass dies auch auf dich und mich zutrifft. Lieber Leser, auch wenn du am Anfang eines Lebens mit Gott stehst, kann der Herr dich bewahren. Selbst dann, wenn du schon sehr lange mit der Sünde gelebt hast, kann er dich völlig von ihrer Macht und aus alten Gewohnheiten befreien und dich zu einem Vorbild für andere machen. Er kann nicht nur dein Verhalten ändern, sondern auch bewirken, dass du falsche Wege erkennst und sie vermeidest und stattdessen danach lebst, was heilig und gerecht ist. Zweifle nicht daran, dass Gott es tun kann, oder zweifelst du an Gottes Macht? Diese wunderbare Hoffnung gilt selbst dem größten Sünder. Darum vertraue auf Gott, und er wird dir geben, was er denen verheißen hat, die an ihn glauben. Stell dir die Freude vor, wenn wir an dem Tag, wenn Jesus wiederkommen wird, um Gericht zu halten, vor Gottes großem Weltgericht als schuldlos bezeichnet werden. In diesem Moment wird sichtbar werden, was wir in dem bekannten Lied singen, Christi Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Damit will ich vor Gott bestehen, wenn ich zum Himmel wert eingehen. Wie herrlich wird es sein, vor dem Schöpfer und Richter der Welt zu stehen, vor dem Gott, vor dem Himmel und Erde fliehen, und ihm nicht mit Furcht, sondern mit Freude zu begegnen. Jeder, der allein auf die rettende Gnade Gottes in Jesus Christus vertraut, und der es wagt, sich durch Gottes bewahrende Gnade ständig mit der Sünde auseinanderzusetzen, wird diesen großartigen Moment erwarten und darf für die Ewigkeit mit Gott in dessen Reich leben. Der Grund unserer Hoffnung Die Hoffnung, die Paulus für die Gläubigen und Korinth hegte, ist, wie wir schon gesehen haben, ein Trost für alle, die befürchten, nicht durchhalten zu können. Aber worauf gründet sich sein Vertrauen, dass die Gläubigen bis ans Ende festhalten werden? Paulus lässt uns in dieser Frage nicht im Unklaren. Denn Gott ist treu, der euch berufen hat zur Gemeinschaft seines Sohnes Jesu Christi. 1. Korinther 1, Vers 9 Der Apostel sagt nicht, ihr seid treu. Leider kann man sich auf die Treue der Menschen nicht verlassen. Paulus sagt auch nicht, ihr habt treue Prediger, die euch führen und leiten, und deshalb hoffe ich, dass ihr bewahrt werdet. Nein, wenn allein Menschen uns bewahren wollten, dann hätten wir keinen Grund, so zu hoffen, wie Paulus es tat. Er sagt, Gott ist treu. Wenn wir als treu befunden werden, dann nur deshalb, weil Gott treu ist. Das ganze Gewicht unseres Heils ruht allein auf der Treue Gottes. Alles hängt von ihm ab. Wir sind unstetig wie der Wind, so leicht zu zerstören wie ein Spinnengewebe und nachgiebig wie Wasser. Es ist kein Verlass auf unsere natürlichen Qualitäten oder auf unsere geistlichen Vorzüge. Aber Gott ist und bleibt treu. Er ist treu in seiner Liebe. Bei ihm gibt es keine Veränderung. Er steht zu seinen Entscheidungen. Und alles, was er plant und was er beginnt, das führt er auch aus. Er ist in jeder Beziehung treu. Die Gläubigen sind seine Kinder und er wird sie niemals verstoßen. Die Gläubigen sind auch Freunde Gottes und er wird sie niemals verleugnen. Die Gläubigen sind Gottes Geschöpfe und als ihr Schöpfer wird er das begonnene Werk an ihnen nicht aufgeben. Er steht treu zu dem, was er verspricht und er wird keine seiner Verheißungen auch nur an einem einzigen Gläubigen unerfüllt lassen. Er ist seinem Bund treu, den er mit uns in Jesus Christus geschlossen und den er mit dem Blut seines Sohnes versiegelt hat. Er ist seinem Sohn treu und wird nicht zulassen, dass sein kostbares Blut vergeblich geflossen ist. Er ist seinem Volk treu, dem er das ewige Leben verheißen hat und er wird sich nicht von ihnen abwenden. Die Treue und Zuverlässigkeit Gottes ist die Basis für unsere Hoffnung und Bewahrung bis zum Ende. Die Heiligen werden in der Heiligkeit ausharren, weil Gott an seiner Gnade festhält. Gott hört nicht auf zu segnen, darum hören die Heiligen und Gläubigen nicht auf, gesegnet zu werden. Gott hört nicht auf, sein Eigentum zu bewahren, deshalb bleiben die Seinen ihm treu. Dieses Fundament ist das sicherste, auf das man bauen kann. Deshalb ist auch der Titel dieses Buches ganz aus Gnade. Es ist allein die freie Gnade und uneingeschränkte Barmherzigkeit Gottes, die uns unsere Errettung garantiert. Jeder Grund, darauf zu hoffen, dass wir bis ans Ende an Gott festhalten und zuletzt schuldlos befunden werden, liegt allein in unserem Gott und in dem, was er getan hat. Er hat alles für unsere Errettung gegeben und wird nichts davon rückgängig machen. Paulus erinnert uns daran, dass Gott uns zur Gemeinschaft mit seinem Sohn, Jesus Christus, berufen hat. Vergleiche dazu 1. Korinther 1, Vers 9 Er selbst hat uns dazu berufen und er wird diese Berufung nicht mehr zurücknehmen, denn Gottes Gaben und Berufung sind unwiderruflich. Römer 11, Vers 29 Denn die er berufen hat, die hat er auch gerecht gemacht und die er gerecht gemacht hat, die hat er auch verherrlicht. Römer 8, Vers 30 Das ist eine feste Regel, an die Gott sich hält. Die Bibel kennt zwar eine allgemeine Berufung, denn sie sagt, viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt. Matthäus 20, Vers 16 Aber damit ist nicht die Berufung gemeint, von der Paulus an dieser Stelle redet, nämlich das Ergebnis von Gottes besonderer Liebe, die uns ganz sicher an das Ziel unserer Berufung führt. Diese spezielle Berufung gilt den geistlichen Nachkommen Abrahams, zu denen Gott sagte, Ich habe dich berufen von der Welt Ende her und sprach zu dir, du sollst mein Knecht sein, denn ich erwähle dich und verwerfe dich nicht. Jesaja 41, Vers 9 Er hat uns zur Gemeinschaft mit seinem Sohn, Jesus Christus, berufen. Denn diese Gemeinschaft ist eine lebenslange Beziehung mit Jesus und ich bitte dich, gut darüber nachzudenken, was das heißt. Denn wenn du tatsächlich durch Gottes Gnade berufen bist, dann bist du in diese lebenslange Beziehung mit dem Herrn Jesus Christus eingetreten. Ab diesem Moment bist du in Gottes Augen eins mit Jesus. Als der Herr am Kreuz für deine Sünden bezahlte und dadurch den Zorn Gottes über deine Sünden ertrug, wurde er auch zu deiner Gerechtigkeit, sodass du in ihm gerechtfertigt bist. Du gehörst Christus und Christus gehört dir. Wie Adam die Stellvertretung für alle seine Nachkommen antrat, so tritt Jesus stellvertretend für die ein, die zu ihm gehören. So wie Eheleute eins sind, so bist du mit Jesus und mit dir, alle, die durch den Glauben mit ihm vereinigt sind, eins. Dies ist ein Ehebund, der niemals gebrochen werden kann. Mehr noch, die Gläubigen sind Glieder an Jesu Leib und darum untrennbar mit ihm vereint durch eine liebevolle, lebendige und ewige Verbindung. Gott hat uns selbst zu dieser Verbindung, zu dieser Gemeinschaft und zu dieser Beziehung berufen. Damit hat er uns die absolute Gewissheit gegeben, dass er uns auch bis ans Ende bewahren wird. Losgelöst von Christus sind wir erbärmliche und vergängliche Wesen, die dem Untergang entgegen gehen. Aber mit Christus vereint sind wir von derselben Natur wie er und tragen deshalb sein unsterbliches Leben in uns. Unser Schicksal hängt mit dem unseren Herrn zusammen, und da er nicht vernichtet werden kann, können auch wir nicht umkommen. Nimm dir viel Zeit, um über die Gemeinschaft mit Jesus, zu der Gott dich berufen hat, nachzudenken, denn sie ist der Grund für deine ganze Hoffnung. Du kannst niemals arm sein, wenn du zu dem gehörst, der den Himmel und die Erde besitzt. Mit Christus bist du immer auf der sicheren Seite, selbst in notvollen Zeiten und sogar im Tod. Der Herr hat dich in die Gemeinschaft seines Sohnes, Jesus Christus, berufen und dich dadurch an einen Ort gestellt, an dem du sicher und geschützt bist. Wenn du durch den Glauben zu Jesus gehörst, dann bist du mit ihm vereint und deshalb für alle Ewigkeiten sicher. Diese Rechnung ist doch wohl mehr als logisch. Es kann gar nicht anders sein, als dass du bis ans Ende bewahrt wirst, wenn du wirklich durch Gottes unwiderrufliches Eingreifen mit Jesus vereint bist. Du sitzt sozusagen in einem Boot mit Jesus. Wenn er nicht singt, wirst du nicht ertrinken. Jesus hat seine Erlösten so sehr mit sich verbunden, dass er selbst erst besiegt werden müsste, bevor selbst der Kleinste der Erlösten, die er sich durch sein Blut erkauft hat, Schaden nehmen könnte. Wir brauchen uns also vor nichts zu fürchten. Auf diese Weise wollen wir voll Vertrauen in die Zukunft gehen. Wenn uns andere fragen sollten, warum wir so fröhlich in diese unsichere Zukunft schauen, dann wollen wir ihnen voller Freude bekennen, dass wir ganz und immer mehr auf Jesus vertrauen. Unser treuer Gott ist die Quelle der Freude und unserer Gemeinschaft mit seinem Sohn ist der Strom des Glücks. Wenn wir all das wissen und daran glauben, haben wir jeden Grund, nicht mutlos zu werden. Wir können gemeinsam mit dem Apostel Paulus sagen, wer könnte uns trennen von der Liebe Gottes, die er uns in Jesus Christus schenkt, unserem Herrn. Römer 8, Vers 35-39 Ein Wiedersehen im Himmel Wenn du beim Lesen dieses Buches nichts gelernt hast, dann tut es mir wirklich leid. Bücher lesen hat wenig Wert, wenn man die Wahrheiten, die beim Lesen an einem vorüberziehen, nicht ergreift, sie sich aneignet und, wenn es gute Wahrheiten sind, sich zur Richtschnur seines Handelns macht. Es ist so, als wenn jemand eine große Menge an Lebensmitteln vor sich ausgebreitet sieht und doch hungrig bleibt, weil er nicht davon isst. Wenn dies auf dich zutrifft, dann sind wir uns wohl vergeblich begegnet, lieber Leser. Denn wenn du die Hauptbotschaft dieses Buches, meinen Herrn Jesus Christus, nicht ergriffen hast, dann war es umsonst. Mein einziger Wunsch war, dir dabei zu helfen, Jesus kennenzulernen und ihm zu vertrauen. Aber ich habe getan, was in meiner Macht stand. Während des Schreibens habe ich immer wieder an dich gedacht, auch wenn ich dich nicht persönlich kenne. Und gerade jetzt, als ich diese Seite schrieb, legte ich meine Feder nieder, beugte meine Knie und betete für jeden, der sie lesen würde. Ich bin fest davon überzeugt, dass viele Leser dadurch gesegnet werden, auch wenn du vielleicht nicht zu ihnen gehörst. Falls du Gottes Botschaft an dich ablehnst, dann gestehe dir bitte ein, dass es nicht meine Schuld war, dass Gott dich verurteilen wird. Wenn wir beide eines Tages vor dem großen Thron Gottes erscheinen werden, wirst du mir keinen Vorwurf machen können. Ich habe versucht, mich beim Schreiben des Buches auf die wichtigsten Dinge zu konzentrieren. Gott weiß, dass ich jede Zeile im Blick auf dein ewiges Wohl geschrieben habe. Ich nehme dich in diesem Moment in Gedanken bei der Hand und halte sie fest. Fühlst du, wie ernst ich es meine? Meine Augen füllen sich mit Tränen, während ich dich anblicke und dich frage, warum willst du sterben? Willst du der Errettung deiner Seele nicht einen einzigen Gedanken widmen? Willst du aus purer Gleichgültigkeit umkommen? Bitte tue dir und mir einen Gefallen und wege alles das ab, wovon ich in diesem Buch geschrieben habe, und mache dir Gedanken über deine Ewigkeit. Weise Jesus doch nicht ab. Seine Liebe, sein Blut, seine Vergebung und die Errettung, die allein durch ihn kommt. Nenne dir selbst auch nur einen guten Grund, weshalb du das tun solltest. Ich bitte dich, kehre um zu deinem Erlöser. Wenn Gott aber meine Gebete erhört und er dich zum Glauben an den Herrn Jesus geführt hat und du von ihm die Errettung aus Gnaden empfangen hast, dann halte dein ganzes Leben lang an dieser Botschaft fest und lasse sie für immer dein Denken und Handeln prägen. Jesus muss alles für dich sein. Es geht nichts über ein Leben in der Gemeinschaft mit Gott und in der Abhängigkeit von seiner Gnade. Das Wissen, alles nur durch seine freie Gnade empfangt zu haben, bewahrt uns vor Selbstgerechtigkeit und Stolz, aber auch vor Selbstvorwürfen und Verzweiflung. Es füllt unsere Herzen mit Dankbarkeit und Liebe, und genau diese Dinge wünscht Gott sich von uns. Diejenigen, die versuchen, ein Leben voll guter Werke zu führen, um auf der Grundlage ihrer eigenen Leistung errettet zu werden, haben keine Ahnung von der Leidenschaft für Gott, von der inneren Gelassenheit und der tiefen Freude, die Gott uns mit der Errettung aus freier Gnade schenkt. Der Versuch, sich selbst zu retten, bewirkt nur einen Geist der Sklaverei, der nicht mit dem freundlichen und freudigen Geist der Gotteskindschaft zu vergleichen ist. In dem kleinsten Glauben liegt mehr Kraft, als in all den Leistungen und Verpflichtungen christlicher Gesetzlichkeit oder in dem erdrückenden Versuch, frommer Menschen durch tausend und abertausend von Zeremonien und Lasten in den Himmel hinaufzuklettern. Der Glaube ist geistlich, das heißt, er kommt direkt von Gottes Geist und trägt seine Kraft in sich. Darum hat er vor Gott den größten Wert. Jahrelanges Aufsagen von Gebeten, Gottesdienstbesuchen, das Pflegen von Zeremonien und religiösen Handlungen sind in Gottes Augen ein Gräuel, wenn sie nicht mit dem kindlichen Vertrauen in Jesus Christus verbunden sind. Aber jedes dieser Dinge in Verbindung mit wahren Glauben ist dagegen sehr wertvoll vor Gott. Menschen, die vom Geist erfüllt sind und die Wahrheit erkannt haben, sind die wahren Anbeter. So möchte der Vater die haben, die ihn anbeten. Johannes 4, Vers 23 Gib Acht auf deine Seele und darauf, Gott mit deinem Leben zu ehren. Dann wird er alles Nötige zu seiner Zeit schenken. Wenn du schon errettet bist, dann mache dir die Errettung anderer zum Anliegen. Du wirst nicht geistlich wachsen können, wenn du kein Verlangen danach hast, deinen Mitmenschen zum Segen zu werden. Deine Seele lebt durch den Glauben und sie bleibt gesund durch die Liebe. Wer nicht den Drang in sich spürt, auch andere Menschen zu Jesus zu führen, der hat selber niemals die Liebe Gottes erfahren. Gottes Werk ist ein Werk der Liebe. Deshalb fange damit an, dich von Gott bei diesem Werk gebrauchen zu lassen. Fange zuerst in deinem eigenen Zuhause an. Dann besuche deine Nachbarn. Mache Jesus in deinem Dorf bekannt und verbreite Gottes gute Nachricht so weit, wie es dir möglich ist. Stelle dir vor, wenn alle, die zu Christus gefunden haben, wieder andere für Christus gewinnen würden, wer weiß, was dieses kleine Buch dann ausrichten kann. Ich danke Gott für alles, was er durch dieses Buch wirken wird und für die Menschen, die er zu Jesus führt. Wahrscheinlich wird die meiste Frucht erst sichtbar werden, nachdem die Hand, die diese Seiten geschrieben hat, schon längst zu Tode erstarrt ist. Lieber Leser, meine Bitte an dich ist, lass uns ein Wiedersehen im Himmel feiern. Gehe nicht hinab in die Hölle. Von dort gibt es kein Zurück. Das Tor zum Himmel steht dir in diesem Moment weit offen. Warum solltest du also den Weg des Todes gehen? Warte nicht, sondern triff endlich eine Entscheidung. Vielleicht ist heute deine letzte Gelegenheit. Glaube jetzt an Jesus. Kehrt um zum Herrn, bereut eure Wege und sagt zu ihm, nimm alle Schuld von uns und lass uns Gutes erfahren. Wir danken es dir mit der Frucht unserer Lippen. Hosea 14, Vers 2 Lebe wohl, mein Freund. Aber noch einmal möchte ich dich bitten, triff mich im Himmel wieder.